Aus dem Publikum, du hast gesagt, weil wir schwach sind, da ist die Frage, was passiert, wenn ihr stark seid? Guck mal, im authentischen Hadith, das kann Babu, ex-Muslim, der hat auch Ahnung vom Koran und von den Hadithen, ist erwähnt, ja, das, was im Moment passiert in Palästina, ja, das muss passieren, weil wenn das nicht passiert, dann würde die Aussage von unseren Propheten im Zweifel stehen, weil unser Prophet hat das vorausgesagt und im Koran ist erwähnt, dass die Juden zweimal facet, facet ist, ja, ich weiß nicht, wie ich das im Deutschen übersetze, aber dass sie zweimal praktisch facet betreiben, einmal haben sie es gemacht und das ist jetzt das zweite Mal, was sie machen, ja, das ist im Koran erwähnt, ja, und von unseren Propheten auch nochmal in den Hadithen bestätigt, dass die Juden, die Araber, also genau das, was im Moment passiert, hat unser Prophet vorausgesagt, ja, so, das heißt, das muss passieren, es passiert sowieso. Und der Prophet hat auch vorausgesagt, steht im Koran, dass ein Baum sprechen wird und sagen wird zu dem Muslim, hinter diesem Baum ist ein Jude, mach ihn weg. Warum schreit ihr, wenn das passieren muss, dann lasst doch Israel machen, wenn das passieren muss, lasst sie machen und wartet auf Allah, dass er euch den Siegreich macht, wartet doch, dass die Prophezeiung passieren, lasst sie doch vernichten, die Palästinenser, warum schreit ihr und macht Demonstrationen, verstehe ich nicht. Aber ich habe eine kurze Frage. Die Art und Weise, wie das passieren wird, Babu, das wird schon passieren, nur im Moment ist das Geschrei, aber aus dem Geschrei wird irgendwann mal was anderes, nur Allah weiß was. Naja, man muss sich daran fest glauben. Bitte? Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob du nicht verstehst, gerade. Ja. Super. Du hast gesagt, dass die Leute in Palästina jetzt Mörder sind, die dort sterben. Sind darunter auch die Hamas, sozusagen? Hör mal, die Hamas. Nein, nein, gut. Hör mal, Hamas wird nur von den Medien als Terrorist, werden die da dargestellt. Hamas, das sind Einwohner von Gaza, die von den Juden überfallen werden, ganz einfach. Wer ist Hamas? Hamas sind doch keine Terroristen. Das ist ein palästinensisches Volk und die verteidigen ihr Land Palästina von den echten Terroristen, von den Zionisten, von den Juden. Dankeschön. Du hast mir gerade sehr viel klar gemacht, was du denkst, wer du bist und dass du ganz genau weißt. Natürlich sind die Hamas keine Terroristen. Die echten Terroristen sind die Zionisten. Kann ich kurz bitte aussprechen? Natürlich kannst du aussprechen. Dankeschön. Was mir gerade ganz klar gesagt hat, was du denkst, was du von Islam weißt und was du nicht weißt und was du davon hältst. Deswegen Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Also der Chef von Hamas hat gesagt, ich will eure, als er Israel angegriffen hat, am 7. Oktober, sagt er, ich will eure Mitleid nicht, ich will eure Gebete nicht. Das, was ich hier brauche, was wir in Palästina brauchen, ist Blut und Seelen. Also der hat nach deiner Seele und deinem Blut gefragt und nicht nach deinem Mitleid oder nach deinen Demonstrationen. Der war ganz klar. Der war ganz klar. Am Anfang hat er gesagt, wir brauchen keine Gebete, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen Seelen und Blut. Aber nicht seine Seele und Blut von ihm und seine Kinder, von den anderen Leuten. Und du sagst, das sind keine Terroristen. Der sagt, ich will Blut und Seelen opfern und nicht mit Leid. Wer hat doch angefangen und nicht Israel? Wer hat angefangen, wer? Siehst du hier Marok Smile, die schreibt, ja, das hat er gesagt. Siehst du? Ja, ja, das hat er auch gesagt. Ja und, aber wer hat angefangen? Am 7. Oktober. Ach, am 7. Oktober, ich bitte dich, 7. Oktober war doch der Punkt der Reich. Wo die nicht mehr weiter konnten. Warte, warte, du bist, ey, ey, ich weiß nicht, ich stand an deiner Stelle, würde ich mich schämen. Allein, dass du Marokkiner bist und für Palästina bist. Ist Palästina für Marokko, dass die Sahara uns gehört oder sind die dagegen? Haben die für uns gewählt oder gegen uns? Oder für die Polisario, sag mir. Für wen man gewählt? Politik juckt mich ganz wenig Politik. Ja, aber warum sind die, nur weil die Muslimen sind, obwohl sie unser Land schaden wollen, unser Land teilen wollen, die sagen, unsere Sahara gehört euch nicht. Wir haben unterschrieben für Polisario, nicht für Marokko. Israel hat für uns unterschrieben. Israel erkennt unsere Rechte auf unsere Sahara und du bist... Ja, aber du gehst jetzt in die Politik, du gehst jetzt in die Politik rein. Es geht ja auch um Land in Palästina. Worum geht es in Palästina? Nicht um ein Land? Das ist aber ein Religionskrieg, was da passiert. Die sind gegen Marokkiner, die sich ihr Land bekommen. Und du willst sie unterstützen, ein Land zu bekommen, obwohl sie sein Land faden wollten, Mann. Und du unterstützt die Leute, die Bomben in die Moschee Al-Aqsa reinschmeißen? Natürlich, Israel hilft Marokko. Israel hat uns sehr geholfen und hilft uns jetzt gerade. Warum soll ich nicht zu denen stehen? Ich stehe zu uns. Ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Du unterstützt die Leute, die Bomben in die Al-Aqsa-Moschee reinschmeißen? Ich unterstütze keine Bomben. Ich unterstütze nur keine Terroristen. Weil die Palästina zusammen mit... Guck mal, 1987, 1987, als Zersir Arafat, die Chefs von Polisario traf. Der ist doch zu Polisario gegangen. Zu den Herzfeinden von Marokko. Die Leute, die unser Land zerstören wollen und durchzweiteilen wollen. Die wollen die ganze Wüste, die ganze Südmarokko nehmen. Über die Hälfte von unserem Land wollen diese Leute nehmen. Der hat sie unterstützt. Der ist zu denen gegangen. Der hat gesagt, eure Situation ist wie unsere Situation in Palästina. Deswegen unterstützen wir euch. Und die werden noch bis heute von Palästina unterstützt. Von Hamas. Und die wollen unserem Land schaden. Israel tut das nicht. Warum soll ich zu denen stehen? Nur weil sie Moslems sind? Nein, Mann. Die wollen uns doch schaden. Recherchier mal ein bisschen, bitte. Lass dir dein Gehirn nicht waschen. Hör mal, die Israelis. Die haben in Marokko nur Interessen. Wirtschaftliche Interessen. Die hatten ja auch jahrelang keinen Kontakt mehr. In Agrikultur haben die uns geholfen. Die haben uns geholfen im Krieg. Das sind wirtschaftliche Interessen. Verstehst du das nicht? Die helfen nur, wenn die wissen, da ist Kohle zu holen. Willst du, dass dein Land durch zwei geteilt wird? Willst du, dass Marokko, Südmarokko allein ist, geherrscht von Polisario und dass oben von uns geherrscht wird? Also willst du, dass dein Land geteilt wird, einfach für die Palästina, nur weil sie Moslem sind? Willst du mich verarschen? Mann, wach auf. Sie wollen dein Land teilen. Und die Palästina unterschreibt jedes Mal, jedes Jahr unterschreibt für Polisario und nicht für dich. Warum ist der marokkanische König Präsident von den Palästinensern? Nicht mehr. Nicht mehr. Natürlich ist er das noch. Nein, gar nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Recherchiert schon lange nicht mehr. Sein Vater war doch schon seit den 90ern. Anfang 90ern. Das war Hassan Tani und als Yesir Arafat. Dein Sohn auch, Mann. Erzähl keinen Scheiß. Weißt du, was die Aussage von Yesir Arafat bedeutet? Yesir Arafat hat gesagt, eure Situation ist wie unsere. Das heißt, Marokko ist ein schlechter Land, das ein anderes Land ihr Recht nicht erkennt. Der hat gesagt, ihr, Polisario, habt das gleiche Problem wie wir und wir stehen zu euch gegen Marokko. Es gab einen Riesenskandal in den 87er. Und jetzt gerade wieder vor ein paar Tagen, zwei, drei Wochen, war doch der Dings von Hamas in Marokko und hat direkt zum Volk gesprochen. Der hat einen Riesen-Dings-Kritik bekommen von uns. Wie kannst du direkt zum Volk reden? Marokkoaner sind nicht dein Volk. Warum redest du direkt zu denen und sagst, wir brauchen Blut, wir brauchen eure Opfer? Der will sein Land durch zwei Teilen. Die wollen uns schaden. Weißt du, wenn Marokko sich zum Zweiteil etwas passiert, dann haben wir schlimmere Kriege als in Palästina. Pass auf, wenn du unterstützt, Mann. Wir haben dann Schlimmeres mit Polisario, die haben uns letztens angegriffen, du hast gesehen, dass zwischen Mauritania und Marokko nichts mehr durchgehen konnte. Keine Güte, nichts, keine LKWs, gar nicht. Die haben uns bombardiert. Du weißt doch, gerade vor einem Jahr ist es passiert. Und die werden unterstützt von Hamas, von Palästina und von Algerien. Und die wollen dein Land schaden, die wollen dein Land demolieren. Und du unterstützt sie auch noch. Und das ist für die Palästina, obwohl die die Messer in den Rücken stechen. Die unterschreiben jedes Jahr für Polisario, die unterstützen Polisario vollkommen. Die erkennen nicht dein Recht auf dein Sahara in Marokko. Israel erkennt dein Recht in Sahara in Marokko. Warum? Weil die Israeli, die Juden sind vor 2400 Jahren in Marokko. Seit 2400 Jahren haben sie ihre Gräbe in Marokko. Sie haben ihre Gräbe auch in Südmarokko. Deswegen unterstützen sie uns auch. Das sind deine Brüder. Es gibt ein Million Marokkaner in Israel, Mann. Es gibt ein Million marokkanische Juden in Israel, die aus Marokko gegangen sind. 300.000 sind die ein Million. Das sind deine Brüder und deine Geschwister. Dann frage ich dich, warum? Dann frage ich dich, warum? Guck mal, mit den Palästinensern hast du nichts gemeinsam, außer eine kranke Ideologie. Mit den Juden hast du was gemeinsam. Die sind dein Blut, deine Nachbar. Die haben in unserem Land gelebt, 2400 Jahre. Wir hatten nie Probleme mit ihnen. Ja, dann frage ich dich, warum 15 Jahre lang keine Botschaft in Marokko war von Israel. Die sind ja erst seit einem Jahr wieder. Und die istlamische Oma, weil die haben das gebraucht, weil es gab den schiitischen Islam aus Iran. Und alle islamischen Länder bei uns haben gesagt, okay, wir machen die Oma Arabiya, wir machen die Wahda Arabiya. Wir sind Araber, wir sind Moslems. Und nur um das zu stärken. Aber kamen keine Juden nach Marokko in dieser Zeit? Natürlich. Die haben ihre Häuser, ihre Synagoge die ganze Zeit. Ja, natürlich. Aber keine Botschaft, keine politischen Kontakte. Es gibt einmal die Juden in Marokko, Dörfer von Juden. Du wirst denken, das sind einfache Marokkaner. Genauso angezogen wie die Marokkaner. Du merkst nicht mal den Unterschied. Und das sind Juden. Das sind unsere Leute und unsere Blut. Mit Palästinensern haben wir nichts zu tun. Die verachten dich. Die sehen dich als Müll. Die beleidigen dich. Die wollen dein Land kaputt machen. Die wollen dein Land durch Zweiteilen, damit Krieg bei uns losgeht. Und wir werden nie damit aufhören. Pass auf, wer dich unterstützt. Israel unterstützt uns mit Waffen, mit Drohnenbau. Jetzt bauen wir Drohnen dank Israel. Dank deren Unterstützung haben wir jetzt auch Fabriken, die Drohnen bauen in Marokko. Wir haben jetzt für Agrikultur Pflanzen. Die haben uns Wassersysteme installiert. Die haben uns Sonnenenergie installiert. Die sind doch die Besten. Und die anderen, was haben die uns gegeben, die Palästinien nach? Nicht, die unterstützen die Terroristen, die in Südmarokko leben, damit die uns jedes Mal attackieren und angreifen und unser Land kaputt machen. Und du unterstützt sie nur, weil die Moslemen sagen, das sind deine Brüder. Und die Juden, die wirklich deine Brüder und deine Nachbarn und deine Leute sind und die gleiche Nationalität, den gleichen Reisenpass haben wie du, da bist du gegen sie. Es gibt ein Million, über 50 Prozent in Israel sind Marokkaner. Ja, die Abschlussrede von unseren Propheten. Wenn du nach Israel gehst, wirst du sehen, wie die mit dir umgehen werden. Wenn du nach Israel gehst, wirst du sehen, wie die mit dir als Marokkaner umgehen werden. Die werden dich begrüßen, die werden alles tun, damit du glücklich bist. Geh nur in den jüdischen Konsulat, geh, sag ich bin Marokkaner, ich will ein Visum. Und guck, wie die dich dann begrüßen werden. Die lieben uns. Die Palästinenser wollen unser Land kaputt machen, Mann. Recherchiere ein bisschen, bläse ein bisschen. Das sind unsere Freunde, unsere Brüder. Das heißt, du findest gut, was im Moment passiert in Palästina, dass kleine Kinder... Ich kämpfe hier die ganze Zeit und ich brüle hier und mache meine Nerven kaputt jeden Tag, nur damit es Frieden herrscht. Aber solange diese kranke kriminelle Ideologie gibt, wird es keine Ruhe geben. Der Dschihad ist eine Pflicht in dem Islam. Und die machen das, die nennen sich doch Mujahideen. Die machen das als Dschihad, weil die glauben, dass dieses Land die Muslime gehören soll. Punkt. Nicht wegen der Politik, die machen das aus einem religiösen Grund. Und ich unterstütze keine Fanatiker. Ich unterstütze keinen Fanatiker, der sagt, ich habe das Recht, Leute zu töten und Leute zu versklaven. Sorry, nein. Mit Fanatiker kann man nicht reden. Radikale Ideologien brauchen radikale Antworten. Ich will Frieden, ich will, dass wir in Ruhe leben. Ich will, dass wir miteinander mit Liebe umgehen und nicht Krieg. Und mit Muslime kann man das nicht. Ich kann das nicht, weil die Ideologie, die Religion unterstützt den Krieg. Der Islam will keine Ruhe haben. Der Islam will Krieg haben. Weil mit Ruhe kannst du nicht leben. Der Islam will Krieg, will Leute versklaven, verkaufen und kaufen und Gebäude machen. Nein, dann hast du den Islam falsch verstanden, mein Bruder. Nein, ich kenne mich sehr gut. Ich habe den Islam sehr gut studiert und ich kann ihn besser als sogar seine Mann. Leider muss ich dir widersprechen. Nein, ich habe den Islam in Marokko studiert und ich weiß, dass wir die Ideologie haben. Ja, das stimmt. Wenn Muhammad gesagt hat, Hast du den Tafsir dazu gelesen? Den Tafsir, das war bezogen auf die Leute, die den Propheten bekriegt haben. Bruder, Al-Jihad, Fard, haben wir sie angegriffen in Marokko? Hat Nordafrika Saudi-Arabien angegriffen? Oder warum sind sie zu uns angekommen? Sind die mit Blumen? Weißt du, wie lange der Krieg zwischen Marokko und Saudi-Arabien und den Muslimen gedauert hat? 86 Jahre haben die uns geschlachtet. Warum glaubst du, sind die einmal in den Bergen geflüchtet? Warum glaubst du, dass heute die einmal alle in den Bergen geflüchtet sind? Warum soll ein Mensch freiwillig in den Bergen gehen, wo man nichts pflanzen kann, wo man keine Tiere halten kann, wo man Minusgrad hat und Schnee und gar nicht überleben kann? Warum? Wenn nicht vor Angst vor dem Muslimen. Weißt du, wie die uns gemesselt haben? Weißt du, wie Sklaven, wie die uns versklavt haben? Kennst du überhaupt die Kriege? Kennst du überhaupt unsere Könige vor der Islam? Was haben die bis Spanien, haben sie sich bis Spanien verteidigt? Und warum sind die bis nach Spanien gekommen, wenn es keinen Krieg in den Islam gibt? Der Krieg hat 86 Jahre gedauert. Das waren acht Kriege. Die haben uns jedes Mal angegriffen. Die haben sie platt gemacht. Die sind zurückgegangen, haben wieder ihre Armee gegründet und haben uns wieder angegriffen. Warum sollten wir dann Saudi-Arabien angreifen? Mekka. Warum sollten wir sie angreifen? Die haben uns angegriffen. Der Hunger hat sie getrieben. Nicht ein Gott. Der Hunger und der Durst hat sie getrieben, uns anzugreifen in Nordafrika. Wir waren eine riesige Zivilisation. Lese deine Geschichte, Mann. Lese deine Geschichte. Das ist schämend. Ich schäme mich, dass du nichts weißt über deine Vorfahren, dass du nicht weißt, wie die gemesselt wurden, dass du nicht weißt, wie viele Leute bei uns versklavt wurden. Als erster Angriff haben sie 1,3 Kinder versklavt. Als erster Angriff haben die Muslime 1,6 Kinder, 1,36 Millionen Kinder versklavt. Als Anfang. Die haben Frauen von uns versklavt. Die Leute mussten ihre Kinder verstecken, damit die nicht entführt werden von den Muslimen. Wir haben noch den Kopfsteuer bezahlt. Sie haben uns noch die Hände abgehackt und die Ohren und den Nasen und gesagt, damit ihr euch nie wieder traut, gegen die Muslime zu kämpfen. Lese seine Geschichte. Lese eben nur über den Khaldun. Lese, was er geschrieben hat, wie die uns gemetzelt haben. Ja, die Kreuzzüge, die die Christen gemacht haben, die waren auch nicht gebissen. Das war eine Antwort. Das war eine Antwort, weil sie deren Jerusalem angegriffen haben. Die haben die Antwort, das ist egal. Aber haben wir sie angegriffen aus Marokko und Algerien und Tunisien? Nein. Haben wir, weil sonst hätten die Kriege stattgefunden in Saudi-Arabien und nicht in Marokko. Also hätten wir sie angegriffen, würde der Krieg stattfinden in Saudi-Arabien und in Mekka und nicht in Nordafrika. Denk ein bisschen. Benutz dein Kopfmann. Nein, unsere Vorfahren waren keine Muslime. Es gab Heiden. Wir hatten unsere eigene Religion, unsere eigene Propheten. Der hat gesagt, ich gehe weg und ich werde zurückkommen. Manche glauben sogar noch daran in ein paar Bergen. Warum hauen die Leute ab? Hier sieht das. Jetzt mal, wenn Muslime angreifen, hauen die Leute ab in Bergen. Ich habe gesehen bei den Jesiden. Die Leute sind in den Bergen gegangen. Kein Mensch sucht sich freiwillig auf einem Berg voller Steine zu leben, wo man nichts pflanzen kann. Keine Tiere halten kann. Du hast kein Wasser. Du hast Minusgrad, Schnee. Ihr habt gesehen letztens, als der Erdbeben war in Marokko, die Leute konnten nicht mal einen Weg finden, um dorthin zu gehen. Weil diese Leute haben extra gesucht, schwierige Orte, damit die Muslime sie nicht erreichen. Und haben sich da versteckt. Hi Carlo. As-salamu alaykum, Maruja. Hi Brutti, hi. Wie geht's? Bitte, Leute, liest eure Geschichte. Ich bitte euch, liest die Geschichte, wie die Kriege zwischen Marokko und der König Axel von Sus. Sus, das ist die Region von Agadir, Tarudent und so fort. Wir hatten da einen König, der hieß Axel, das bedeutet Löwe auf Amazir. Der wurde angegriffen von Orkob-Lunafir. Der hat sich versklavt. Der hat ihn erniedrigt. Der hat sein Volk erhungern lassen. Und der hat dann Orkob-Lunafir getötet. Und der hat ihn dann fertig gemacht. Lest über die hier, die Königin, die in Algerien war. Die hat zwei Kriege mit denen geführt. Als die kamen, hat er gesagt, gebt, wenn ihr ein Buch von Allah habt, von einem Gott, gebt uns dieses Buch. Wir können lesen. Und wenn ihr den Krieg, was anderes wollt, dann werdet ihr eure Gräber finden. Die hat sich fertig gemacht. Dann hat der Sultan gesagt, von den Muslimen, Ich schwöre, ich werde eine Armee schicken, wo der Anfang bei dir ist und das Ende bei mir ist. So eine lange Armee hat er geschickt. Und dann hat sie, das zweite Mal hat er gesagt, Leute, wenn ihr ein Buch habt von einem Gott, wir können lesen. Wir sind nicht Analphabet. Gebt uns das Buch, wir lesen es. Und jeder, der ein Schwert in der Hand hat, ist ein Lügner. Das war die Wahrheit. Lese unsere Geschichte. Lese Nomidia, der Königreich von Nomidia. Lese der König Jugurta, der 30 Jahre lang Krieg gegen den Römer geführt. Lese seine Geschichte von Marokko, damit du verstehst, dass wir eine große Zivilisation waren, bis der Islam kam und wir haben uns verhungert, versklavt und Arme und Arme gemacht. Und das ist ja die Wahrheit. Lese bitte unsere Geschichte, Bruder. Das ist wichtig. Wir waren keine wilden Menschen. Wir sind nicht aus Jemen gekommen. Wir waren da seit ewig und immer, seit Tausende von Jahren. Wir hatten eine riesige Zivilisation. Wir haben alles ausgelöscht, unsere Kultur ausgelöscht, unsere Geschichte ausgelöscht. Alles. Wir haben uns nur den Islam gelassen. Deswegen wissen wir heute nichts. Man muss recherchieren und lesen. Die Geschichte ist sehr wichtig. Danke, Leute. Ich muss mich wieder beruhigen. Sorry. Hast du dich ausgekotzt? Nein, weil ich... Nein, es spricht mir das Herz. Er ist Marokkiner wie ich, deswegen macht mich das noch verrückter. Verstehst du? Er unterstützt eine Ideologie und er weiß nicht, wie das zu uns kam, wie unsere Vorfahren da gelitten haben, was sie mit unseren Kindern gemacht haben, was sie mit den Frauen gemacht haben. Der Brief von dem Sultan, ich soll euch den Brief lesen von dem Sultan, was er geschrieben hat für Hakim Efrekia, Musablon Usair, der Brief, den er geschrieben hat für den Herrscher über Afrika. Schick mir die Frauen und bitte sei sehr selektiv. Die Hände sollen so sein, der Mund soll so sein, die Wanken sollen so und so sein, ihre Beine müssen so sein. Wir brauchen sie als Mütter für unsere Kinder, also als Sklavinnen. Und so wie er über unsere Mütter und unsere Vorfahren spricht, als wären sie eine Ware. Als er ihm gesagt hat, dass alle Marokko den Islam angenommen haben, wir können keine mehr versklaven, der sagte ihm, mir ist scheißegal, deren Islam, schick mir Sklaven. Ich habe mich interessiert, deren Islam, ich schick mir deren Sklaven. Lese die Briefe, die dann an den Herrscher über Afrika geschickt wurden und Marokko. Ob sie da gefragt haben, ob wir beten, ob wir fasten, nein, die haben nur nach Sklaven gefragt. Es geht denen gar nicht um unsere Glauben, die wollten uns nur unterdrücken. Und das ist ja die Religion, das ist die Wahrheit. Wir haben uns gemessen in Indien, haben die 80 Millionen Menschen getötet, damals waren nur 400 Millionen in Indien. Hindukusch, der Graben von Indien, 80 Millionen Menschen. Was haben die Araber in Indien verloren? Was? Was haben die Muslimen in Indien verloren? Das ist auch eine riesige Zivilisation. Die Indien waren viel besser als ihre Monumente, ihre Gebäude, ihre Zivilisation, ihre Essen, sie waren tausendmal besser als die Araber, bis die Araber dort ankamen und alles kaputt gemacht haben. Egal wo die Muslimen ankamen, haben die das Land fertig gemacht, bis zu Boden. Wir könnten uns nicht mehr wehren, gar nicht, wir haben uns nicht entwickelt, die haben uns einfach nur Geld genommen, versklavt, Geld genommen. Die Leute haben ihre Kinder verkauft, um Kopfsteuer zu bezahlen. Unsere Vorfahren haben ihre Kinder verkauft, um den Kopfsteuer zu bezahlen. Wie kann jemand so eine Ideologie unterstützen, die seinen Vorfahren einfach... Ja, Marokko war auch... Wir hatten auch Christen, Juden und auch Heiden. Wir hatten mehrere... Wir haben alle in Ruhe zusammen gelebt. Juden leben seit 2400 Jahren in Marokko. Es gibt Gräber, die 2400 Jahre alt sind, die Marokko von Juden. Wir hatten nie Probleme mit denen. Nie, bis der Islam kam. Nie hatten wir Probleme mit irgendwelchen Juden. Die haben zusammen gelebt, die haben sich mit der Kultur zusammen gemischt. Unsere Kultur hat sich mit deren Kultur vermischt. Es gibt ein jüdisches Fest, der eigentlich aus Marokko stammt. Nur die marokkanischen Juden feiern dieses Fest, Mimona. Nur die marokkanischen Juden, was ist das? Die haben ja sieben Tage gefastet. Ich weiß nicht, wie dieses Fest bei den Juden heißt. Ich glaube, Psa-Psi, wie heißt das? Die fasten sieben Tage. Und an dem achten Tag kamen immer die marokkanischen Nachbarn und haben dann Essen gebracht, Obst, Gemüse, Fisch und so Sachen und haben dann mit den Juden gefeiert, dass sie die sieben Tage fertig hatten vom Fasten. Und dieses Fest wird noch heute in Israel gefeiert von den marokkanischen Juden. Das gibt es nur bei den marokkanischen Juden. So gut haben sie sich verstanden, dass sie einen neuen Feiertag erfunden haben oder erschaffen haben. So gut haben sie miteinander zusammen gelebt. Es gab nie Probleme, bis der Islam kam. Und der Islam hetzt auf jede andere Religion. Mohammed sagt ja, Es gibt zwei Arten von Erde im Islam. Ard al-Harb und Ard al-Islam. Land von Krieg und Islamland, wo der Islam herrscht. Dschihad ist Fard Kifaya. Der Jihad wird nicht aufhören bis an den jüngsten Tag. Die Muslime müssen immer die Angriffskriege führen, um den Islam dort zu zwingen in den Ländern. Ja, weil Muslime, die wollen nicht, dass du deren Religion folgst. Deswegen sind Juden friedlich, weil man kein Jude sein kann, nur wenn die Mutter jüdisch ist. Wenn nicht eine jüdische Frau dich geboren hat, bist du kein Jude. Die haben keine Werbung. Die machen keine Werbung für ihre Religion. Die sind unter sich. Die sind friedlich. Die wollen nicht, dass andere Leute deren Religion nehmen. Man kann nicht Jude werden. Deswegen sind die nicht aggressiv. Naja, wer nicht in Ruhe leben will, wer fanatisch denkt. Man kann nicht mit irgendwelchen fanatischen Terroristen verhandeln. Geht nicht. Kannst du nicht. Diese Leute wollen nicht ein Land haben. Die hätten die Chance dafür, was ist passiert. Am nächsten Tag haben sie alle Israel angegriffen. Marokko auch inbegriffen. Und die haben sie fertig gemacht. Sorry, die wollen da nicht in Ruhe. Die wollen den Konz haben. Die wollen die Moschee haben, weil die islamisch sein muss. Die wollen das haben, islamisch machen. Und deren Ziel ist ja ganz Israel auszulöschen. Lest mal die Charta von Hamas. Was ist deren Ziel? Ich sehe Bilder von Müttern, palästinische Müttern, die ihre Kinder zur Schule schicken. Erster Tag mit Schuluniform. Und sie schreibt, inshallah sehe ich dich in den Märtyrenuniform. Also halt tot. Sie wünschen sich ihren Sohn, die darf ich sterben, weil die bekommen dann Ansehen in der Gesellschaft. Ja, mein Sohn ist für unsere Sache gestorben, für den Islam und werden dann respektiert. Diese Leute wollen keinen Frieden. Diese Leute wollen Krieg. Diese Leute wollen ganz Israel auslöschen und dieses ganze Land nehmen und dann auch die andere Länder. Das ist ja der Ziel vom Islam. Das war so, was haben die Osmanen gesucht bis nach Wien? Wie ist der Islam überhaupt nach Spanien angekommen? Die waren bis Frankreich. Die Muslime waren nicht bis Frankreich. Und dann soll es eine friedliche Religion sein. Sind die zu uns mit Blumen gekommen? Ich sage, der Krieg hat 86 Jahre gedauert. Ist das friedlich? Wer AXA beherrscht? Ich bin jetzt nur ein Stein. Ich bin nicht religiös, wie ihr weißt. Ich bin Agro-Sicker. Ich habe eine kurze Frage an dich. Glaubst du, dass das Paradies heilig ist? Ein heiliger Ort? Paradies? Ja. Was heißt heilig? Heilig müssen wir hier sein, ne? Um da hinzukommen. Dann ist ja der Paradies heilig, weil das ja nur für die Heiligen ist, oder nicht? Ja, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst, aber erzähl. Auf was denn? Ja, erzähl. Ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, dann hau mal raus. Meinst du irgendwas mit den 72 Frauen oder was? Ja. Nicht nur die Frauen, auch die Kinder. Nein, nein, aber ich wusste genau, worauf er hinaus wollte. Er wollte auch die 72 Frauen. Wenn wir einmal im Paradies sind, du meinst, dass... Hör mal, ich hatte dir gerade gesagt, Paradies können wir uns nicht vorstellen, wie das da ist. Ja? Er sagt im Koran, wie das ist man. Ja, steht im Koran, aber alles metaphorisch, ne? Ja, das darfst du nicht bildlich jetzt, wie jetzt in unserem Leben sehen. Das sind alles, genau wie jetzt. Sind das Roboter, oder wie? Bitte? Sind das Roboter? Er sagt dir, das sind kleine Kinder, die nicht bluten, die kommen mit Getränken und die sehen aus wie gestreute Perlen. Und die werden nie alt. Warum erzählt ihr mir so eine Idee? Sehr, sehr, sehr deutlich in seiner Erklärung, in dem Koran. Also das ist nicht interpretiert, also in dem Koran ist schon sehr deutlich, dass das um kleine Kinder, so um Pädophilie geht. Ja, Mann. Das kann, das stimmt schon mal gar nicht, weil jeder Einwohner im Paradies wird 33 Jahre alt sein. Er sagt dir, Will Dan und Mokaled und das heißt, Kinder, die nicht älter werden. Will Dan, Walad, is Will Dan, kommt von Walad oder nicht? Ja, ich hab dir doch gerade gesagt, Paradiesbewohner sind 33 Jahre alt. Nein, Will Dan, Will Dan, 33 Jahre alt sind Rijal. Wenn du Pädophilie erreichst, bist du Rijal, bist du kein Walad mehr. Will Dan, Mokaled und das sind Kleinkinder, die ewig jung bleiben, die kommen zu euch mit Tassen und mit Getränken. Und wenn du sie siehst, sind das wie gestreute Perlen da, weil die hell und die haben helle Haut und der will sagen, dass sie attraktiv sind. Der Atme, wie er darüber spricht, ist schon, um zu zeigen, dass sie attraktiv sind. Warum soll er mir sagen, die bluten nicht? Was soll Leihensiphon? Was soll das bedeutet, Leihensiphon, dass die Kinder nicht bluten? Was soll denn der Scheiß? Das ist schon pervers, finde ich. Also ich sag mal so, ich wollte, wie du schon richtig erahnt hast, war das mein Ziel. Ich wollte darauf hinaus, weil das ja ein heiliger Ort ist. Und ein heiliger Ort kann man ja nicht mit so etwas beschmutzen, sage ich mal. Was heißt beschmutzen? Das ist unsere Belohnung dafür, dass wir da hingekommen sind und dann, dass wir 72 Franken bekommen. Ja, und dann ist es auch schön. Ich dachte, die kriegen nur diese Leute, die sich in die Luft fliegen. Nur derjenige, der für den Dschihad und für den Islam gestorben ist, oder nicht? Weil derjenige, der nichts dafür tut, was bekommt er denn? Derjenige, der nicht für das Apfel, für den Allahs Weg gestorben ist, was bekommt er denn? Keine Ahnung, was er bekommt. Okay. Der Normalo bekommt nur zwei, schreibt Putin. Also nur zwei Frauen, aber besser zwei als eine, oder wie? Frauen, einer sagt, was bekommen die Frauen? Frauen bekommen wahrscheinlich die Kofar. Die bekommen gar nichts. Kein Moslem kann mir beantworten, was eine Frau für einen Vorteil im Islam hat. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Seit zwei Wochen möchte ich das wissen und keiner kann es mir beantworten. Also wenn man mich als Christin fragen würde, welche Vorteile ich habe, als Christin zu sein, das würde wie ein Maschinengewehr rauskommen, wie ein Maschinengewehr. Und seit zwei Wochen frage ich unsere großen TikTok-Imame hier und keiner kann mir was sagen. Also ein Vorteil ist, du als Frau im Islam, wenn du Muslima bist, dass du ins Paradies kommst. Hast du einen Vorteil? Das ist kein Vorteil. Also hör mal zu. Natürlich ist das ein Vorteil. Oder willst du in die Hölle? Hör doch zu. Nein, hör doch zu. Wenn ich Christin bin, gehe ich auch ins Paradies, in den Himmel. Also ist es kein Vorteil. Also es ist nichts, was ich extra habe, was ich im Christentum nicht habe. Da bin ich auf der Suche. Moment, du kannst jetzt nicht als Christin ins Paradies und als Muslima ins Paradies. Eins davon, von den beiden, müsste falsch sein. Ja gut, aus deiner Sicht bin ich falsch und aus meiner Sicht bist du falsch. Genau, deshalb sage ich dir von meiner Sicht aus, der Vorteil als Muslima ist, du kannst ins Paradies. Ich möchte einen Unterschied haben, einen Unterschied, einen Vorteil, einen Unterschied haben. Ja, Paradies. Das ist kein Unterschied, wir haben auch Paradies. Das ist kein Unterschied, ja. Aber du weißt. Ich will einen Unterschied. Nein, das lasse ich nicht gelten. Ich will einen Unterschied. Sie meinten, dass du auch 70 jungen Männern bekommst. Nein, ich will nicht 72 jungen Männer. Aber gut. Guck mal, wenn du schon nicht in die Hölle kommst, das ist schon Bonus genug, glaub mir. Oh, also siehst du, guck mal, ich komme als Christian auch nicht in die Hölle. Ich will etwas haben, was, nein, ich will keine Gigolos haben, Putin. Ich will etwas wissen, was es im Christentum, was ich dort nicht finden kann. Ich will das wissen. Keiner kann mir was nennen. Das ist echt schwach von euch. Ich bin da voll enttäuscht. Seit zwei Wochen. Ich wünsche mir, weil ich habe eine Bitte an Asis, ich bin doch Udi Bledek, Bitte Asis, die Geschichte von Marokko, was ich dir gesagt habe, lese bitte, was Eberhard du gesagt hast. Bitte, weil ich möchte auch wirklich eine Antwort von dir bekommen, was du über diese Ereignisse denkst. Folg mir und du kannst mir vielleicht noch mal sagen, was du da ehrlich zwischen dir, dir selbst, was du darüber denkst, wie die Leute da gelitten haben und so. Bitte. Das kann ich gerne machen, aber das wird sowieso meine Einstellung zum Islam nicht verändern. Das ist nur Gehirnwäsche. Gehirnwäsche kann man bekämpfen. Du kannst dich davon befreien, wenn du recherchierst und die Wahrheit siehst. Kannst du dich davon befreien. Glaub mir. Ich habe mich auch davon befreit. Ich bin auch Marokko geboren. Ich bin in Marokko geboren und dort aufgewachsen und dort studiert und dort gelernt. Da habe ich in Marokko die Religion verlassen, nicht hier in Deutschland. Das hat gereicht, weil das ich gesehen habe, hat gereicht, dass ich in Marokko schon die Religion verlasse. Und nicht nur ich. In Marokko verlassen jedes Jahr hunderte, zehntausende von Leuten den Islam. Letztes Jahr waren 17.000. Wir haben eine Zählung gemacht, wie viele Leute den Islam verlassen haben. In Marokko waren 17.000 Menschen, die in Marokko leben. Und sogar die Eier hatten zu sagen, nein, die stehen nicht für diese kriminelle Ideologie. Das geht nicht. Das geht nicht. Also ist es in der Bibel, im Arabi? In der Bibel, im Arabi, ja. Das ist dann perfekt für dich. Dann kannst du ja den Koran auf arabischer Sprache lesen. Naja, natürlich. Aber wie gesagt, den zu lesen ist nicht das Problem. Zu verstehen ist mehr das Problem. Dafür hast du ja die Gelehrten und die Tafsire. Ja, genau, richtig. Ich habe den Koran ja gelesen. So ist das ja nicht. Also bist du der Meinung, dass Kinder erlaubt ist laut dem Islam und akzeptabel? Oder kommst du auch wieder mit dem, ja damals war eine andere Zeit? Ich habe vorhin dem, wie heißt der? Putin. Genau, Putin. Meine Meinung dazu gesagt. Natürlich wird jetzt ein Mädchen, ja, die 10, 9, 11, 12, 13 ist, die aus dem wohlhabenden Haus kommt, nicht verheiratet werden, ja. So. Wenn ich aber jetzt in Somalia oder Senegal oder so sehe, ja, das sind Mädchen, die ist 9 oder 8 oder 10 oder 11 und die sind meistens auch anatomisch anders gebaut als die Frauen jetzt hier, die Mädels hier, sage ich mal. Es gibt ja Mädchen mit 8, 9, 10, die sind ja schon reifer, sage ich mal, ne. So. Und wenn die keinen Vater, Mutter haben, die verstorben sind, ja, das ist so, ne, ein Waisenkind, ja, und da ist einer und der will die heiraten, ja, dann ist das doch für das Mädchen besser in dem Moment, ja, weil sie nichts hat. Jetzt habe ich es bitte, jetzt darf ich mal aussprechen, sonst werde ich böse. Ich habe zweieinhalb Stunden jetzt und die ganze Unterbrache. Erzähl kein Mist, dass er die dann heiraten kann. Wieso adoptiert er die nicht als Tochter und schläft nicht mit ihr, okay? Er kann sie dann auch ernähren, er muss aber nicht mit ihr schlafen, also erzähl erst mal kein Mist, ja. Zweitens, Tanako, ich kann deine Frage beantworten, was du vorhin gesagt hast, was kriegt die Frau. Die Frau kriegt einen Mann und den teilt sie sich mit 71 Jungfrauen. Das kriegt die Frau und nicht mehr. Du hast vorhin gesagt, Kinderehe lehnst du ab, aber wenn Allah das sagt, ist das okay für dich. Du hast gesagt, du lehnst den ganzen Koran ab, du hast keine einzige Quelle gebracht, du kannst deine eigene Geschichte akzeptieren, redest irgendwelche Sachen, die du dir selber irgendwie aus dem Kopf ausgezogen hast, du hast gar keine Ahnung, auch wenn du Arabisch kannst, du hast gar keine Ahnung von deinem Koran. Ich sage dir das so, wie es jetzt ist, du redest dir alles schön und alles klar, dann mache ich das. Adonis, dein Mikro rauscht, man hört dich nicht, huhu. Man hört dich nicht. Du bist aber kein Muslim, ne? Nein, ich bin natürlich kein Muslim. Naja, deshalb, dann erzähl mir nicht, dass ich keine Ahnung habe. Du hast auch keine Ahnung. Aber der Babu hier, der Babu hier hat Ahnung und die Gelehrten, so wie Al-Jalalain, der das bestätigt, das mit der Kinder-Ehe. Ich sage mal so, ohne dem Babu nahezutreten zu wollen, wenn eine Ahnung vom Islam hätte, vom Koran hätte, der wäre nicht ausgetreten. Okay, aber du hast keine Ahnung, warte, 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 das war direkt an mich. Du hast keine Ahnung, aber du weißt das. Und ich habe Ahnung, aber ich weiß nicht. Das ist auch ein bisschen, das ist ja die Doppelmoral in dem Islam, weil die Moral beim Muslimen ist gestört. Es gibt ein Idjmer. Weißt du, was ein Idjmer in dem Islam bedeutet? Weißt du, was ein Idjmer? Idjmer, das bedeutet, alle Gelehrte über die Geschichte sind sich einig, einig, dass das Kind eher damit gemeint ist und dass der Vater seine Tochter zwingen kann, zu heiraten. Lese Idjmerat Ibn al-Mundir. Lese Idjmerat Ibn al-Mundir. Zawaj Saghera. Ich nenne die jetzt die Quellen, obwohl ich keine Ahnung habe. Idjmerat Ibn al-Mundir. Zawaj Saghera. Das Heirat von kleinen Kindern bei Idjmerat Ibn al-Mundir. Lese, was Ibn al-Mundir darüber sagt. Ich rede gerade nur von meiner Gedächtnis. Ich habe gar nichts von mir. Ich rede von meiner Gedächtnis. Auch wenn sie dagegen kämpft und nicht damit einverstanden ist. Und sie darf sich nicht scheiden lassen, wenn sie die Poverität erreicht. Lese Idjmerat Ibn al-Mundir und dann kannst du sagen, dass ich keine Ahnung habe. Und deswegen habe ich die nicht da verlassen. Na gut, dann sind ja zwei Milliarden andere Muslime dumm. Aber alle wissen das doch. Das passiert doch in unseren Ländern. Was meinst du? Das passiert in jedem islamischen Land. Da heiraten Kinder. Ich weiß nicht, warum du jetzt überrascht. Nur weil du in Deutschland lebst und das nicht vor dir siehst, heißt das, dass das nicht existiert. Das existiert in jedem arabischen islamischen Land. Nicht arabisch, sondern jedem islamischen Land. Wenn das passiert, dass auch in Marokko. Schreibt Marokko in YouTube. Kannst du arabisch schreiben? In Marokko ist das mittlerweile ab 18. Nein, es gibt ein Schlupfloch wegen dem Islam. Das, wenn der Kadhi, wenn der Richter oder der Imam meint, ja, die ist okay zum heiraten, darf sie heiraten. Das entscheidet der Imam. Ja, aber jetzt nicht mehr. Aktuell nicht mehr. Du bist Katastrophe, du bist sehr klein Mädchen mit elf, die Kinder haben. Du bist sehr klein Mädchen mit elf, die Kinder haben. Ein Beispiel. In Jemen sterben täglich acht Mädchen, offiziell, jetzt inoffiziell, keine Ahnung. Offiziell von Quellen, jemenische Quellen sterben jeden Tag acht kleine Mädchen, weil sie zu jung heiraten. In jedes Land passiert das. Ich weiß nicht, warum du überrascht bist. Also hast du das nie existiert. Es ist keine Streite, das in Islam, keine Streite, das in Islam, außer die Leute, die in Europa leben, keine Ahnung haben. Also frage mal einen Imam aus einem arabischen Land, ob es okay ist. Wenn ich die lügen euch hier nur an, weil die sich schämen. Punkt. Es gibt in jedem Land. Es war nie verboten, es ist nicht verboten. Es erlaubt jeder, wenn du ihm sagst, was bedeutet diese Vers, der will dir sagen, das sind die kleinen Kinder, du darfst ein Kind heiraten. Ich habe dir gesagt, dass Qodama ibn Madu'un, eine Sahabe Jalil, einen der besten Freunde von Mohammed, der Prophet. Qodama ibn Madu'un, ich nenne ihn den Namen von den Sahaben. Grundsätzlich habe ich keine Ahnung. Qodama ibn Madu'un hat die Tochter von Zubair geheiratet, an dem Tag, wo sie geboren wurde, mit Einstimmung von Mohammed und seinen Segen. Zweites Beispiel. Omar ibn Khattab hat die Tochter von Ali ibn Bitalib mit elf geheiratet. Mohammed hat Aisha mit sechs geheiratet. Ich weiß nicht, warum du jetzt irgendwie bestreiten willst. Also ich habe dir ja nicht gesagt, du hast keine Ahnung. Ich habe dir gesagt, du hast ihn nicht verstanden. Natürlich habe ich es nicht verstanden. Im Gegenteil, weil du ja keine Ahnung hast und das nicht verstehst, bist du immer noch Muslim, weil deine Eltern dir das erzählt haben als Kind. Und als Kind bist du gar nicht fähig zu analysieren oder zu kritisieren. Hast du keinen kritischen Geist, keine kritische Denkweise als Kind? Ich bin ja immer noch, ich bin ja kein Kind im Moment. Aber das wurde dir beigebracht als Kind. Und als Kinder nehmen wir die Sachen von unseren Eltern, ohne zu hinterfragen. Auch die Tiere, nicht nur wir Menschen. Ich habe die ja hinterfragt, ich habe die ja hinterfragt im Nachhinein. Ich habe doch den Koran gelesen. Ja, aber du hast das hier nicht herausgefunden, das, was ich sage. Wie kann das sein? Das habe ich nicht herausgefunden. Warum du zum Islam hältst? Das, was du erlebst, nennt man kognitive Dissonanz. Du hast eine Sache, wo du denkst, das ist eine absolute Wahrheit. Deine Mutter und dein Vater haben dir gesagt, der Islam ist die absolute Wahrheit. Oder warum bist du Muslim? Hast du dich entschieden, irgendwann mal im Islam zu konvertieren? Nein. Und jeder, der Muslim geboren wird, stimmt auch Muslim. Und jeder, der Schiit, der schiite Eltern hat, ist Schiit, der sunnitische Eltern hat. Aber das stimmt doch nicht. Warum konvertieren viele Christen zum Islam? Das passiert nicht. Nein, die meisten verlassen direkt den Islam, wenn sie die Wahrheit sehen. Nein, ich kenne sehr viele deutsche Kollegen, die sich konvertieren. 85% von den Menschen sind vielleicht gestört und die wollen Kinder haben und die wollen diese ganzen kranke Sachen. Ja, die Leute sind ja auch zur IS gegangen. Die Leute sind ja freiwillig zur IS gegangen und zu sterben und zu kämpfen. Nicht alle Leute sind normal, manche mögen sowas, manche sind dafür und sind fanatisch. Also, aber gesunde Menschen, wenn sie sowas finden, verlassen sie direkt den Islam. Also, man kann, guck mal, ich will dir nochmal die kognitive Dissonanz erklären, damit du verstehst. Du nimmst das von deinen Eltern. Ich, wie gesagt, habe die Eltern Schiiten, kommt das Kind Schiit. Wenn die Eltern Achmediten sind, ist das ein Zufall? Nein. Was hast du, weil die Eltern, das ist, weil die Eltern dir das beibringen und du nimmst das als absolute Wahrheit. Du fragst das nicht als Kind. Wie hast du das, wie hast du das gerade genannt? Kognitive was? Dissonanz. Also, das kognitiv, das ist... D-I-S-S-O-N-A-N-Z. Dissonanz. Ja, ich weiß, was kognitiv ist. Du meinst, das ist meine... Das soll eigentlich heißen, dass das so eine Beeinflussung ist von meiner Wahrnehmung. Ich will dir sagen, das heißt, du hast eine Sache, die du als absolute Wahrheit hast. Wahrheit wahrnimmst. Du hast eine Information bekommen von deinen Eltern für dich, das ist die absolute Wahrheit. Und dann wirst du konfrontiert mit einer anderen Sache und dann hast du einen Zweifel und deswegen kann dein Gehirn gar nicht mehr richtig funktionieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Kleine Kinder, wir erzählen denen den Weihnachtsmann. Die glauben an deinen Weihnachtsmann, das ist eine absolute Wahrheit. Die finden die Geschenke, die glauben, okay, das hat der Weihnachtsmann gebracht. Wenn die ein bisschen älter werden und wir sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann, können das nicht verstehen, haben eine kognitive Dissonanz, fangen an zu schreien und wollen das nicht akzeptieren und sagen, nein, der Weihnachtsmann gibt es und so, obwohl du denen irgendwelche Beweise gibst. Das ist das, was du gerade erlebst. Das hatte ich auch. Deswegen kann ich das auch erklären. Ich hatte genau das. Und jedem Muslim, den ich kenne, passiert das. Aber wenn man zu sich ehrlich ist, dann sind das nur drei Tage, wenn man wirklich denkt und sich auch traut zu denken. Ich sage dir, aus Marokko verlassen viele Leute, in unsere arabischen Länder verlassen jetzt, in dieser Zeit, viele Leute den Islam mehr, als du denken kannst. Mehr, weil die die Sprache kennen und das verstehen und die haben auch keine Konkurrenz. Die sehen nicht Christen, für sie ist das kein Krieg, ist das nur halt Wahrheit zwischen sich, also ehrlich sein. Komischerweise hörst du in den Medien, die meist wachsende Religion ist der Islam. Ja, natürlich. Wir wissen, dass Pakistan, Indonesien, Afghanistan, Bangladesch und so viele gewehren, aber verstehen sie die Sprache? Nein, die Araber sind ganz wenig. Wie viele gibt es in Kuwait? Wie viele Leute wohnen in Kuwait? 200.000, 300.000, wie viele in Katar? 600.000 Einwohner, wie viele in Bahrain? Eine Million, wie viele in Emiraten? Drei Millionen, wie viele in Saudi-Arabien? Ein paar Millionen auch. Also Araber, die die Sprache verstehen, verlassen sie den Islam. Aber die anderen, die die Sprache nicht verstehen, die gebären Kinder, die gebären zu viele Kinder, die wachsen wegen der Geburtrate. Das heißt nicht, dass Leute werden überzeugt vom Islam und nehmen den Islam jedes Jahr. Im Gegenteil. Und in Marokko kannst du nicht sagen, ich habe den Islam verlassen. Oder in Mekka oder in Ägypten. Kannst du nicht, die werden sich hinrichten. Aber vorhin hast du gesagt, dass in Marokko, dass sie das heutzutage offiziell... Nein, wir haben eine Zählung gemacht, ja. Wir haben eine Seite, die heißt 22 Feb. Das machen wir jedes Jahr, 22. Februar. Die arabischsprachige Muslime. Du kannst auf Google suchen. Schreib einfach arabischsprachige Muslime, 22 Februar. Du willst sehen, wie viele... Also die Zählung. Und da gehen die Leute auf diese Seite online, die klicken. Du kannst nur einmal teilnehmen, ne. Die merken das wegen deiner IP-Adresse und so. Du kannst einmal klicken und so haben wir die Leute gezählt. Aber halt, verstehst du, versteckt nicht. Die hat nicht draußen gegangen und gesagt, ja, wir haben den Islam verlassen. Das können sie nicht. Guck mal, letztes Jahr in Marokko hast du gehört von den Leuten, die am Essen waren im Restaurant in Casablanca? Und die wurden verhaftet. Hast du gehört davon? Nee, verhaftet. Warum? Ja, ich habe Leute in einem Café saßen, in Casablanca haben gegessen, Ungläubige, Frauen, Männer haben gegessen und so. Dann kam die Polizei, die haben sie alle genommen. Die haben den Mädchen ihre Unterhosen durchsucht, um zu gucken, ob sie bluten oder nicht. Also, damit sie überhaupt, ja, ob sie essen dürfen oder fasten müssen. Die, die ihre Tage nicht hatten, wurden dann mitgenommen in Polizeirevier. Die wurden verhaftet. Bis 10 Uhr, dann haben die Menschenrechteorganisationen Druck gemacht und die müssen dann freigelassen. werden. Einer von den Leuten kenne ich persönlich. Also viele. Wir haben wirklich, in Marokko waren 17.000. Das zweite Land, glaube ich, war Saudi-Arabien, Ägypten, sogar in Palästina waren 2000 letztes Jahr. Palästina, Agensa waren 2000. Du kannst wirklich diese Zählung selbst gucken. Such einfach auf Google, 22, schreib 22 Feb. Und da macht zum Beispiel arabischsprachige, nicht Muslime. Und dann wirst du die Seite finden. Und kannst du sehen, wie viel, in jedes Land, und wie viel den Islam verlassen an den Tag. Das sind nur die Leute, die auch Zugriff haben zum Internet. Wir haben auch unsere Seiten auf arabischsprache, Marokko. Wir haben auch auf Clubhouse. 24 Stunden, 70 Tage die Woche läuft die Live dort. Und Leute werden machen, ja, Debatten und so. Wir haben auch Frauen mit Kindern, die mit den Burkhard getragen haben, die sich mit dem Islam sehr gut kennen. Und die haben dann die Religion verlassen. Weil das Internet, die Informationen kassiert sich nicht. Die haben die Religion nicht verlassen. Die Religion hat sie verlassen. Nein, die sagen, die Frauen mit Burkhard und Kindern, die den Islam besser kennen als Burkhard. Das heißt, dass er von Allah kommt. Das geht nicht. Das ist kein Beweis. Weil Allah, das in der Koran steht, das ist genau so, habe ich dir gesagt, ich kann dir genauso beweisen, dass das Drachen gibt von Harry Potter Buch. Ich kann von Harry Potter... Beweis mal, dass die Bibel, Beweis mal, dass die Bibel, äh... Ich bin nicht Christ. Warum soll ich das? Man kann keine Religion beweisen, weil es keine Beweise gibt. Und das war Helgen. Darum heißt das auch Glauben. Darum heißt das auch Glauben. Ja, weil das... Ja, aber nicht Wissen, Glaube, weil man das nicht beweisen kann. Aber genauso... Ja, aber es gibt 4.600 Religionen. Hast du sie alle geprüft, um zu wissen, welche wahr ist? Nein. Man sagt ja, man muss ein Glaubensbekenntnis und kein Wissensbekenntnis ablegen. Ja, damit sie dich führen können, damit sie dich ausnutzen können. Ja, natürlich sollen die das sagen. Weil wenn die dir sagen, ja, recherchere, wirst du die Wahrheit kennen. Jetzt gehe ich zurück. Viele verlassen den Islam, wenn sie es kennen. Das sind Leute, die Arabisch sprechen, die in der Moschee gelernt haben, in der Schule Arabisch gelernt haben und auch die geschlagen wurden, um den Koran zu lesen. Die verstehen da jedes Wort und die verlassen den Islam in Strömen in unsere Länder. Du musst nur gucken. Es gibt nichts mehr. Der Islam hat keine Zukunft mehr in arabischen Ländern. Gar nicht. Der ist am Aussterben. Du hast doch gehört jetzt... Hast du gesehen die Bilder von Koran im Abwasserkanal in Saudi-Arabien? Wie viele Korane die rausgeholt haben aus Abwasserkanal? Es gibt ein Bild, die haben die Korane gefunden in Dings. Weil die wollten reparieren, das Wasser, es gab Probleme und die haben da geguckt und da fallen so viele Korane in den Abwasserkanal. Entgegen, entgegen. Bitte, ich hoffe, aber das ist ja auch nicht... Du musst aber auch ehrlich zu dir selbst sein und sagen, nein, das kann nicht von einem Gott kommen. Die ganzen Fehler in dem Koran. Allah sagt dir, dass der Embryo, das Embryologie im Koran, hast du das gelesen? Die sagt, wir kommen nicht nur aus Spermien, wir kommen aus Spermien und Ei. Aber Allah kennt nicht das Ei, weil damals Mohammed konnte das Ei nicht sehen. Die konnte nur Spermien sehen. Die dachten, das ist das alles, was eine Frau schwanger macht. Der sagt, dass Spermien von Frauen von ihrer Brüste kommen. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Er sagt, dass Spermien von Mann von seinem Wirbelsäule kommen. Lende, Lende. Von seinen Knochen, von seinem Rücken, von seiner Wirbelsäule kommen. Das stimmt nicht. Es kommt aus seiner Hoden und seine Prostata. Was sagt er noch? Nein, es gibt in keiner Schwangerschaft dass ein Baby komplett aus Knochen ist und dann wieder umhüllt von Fleisch. Guck mal, Bruder. Warte, ich erzähle dir alle Fehler, damit du weißt, ein Gott kann diesen Fehler nicht machen. Der muss doch wissen, was er erschaffen hat. Das wollte ich ja gerade sagen, das sind keine Fehler. Was ist das? Aber du weißt, dass Frauen kein Spermien haben. Guck mal, du bist kein Mediziner, ich bin auch kein Mediziner oder kein Biologe. Frau kein Spermien hat man, weißt du nicht, dass eine Frau kein Spermien hat, das sie ein Ei hat? wirst du mich verarschen? Es haben Mediziner, Biologen das untersucht, was im Koran ist und die haben das für als korrekt befunden. Welche Biologen diese Ausrede, diese Behauptung haben, Google mal im Internet und du wirst das finden. Wenn das wirklich falsch, wenn das wirklich, 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 wenn diese Fehler wirklich so offensichtlich wären, dann wäre es doch Fehler. Warte, ich habe dir gerade nur eins zu geben. Warte, ich komme doch zu anderen Fehler. Warte doch. Der Mann, Dr. John, den Arzt, der das bestätigt hat, glaube ich. Meinst du ihn? Das haben wir andere bestätigt, mein Freund. Das haben mehrere bestätigt. Das ist, das haben mehrere Mediziner, Biologen, die haben das bestätigt vor, ich glaube, 80 Jahren das erste Mal. Die ganzen Leute hier drin lachen nicht aus. Was erzählst du für ein Mist, dass Frauen Spermien hat und irgendwelche Leute haben das erwiesen. Wir haben keine Ahnung. Nein, wir sind ja alle so blöd. Wir wissen ja alle nicht, wie die Biologie von einer Frau ist. Du hast, du redest dich die ganze Zeit so dumm und dämlich. Wenn man das, was im Koran ist, ist korrekt, geh das mal googeln, geh mal forschen. Du hast keine Ahnung, du hast sie koranisch gelesen. die Leute, die Leute, die den Koran nicht verstehen, die bleiben im Islam. Die Leute, die den verstehen, da sind zwei Milliarden dumme Menschen auf der Welt. Nein, die sind nicht dumm. Nein, die sind nicht dumm. Nein, nein, guck mal, es sagt keiner, dass sie dumm sind. Du bist hier in Deutschland aufgewachsen. was ich behauptet. Wieso behaupten? Warum? Wenn ich Biologe bin, kann ich das behaupten? Was willst du? Ja, eben nicht, sonst hättest du das für korrekt empfunden. Ja, genau. Nein, das ist die kognitive Dissonance, was ich dir die ganze Zeit erkläre. Das ist kognitive Dissonance. Das, was du machst, du versuchst, dich an irgendwas festzuhalten. Ich habe im Internet gesehen, dass Biologen, Mediziner das recherchiert haben. Ich habe auch in der Geburtsstation gearbeitet und ich weiß, wie kleine Kinder sehen. Frauen haben Kinder im dritten Monat verloren. Da gab es kein Knochen, da gab es nur Fleisch. Es gibt keine Situation, habe ich Knochen gefunden bei Frauen. Es gibt es nicht. Knochen entwickeln sich nicht als erstes vor dem Fleisch und dann umhüllt von Fleisch. Es gibt es nicht. Kein Arzt, wie die sagen. Geh doch zu deinem Arzt und frag ihn einfach. Geh zu deinem Arzt und frag ihn. Unsere Frauen haben keine Spermien. Mann, mach uns doch nicht verrückt, ey. Das gibt es nicht. Eine Frau hat ein Ei, aber Mohamed konnte das nicht wissen. Der hat gesehen, dass Frauen Wasser haben, wenn sie geil werden, weil er sie in ihre Brust angefasst hat. Vielleicht wurde sie nass und dann hat er gesagt, okay, Spermien von Frauen kommen von Brüste. Es stimmt nicht. Es gibt keine Spermien von Frauen, die von ihren Brüsten kommen. Es stimmt einfach nicht. Eine Frau hat ein Ei, der wird dann von einem Spermien befruchtet und dann kommt ein Embryo. Das sieht erst mal nur als Fleisch. In keiner Situation siehst du da Knochen im Bauch. Nix. Sonst müsste ein Skelett zu sehen sein. Und nur weil du da schon abgehst, dass... Weil er von der Punkt geht, dass Allah nur recht haben kann. Deswegen, der macht eine falsche Schlussfolgerung, indem er geht von Allah, kann keine Fehler machen, also muss alles, was er sagt. Er geht nicht von, okay, gucken wir, was Allah sagt. Und wenn das nicht stimmt, dann kann dieser Allah nicht sein. So musst du gehen und nicht andersrum. Ja, und noch eine Sache. Das bedeutet ja, wenn eine Frau mit einer Frau schläft, kann die Frau schwanger werden, oder? Laut deiner Aussage. Der Typ weiß selber nicht, was er redet. Oh, Nemesis, Bruder. Gottes Segen. Danke. Laut wessen Aussage, Adonis? Laut der Aussage, der gerade, der Babu Ex-Moslim, der weiß selber nicht, was er redet. dass die Frauen auch Spermien haben. Behauptet wer? Der Koran und der Aziz. Der Koran behauptet sowas nicht. Ich hab das nicht behauptet. Guck mal, wie soll, wie soll, wie soll ein Buch, was 1500 Jahre alt ist, zu einer Zeit, wo es nichts gibt, nichts Elektronisches gab, ne? Wo ein weiser Mann, der Prophet, okay, der fehlerfrei ist, woher soll er wissen, zum Beispiel, dass sich, dass sich die Pazifik durch zwei Meere spaltet? Woher soll er wissen? Woher soll er wissen? Der redet gar nicht über Pazifik, da der redet über einen Fluss. Warte, lass mich doch mal bitte ausgehen. Nein, 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 nein. Lass mich auch nicht reden. Warum? Weil ich dich mundtot verarschen kannst du dich selbst. Er redet nicht über Ozeane, da redet er über Fluss. Wenn du den Tafsir gelesen hättest, du Idiot, den Tafsir gelesen hättest für den Vers, würdest du finden, dass er über einen Fluss redet, der ist süß und der andere ist salzig. Es steht sogar auch noch in einer anderen Phase im Koran. Marjol Bahrain Yeltaqiyen beina huma barzakulli Yebriyan, der redet da über einen Fluss, über süß Wasserflüge. Moment, Moment, Bahrain ist Meer, ist kein Fluss. Nein, nein, nein. Oder ist das über Fluss? Die Araber nennen auch einen Fluss Bahar. Und die sagt, die Abwahid und... Nein, 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 Baharis, Bruder, bleib locker und... Bleib objektiv, Baharis Meer. Ich sage dir den Tafsir, ich sage dir den Tafsir, ich sage dir, was die Gewicht sagen. Ich sage dir das Wort vom Koran, Baharis Meer. Nein, der bedeutet nicht Bahar-Ozean, die reden darüber, der sagt dir, Bahrain, gibt es einen Bahar-Hulu, gibt es einen Bahar-Hulu, es gibt keinen Bahar-Süß, es gibt keinen Ozean, der süß ist, nirgendwo. Wie sagt dir, die Bahar-Hulu, eine ist süß und eine ist salzig. In zwei Versen... Natürlich, Atlantik ist doch süß und... Und in den Tafsir steht, hier ist gemeint der Fluss, der Süßwasserfluss, wenn er reinfließt in den Ozean. Und diese Vers kam in Rezotabuk, in den Krieg von Tabuk. Und in dieser Stadt Tabuk, in Saudi-Arabien, gibt es einen Fluss, der dort reinfließt in den Ozean. Dieser Fluss heißt Yenbu'ul-Bahar. Der Fluss selbst heißt Yenbu'ul-Bahar. Yenbu'ul-Bahar ist der Fluss und der ist süß. Und der hat nur gesehen, dass der Fluss mit Erde kommt und der dachte, die vermischen sich nicht. Aber Meeren vermischen sich. Der hätte nicht sagen sollen La Jebriyan, der hätte sagen sollen Jebriyan, weil die vermischen sich. Und auch Ozeane vermischen sich. Also auch wenn du es anders kennst, auch Ozeane vermischen sich. Höher sein als der andere. Wenn sie sich nicht vermischen. Und hier regnet und hier nicht und hier geht ein Gletscher, schmetzt ein Gletscher und trotzdem bleiben alle Meere gleich auf gleichem Niveau. Kann nicht sein, Mann. Benutzt eure Kopf ein bisschen und lese die Tafsire. Du kannst den Koran nicht selbst interpretieren. Du musst die Interpretation lesen von Ibn Katir, Tabari, Jalalain, Qortovi, Lerawi. Lese, was die sagen da. Welche, was da gemeint ist. Ob da ein Fluss gemeint ist oder ein Ozean. Lese mir den Tafsire. Warum wirfst du mich raus, wenn ich den Tafsire kennst? Weil du nicht. Wenn du den Tafsire kennst, würdest du das nicht sagen. Ja, aber das ist doch kein Grund, mich rauszuwerfen. Du kannst mich gut stumm schalten. Aber warum, warum, wenn ich mit Thesen komme, dich auch widerlegen kann, warum wirfst du mich raus? Warum behauptest du, dass ich lüge, wenn du den Tafsire kennst? Warum wirfst du mich aber raus? Ich verstehe das gar nicht. Du blamierst dich doch damit. Kennst du den Tafsire? Du blamierst dich doch damit, meine Frau. Lies uns den Tafsir von den Faaz, Marajal Bahrain, Yattakiyen, bin Aumabersak. Und in Hebran, lese uns bitte den Tafsir von Bibliothek. Als allererstes, als allererstes, was bedeutet das Tafsir? Lies uns den Tafsir. Lies uns den Tafsir. Ich sage kein Wort. Lies uns den Tafsir. Was steht in Tafsir? Habibi, Habibi, Tafsir bedeutet Interpretation. Ja, lese, was steht da. Und es gibt unterschiedliche Interpretation. Nein, nein, es gibt ein Idjma. Lies uns bitte was da gibt. Lies uns was da gibt. Lies uns alle Tafsire, was alle Gelehrte sagen. Alle. Lies den Tafsir und mach es mich auf stumm. Okay, lese. Was ist los mit dir, Jau? Lies uns auch. Er sagt, lies Tafsir und mach mich stumm. Ich verstehe den Maga nicht. Lies uns auf. Mein, Wahidun, Wahidun, ähm, öff, stört mich sogar. Wahidun, Adbu, Wahidun, Milchul Ujaj. Auch von der Fert. Andere Frage. Du willst mir sagen, der Prophet, der Prophet, der Haupt behauptet, ist, dass hier Ozeane gemeint sind. Beweise uns von den Tafsir, wo steht Ozeane. In keinem Tafsir steht Ozeane. Von Ozean, Atlantik, als ob er kannte, was Atlantik, und was, was, was. Kurze andere Frage. Nein, andere Frage. Du liest den Tafsir. Nein, du hast behauptet, lese den Tafsir. Du kannst sie nicht, du lest einfach verarschen. Lies den Tafsir. Von diesem Vers. Arschst du? Du liest den Tafsir. Du holst Tafsir, das ist nur Interpretation. Es gibt 50.000 Leute. Es gibt 50.000 Leute. Lass mich doch einmal ausreden. Du lässt einen hier ausreden. 50.000 Leute hat gesagt Ozean. Welche? Wenn du nie jemanden ausreden lässt. Du wolltest zu einem anderen Thema gehen. Ich sage, nein, sag uns, wer hat gesagt, dass das Ozeane ist. In diesem Thema. Ich bleib bei diesem Thema. Aber trotzdem, Digga, warum lässt du einen nicht diskutieren? Was ist das denn, Junge? Du lügst. Wenn du das kennst, du lügst, ist das unerdeckig von mir. Aber ich habe auch nicht mal die Möglichkeit gehabt, zu lügen. Wenn du behauptest, dass das Ozeane sind, das ist eine Lüge. Weil das steht nirgends vor Ozeane. In keinem Tafsir. Komma, Komma, als allererstes, Bahar bedeutet Meer. Okay? Was bedeutet Fluss auf Arabisch? Nein, es bedeutet Fluss. Der lügt wieder. Der will nicht den Tafsir schließen, weil er weiß, keiner holt ihn mehr hoch, Leute. Ich will hier keine Lügner. Der soll detafsir den. Bahar heißt Meer. Was heißt dann Fluss auf Arabisch? Ja. Ich sage dir, der Tafsir steht, der hier ist süß und der hier. Und die haben diesen Fluss heißt Lwad. Bitte, Aziz? Der hat gefragt, was heißt Fluss? Fluss heißt auch Lwad. Marokkanisch, aber marokkanisch. Das ist nicht gut. Die haben Bahar genannt auch. Nein, Bruder, wenn du guckst, es gibt, guck mal, es gibt Bahar, wir sagen, dass das Ozean gemeint ist. Aber keine von den Leuten, die mit ihm gelebt haben und danach ihn gelebt haben, haben gesagt, dass das Ozean ist. Weil das einfach nicht Ozean bedeutet. Die haben alles Bahar genannt. Ozean haben die, also Meer haben die Bahar gesagt und auch... Wir sagen auch Bahar dazu. Also Aziz, von daher, ich kann das auch ein bisschen, ne? Nein, das war ein Trick. Er hat versucht einen Trick bei mir und er hat verstanden, dass es nicht funktioniert. Dann wollte er zu einem anderen Thema. Als ich gesagt habe, warum hat er den... Ich habe Adonis gerade nicht verstanden, was er gesagt hat. Was hast du gesagt? Ja, unsere Sprache heißt Bahar auch Fluss. Ja, aber auch Meer. Ja, also warum sagst du dann, dass es Meer ist? Es könnte aber auch Fluss sein. Also behauptet nicht, Inge, das was ihr einfach denkt, das könnte so sein, das könnte so sein. Wir sagen, weil das Meer ist, weil du Beweise hast, dieses Atlantik und Mittelmeer. Wir dürfen keinen Koran interpretieren. Den Koran erklärt man mit dem Koran oder mit dem Hadith. Das ist egal. Der Koran ist fest, ob der Koran, ob der Hadith, ob der Asar. Wenn ein Typ, wenn der sich gut mit dem Islam kennt, das war jetzt einfach ein heuchlerischer Versuch, uns hier zu verarschen, aber das funktioniert bei mir nicht, weil ich kenne alle Tafeziere, ich habe alles im Kopf. Und in keinem Tafeziere wirst du da finden, irgendwas vom Ozean, von Indischem Ozean oder von Antarktis oder von irgendeinem Atlantik oder sonst was. Du wirst da finden, da redet er über einen Süßwasserfluss und ein Meer und nicht über was anderes. Ich kann dir gerne die Tafeziere lesen, wenn du willst, da gibt es nirgendwo ein Tafeziere, dass da Ozean steht. Die sagen sogar im Gegenteil zu Leuten, die sagen, dass der Himmel, die sagen auch der Himmel, die haben auch den Himmel ein Bahar genannt. Manche haben gesagt, nein, der meint damit der Himmel und der Ozean. Weil die dachten, das war es, weil Wasser runterkommt vom Himmel, dass da auch ein Ozean sind. Die sagen, ein Buch von einem Typ, der im 70er Jahrhundert gelebt hat und einfach keine Ahnung hatte und der hat gesagt, nur das, was er beobachtete. Und außerdem, auch Ozeane vermischen sich. Willst du mir sagen, dass Ozeane sich nicht vermischen? Timmt auch nicht. Auch wenn jemand sagen, okay, der meint Ozean, der wusste alles und der meint das. Aber Ozeane vermischen sich. Es gibt keine Ozeane, die sich nicht vermischen. Man kann es nicht sehen, aber die vermischen sich. Auch wenn du siehst, dass sie getrennt sind, die sind nicht getrennt, dass sie nur die zwei Farben. Oder zum Beispiel Fluss, der nimmt mit sich Erde und du siehst, dass es eine Linie gibt, aber die Ozeane vermischen sich. Wenn du ein bisschen gehst, das Wasser ist nicht mehr so süß wie am Anfang. Achhi, achhi. Ja. Wir machen den Barra. Wir machen den Barra. Die vermischen sich, aber die schwächen nur ab. Wie soll ich erklären? Wenn sich zwei Dinge vermischen, sage ich mal so, dann in der Mitte ist es sehr, sehr neutral. Es schmeckt beides. Es ist salzig und süß. Aber wenn du mehr nach links gehst, dann wird es immer salziger, immer salziger, immer salziger und niemand ist das ganze Zucker raus. Klar vermischen sie sich. Die haben diesen Trendpunkt, wo sie sich aufeinandertreffen. Trotzdem in einem Bereich von sagen wir mal 100, 200 Meter oder 1 Kilometer schmeckt es nur noch das süße beziehungsweise das salzige aus dem anderen raus. Also natürlich vermische ich. Wenn ich Cola und Fanta vermische, mischt sich das auch oder trennt sich die Cola von der Fanta irgendwie? Adonis. Er kann das zu Hause machen. Guck mal, wir haben das gemacht in der Schule. Ich weiß nicht, was mit der Bildung in Deutschland los ist. Also ich habe in Marokko gelernt und ich glaube, wir hatten bessere Bildungssysteme wie hier. Wir haben das gemacht. Wir haben ein Glas Wasser genommen. Wir haben 5 Löffel Salz reingetan und eine Farbe. Damit wir sehen, ob die Farbe sich ja vermischt mit den anderen und nicht. Und du nimmst einen anderen, mach 2 Löffel Salz von mir aus. Dann mach gar keinen Löffel Salz. Dann mach Zucker und mach in eine blaue Farbe und in eine andere keine Farbe und vermische sie, schüttel sie in einen, was weiß ich, einen Behälter und guck, ob sie sich vermischen oder nicht. Also du brauchst ja auch keine Meinung von einem Physiker. Einfach probieren, ganz normales Experiment kannst du zu Hause machen, ganz allein und sehen, ob sie sich vermischen oder nicht. Also du hättest sagen sollen, jebrieren und nicht leer jebrieren. Ich kann jetzt nicht debattieren, das ist 5 Uhr morgens, Mann ey. Ich habe keinen Bock weiter zu schreien, ich habe die ganze Nachbarn gewählt. Ich habe keine Kraft, Bruder, noch zu schreien. Nein, nein, schon hat zu viel für mich heute. Wir können gerne morgen, komm hoch, Bruder, wir können auch gerne morgen machen, wenn du möchtest, aber heute nicht. Heute habe ich keine Kraft, Mann. Vor allem diese Tricks, ja für diese Tricks habe ich keinen Bock, für diese Tricks habe ich keinen Bock. Also wenn du da den Tafsir liest, gibt es kein Ozean, kein Kind. Du musst sogar laut Bibel, du bist verflüchtet dazu. Ich habe dich vor zweieinhalb Stunden gefragt, du kommst jetzt um 5 Uhr? Bin ich euer Haustier oder was? Ich komme, wann ich will, Janne. Euch seid doch leid, wo ist das Problem? Ich habe dich hier ganz normal gefragt, komm bitte rüber. Ich antworte, Janne, ich hatte eben keine Zeit, aber eine andere Sache, du musst mir laut Bibel, du musst hier bleiben und mir antworten und das Evangelium verkünden. Nein, nein, guck mal, es hat nicht gesagt, dass ich gegen die... Wer ist der Haustier? Warte mal, wieso redet der Gast? Bist du der Haustier oder der andere? Der Bruder Babo ist der Gast. Ich bin durcheinander. Ja, der Babo soll mal zeigen, dass er der Babo ist und mir antworten. Du bist verpflichtet, laut Bibel, mir zu antworten. Ich bin nicht Christ. Ich bin nicht Christ. Was bist du denn? Was bist du denn? Ich bin Agnostiker. Agnostiker. Ich habe nur den Islam verlassen. Ja, äh, hast du Langeweile, Digga? Dann sei doch froh, dass du weg bist von der Religion. Wieso beschäftigst du dich mit Religion? Was ist los mit euch? Ich bin nur mein Wissen mit den Menschen. Du bist total Bullshit. Du hast gelogen vorhin. Also steht ihn interessiert, dass es zwei Ozeane sind. Was für Ozeane? Du hast vorhin gesagt, eine Sklaven dürfe oben rum nackt rumlaufen. Schämst du dich nicht zu lügen? Ja, was hat Omar al-Khattab gemacht, wenn er eine gefunden hat mit Jilber? Schämst du dich nicht zu lügen? Zeig mal. Zeig mal eine Quelle dazu. Okay, Sekunde. Ja. Auf einmal hat er wieder Zeit. Ups. Zeig mal jetzt deine Quelle dazu. Du kennst das, du kennst das Bestimm. Du kennst den Hadi auch. Zeig mal, was ich will. 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 Mir ist dir was aufgefallen. Du redest die ganze Zeit um den heißen Brei. Zeig die Quelle hier auch? Ja, hier, danke. Ja, bitte. Wenn das deine Debattierding ist, dann dauert das ja drei Stunden, mit dir ein Thema abzuhaken. Nein, du willst doch die Quellen jetzt. Was willst du von mir? Ja, und wann kommt die? Jetzt? Okay, du weißt, das ist gut. Deswegen bist du nicht. Okay, hier. Erwa al-Ghalil. Kennst du Erwa al-Ghalil? Sag mir die Quelle, Habibi. Erwa al-Ghalil, das Buch Erwa al-Ghalil, Seite 6, Nummer 200. Ah, du bist ja ein ganz schlauer. Ich dachte immer, Muslime glauben an Koran und Sunnah. Jetzt glauben wir auch noch an irgendwelche andere Bücher, du Lappen. Du bist ja ein ganz schlauer. Also, Muslime glauben an Sunniten, also Sunniten. Woran glauben wir? Erklär uns mal, du Islam-Experte. An was glauben wir? Ich sage dir, die Muslime glauben an Koran, Hadith. An was? Ich sage, Koran, Hadith, Ijmer und Qias. Welche sechs Hadith-Werke haben wir? Sag mal schnell. Kann ich dir alle jetzt sagen? Warte, hör mal, schreib jetzt bitte. Nein, schnell, nicht googeln, sag schnell. Ich sage dir die Quellen, die du wolltest. Hör mal zu. Du wirst mich nicht so rechneiden. Ich lese die jetzt den Quellen. Äh, Rauwi. Ich sage dir, was ist das? Google nicht. Ah, geh weg, du kleines Kind. Du musst erst mal Google, verpiss dich. Geh mal weg, zu spät. Zu spät, zu spät, drei Stunden. Also, der sagt, es gibt keine Ahnung, was vom Islam, warum redest du? Ich bin höchstens Sklavin, aber hör mal zu. Du hast gesagt Sklavin. Wenn du vom Islam, hör mal zu. Wenn du vom Islam keine Ahnung hast, wieso redest du? Ja, willst du die Hadith jetzt oder nicht von, von Dings? Wieso? Ich frage dich. Nein, guck mal, ich frage dich. Wenn vom Islam keine Ahnung hast, warum redest du? Versuch nicht abzuhauen. Versuch nicht abzuhauen. Hör dir die Quellen? Wovor soll ich abbauen von deiner Fake-Quelle? Du hast nicht mal eine richtige Quelle, ey. Lass. Ich sage dir, ich sage ihm, Rauwi. Stotter nicht. Aber willst du so debattieren? Willst du die Gassad schreien? Ist das deine Art zu debattieren? An welche Quellen glauben wir? Noch einmal. Ich sage dir jetzt eine Quellen, an denen du glaubst. Welche Quellen? Du willst jetzt die Hadith haben von Sklavin. Beweck dich. Antworte. An welche Quellen glauben wir? Leute, im Chat soll ich weiter mit dir machen? Soll ich ihn runter schicken? Ihr habt das gesehen. Kannst du nicht einfach antworten? Was ist los mit dir? Wovor hast du Angst? Nein, du hast gesagt, die Sklavinnen willst du jetzt haben, dass die Sklavinnen sich nicht bedecken können. Also nimmst du die Quellen, lass die Leute die Quellen hören und schreien. Du hast gesagt, eine Sklavin dürfe oben rum nackt rumlaufen. Die Leute können selbst sagen, ob ich schliege oder nicht, wenn die die Hadith suchen und nicht finden. Du hast gesagt, eine Sklavin darf nackt rumlaufen. Ja, und sie darf es und ich sage dir jetzt die Hadithe, bis du sie nicht faszinierst. Sagen Sie die Quelle. Ja, sage ich dir doch gerade Irwa Al-Ghalil. Das Buch heißt doch Irwa Al-Ghalil. Kennst du es nicht? Okay, seit wann glauben wir an außer-kuranische Bücher außer die Hadithe? Ja, die Hadithe. Aber das ist ein Hadith. Was ist das? Ich habe dich was gefragt. Ich habe dich was gefragt. Ich schicke dich runter, das macht keinen Sinn. Was? Schick dich runter. Es macht keinen Sinn, Leute. Es macht keinen Sinn. Sorry, nein. Wenn er die ganze Zeit schreit, dann will er auch die Quellen nicht hören. Bruder, hättest du ihm noch eine Sekunde gelassen. Liebe Leute. Pass auf, Bruder. Wieso ich dann die Quellen gebe, wenn er die ganze Zeit schreit? Bruder, pass auf. Lass bitte. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Dr. Scheich, die Leute, die die Quellen geben. Warte bitte, Bruder. Warte, ich will die Leute, die können. Warte. Du kannst gehen, Bruder. Gib mir. Raoui, Leute. El-Muhadid al-Albani. Ihr kennt alle al-Albani, oder nicht? Also. Umar kam, um zu mir vor, dass sie eine Frau kreit, die eine Frau kreit. Und sie schlagen sich nicht mit Frauen kreit. Und noch einmal in einem anderen Buch. Die Frau kam, um zu mir vor, die Frau kreit, die Frau kreit. Raoui, eines Blumali. Blumali. Und dann ist es wichtig, dass die Frau kreit. Und dann ist es wichtig, dass sie nicht auf der Schicht, die Bukhari und die Muslimin sein. Umar kam, um mich vor, um zu mir vor, dass sie eine Frau kreit. Nochmal hier, Buch Al-Assadl ibn al-Mundir. Die meisten Leute, die sich mit dem Islam kennen, wissen, wer Ibn al-Mundir ist. Er hat auch die Ijma'at geschrieben. Außerdem sagt man, wir glauben nur an den Koran. Sunniten glauben, du bist gezwungen, an den Koran zu glauben, an den Hadith zu glauben, an den Ijma'at, den du wahrscheinlich gar nicht kennst. Und dann den Qiyas. Ich bin mir sicher, dass du auch den Qiyas nicht kennst. Okay, hier. Ich weiß gar nichts, Bruder. Lass mich doch die... Du hast ihn zerfetzt von vorne bis hin. Guck mal, liebe Leute. Das ist das beste Beispiel. Das beste Beispiel, das beste Beispiel, das ist Cheikh, 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 bitte. Lass mich doch die Quellen nehmen, Leute. Bitte lass mich die Quellen nehmen, Leute. Warte, Joker, 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 einen Moment, einen Moment. Was sind die Quellen des Islams? Joker, Joker, einen Moment. Ich hab mir doch vorhin gemacht, sagst du. Du hast mich doch widerlegt, was sind die Quellen des Islams? Hade, widerleg mich. Nein, nein, ich will die Hadiths in den letzten Jahren. Leute sollen wissen, dass ich wahr sage. Dass Sklaven sich nicht bedecken dürfen in den Islams. Lass mich, du willst, dass ich das nicht sage. Nein, ich werde die Quellen nennen, damit die Leute suchen und wissen, dass du gelogen hast. Nicht ich. Cheikh, schick dich aus runter, weil ich kann sonst nicht reden, wenn ihr dazwischen redet. Okay, das Buch an Ossatli Ebl Mundir. Ebl Mundir ist einer der größten Gelehrte, der hat Ijma'at geschrieben. Ijma'at sind Einigungen, dass alle Gelehrte sich einig auf eine Sache sind. Ossatli Ebl Mundir, Seite 60. Und das Buch an Ossatli Ebl. Und das Buch an Ossatli Ebl. Eine Frau von Anas, die sich gegen Schlaven er hat. Die Frau von Anas hat sich geschlafen. Und das Buch an den Begriff er hat sich nicht verrativen. Er hat sich nicht verrativen. Die Amerika hatte den langen Linie angeschaut. Seite 3 Nr. 151 Das Problem ist richtig, dass die Leute nicht unterrichtet werden sollen, um das zu machen, um das zu machen, um das zu machen, um das zu machen. Okay, ich leise den anderen Hadith, um Umar zu haben, um Umar zu haben. Ja, warte, den anderen Hadith, um Umar zu haben, um Umar zu haben. Du musst ja nicht die Idee, die Unterhaltung führen, ich bin hier der Haus und ich bin hier. Aber ich kann ihn nicht sagen. Ja, das kann man. Aber ich bin der Hadith nicht zu machen. Okay, okay. Okay, wie ist das? Nein, hier. Wie ist das nochmal? Warte, Bruder. Hier, nochmal. Buch Jilbabel Mar'a, Seite 45. Von Al-Bayhaqi. Die Leute, die den Al-Bayhaqi kennen, sind ja... Also Al-Bayhaqi 33, 47. Al-Bayhaqi 33, 47. Kunna ima O'omar, radiallahu anhi, yukdimna na kashifatina an shu'uri hin tadrobutetion. Die Sklavenin von O'mar haben uns bedient mit offenen Haaren und ihre Brüste haben gegeneinander geschlagen und gewackelt. Also die waren nackt. Die haben sie nackt bedient. Nochmal hier, ein anderer Buch. Hier, Sunal Al-Bayhaqi. Sunal Al-Bayhaqi, Nummer 2, 227. Kunna ima O'mar, radiallahu anhi, yukdimna na kashifatina an shu'urin tadrobutetion. Die haben uns bedient mit offenen Haaren und ihre Brüste haben so gewackelt. Ich lese euch nochmal ein Hadith über die Aura til Emma. Ka Aura til Rajulu, Aura til Rajulu, minus Aura til Emma. Babu. Habibi. Habibala gschwein. Ja, ich nehme Barav, Barav, nek, nimm Jokka kurz, wenn es geht für dich, nimm Jokka kurz hoch. Ja, ich gehe dann auch runter. Sekunde, 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 Sekunde. Nein, ich habe noch nicht fertig, dass die Frauen nackt rumlaufen können. Kannst du es hier auf dem Bildschirm zeigen? Ich kann es machen, du weißt. Ja, ich nenne doch die Quellen. Hier, Nummer, Erwak El-Galil, 1803, Erwak El-Galil, 1803, der Albanische, ihr kennt alle Albanische. Erwak El-Galil, abu-da-wud, 496, und bei Haqi, 33, 44, 45. Wenn ihr einen von euch, die Sklaven, verkauft, verliehen sie nur an Madunas-Surrati und Rukba, dann haben sie eine Aura. Schaut nicht zwischen ihr Gürtel und ihr Knie, weil das ist die Aura von ihr. Also oben darfst du gucken, sie kann nackt rumlaufen. Sahih Abidawud, Freunde, Sahih Abidawud, Nummer 496, Wenn einer von euch, eine seiner Sklaven, Sklavinnen heiratet, oder seine Sklave, der soll nicht gucken zwischen seiner Gürtel und seinem Knie, weil das ist seine Aura, das ist was er verstecken muss. Ich kann dir auch den Tapsier lesen, wenn du bist, aber naja. Babo, Habib, nimm mal Joker hoch, ja? Ja. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, zu zeigen, vielleicht kann er das zeigen, du all den sieben die Quellen, er forscht dir selber nach. Aber bleibt auch die Zuschauer hier, bitte keine Bleidigung und sowas, das bringt nichts. Ja. Auch damit, also keine Bleidigung, du bist auch respektvoll, Babo. Habib, ich weiß, man, manchmal, manchmal. Wenn man dir sagt, du lügst und so, mag ich nicht. Na, wenn ich sage, dass Kragen im Islam sich nicht zu bedecken haben, dann haben sie sich zu bedecken. Und wenn du das kennst, dann wirst du uns nicht widersprechen, Mann. Okay, Joker, 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 warte, Joker, warte ganz kurz. Einen Moment. Joker, hörst du mich? Joker? Ja, ja, warte mal kurz. Du hast, du hast, ich habe vorhin euch auch geschrieben, ich bin mit Frieden gekommen, ich bin hier auch nicht parteiisch oder so, ja? Ich bin hier auch nicht mit dir, oder? Ich wollte nur das jetzt, ich wollte für dich auch jetzt klären, dass du noch mal hochkommst. Bleibt im Respekt, lasst euch gegenseitig aussprechen, ja? Soll eine schöne Unterhaltung wenigstens sein, weißt du, ich geh jetzt auch raus, ja? Babu, er hat den Lied, hat kann man, okay? Okay, mach ich, okay. Okay, den Bruder hier nehme ich gut auch gleich raus, und ich bin auch, okay, bleib bitte im Respekt. Mach mich mal, mach mich mal, mach mich mal, bitte groß. Ich habe deine Hadith gerade hier aufgeschlagen, dann möchte ich gerne, das mache mich mal groß, wenn du dich traust, natürlich. So, das ist so, dann aber da, wo steht jetzt hier, dass eine Sklaven nackt rumlaufen darf. Schämst du dich nicht? Puh, eben Chara. Okay, also das war Respekt. Und das ist also... Du Sohn eines Hundes, schämst du dich nicht zu lügen? Hier ist da, die ist... Beleidigst du jetzt, damit ich dich runterschicken? Du Sohn eines freudigen Heuchlers, schämst du dich nicht zu lügen? Beleidigst du, damit ich dich runterschicken? Und du sagst, ich habe gewonnen, ich habe ihn fertig gemacht, zeige den Hadith nur mal, was ich gezeigt habe. Das war kein Hadith, was ich gezeigt habe, Leute. Du 196, du hast gesagt, Abu Daud, du Heuchler. Du Sohn eines freudigen Heuchlers, du. Schämst du dich nicht hier? Hier, ich zeig dir hier. Hier, du kleiner Heuchler. Du Sohn eines freudigen, dreckigen Heuchlers. Puh, eben Chara. Puh, du kleiner Hund, du. Hast du schon mal... Hast du schon mal diese aufgeschlagen? Hast du schon mal ein Buch aufgeschlagen? Christian Prince, behalt mal deine Klappe kurz. Ich rede mit ihm. Hast du deine Fake-Argumente von irgendwo? Oder hast du schon mal aufgeschlagen, richtig? Ich rede mit dir. Hast du schon einmal in deinem Leben ein Buch aufgeschickt? Der kann nur so abhauen, Gudi. Der kann nur so abhauen. Der weiß, dass ich die Wahrheit habe. Der kann nur so abhauen. Was ist der Wahrheit, Junge? Ich habe das Buch aufgeschlagen, du Hund. Du kleiner Hund, du. Du kleiner Hund. Der schämst du dich nicht, du abhauen. Schämst du dich nicht, schämst du dich nicht. Gudi, sag mal auf, dazwischen zu labern. Gudi, sag mal ruhig. Steck nicht einen Lügner, du deckst ihn. Wieso deckst du einen Lügner? Ich denke doch niemanden. Ich sag nur... Dann sei ruhig. Dann sei ruhig, ich rede mit ihm. Sei bitte ruhig, ich rede mit ihm. Rede aber nicht, rede nicht mit Respekt. Ja, dann misch dich nicht ein. Dann misch dich nicht ein. Ey, guck mal, du wolltest hoch. Ich habe dafür gesorgt, dass du rumkommst, dann redest du so. Deck nicht einen Heuchler. Deck nicht einen Heuchler. Was ist los? Ich habe das aufgeschlagen, das Buch ist hier. Ja, ich bin Heuchler. Abu Kharra, was ist los? Schämst du dich nicht zu lügen? Pül, du sind eines heutigen, dreckigen Heuchlers, du. Du Papu, du Mammu. Nenn dich mal Mammu-Ex-Muslim. Willst du denn jetzt die Quellen suchen? Soll ich dir dir jeden nennen? Ich habe doch gerade nachgeschlagen. Okay, ich sage dir jetzt. Okay, als... Hey, Abu Kharra, wieso lügst du jetzt? Antwort uns, wieso lügst du? Ich werde dich nicht rausschicken. Du kommst nicht so durch. Ich werde... Antwort, wieso lügst du? Ich sage dir jetzt... Antwort, warum hast du gelogen? Ich habe nicht gelogen, ich habe die Quellen genannt. Du musst sie jetzt zeigen. Ich habe gerade vor deiner Nase aufgeschlagen, du Heuchler. Nein, das hast du nicht. Pül, du dreckiger Hund, du schämst dich nicht? Du dreckiger Roll, digger Hund. Kannst du Erwa al-Rhalid aufmachen, Leute? Kennst du die Habtisa Abu Dawood, habe ich nachgeschlagen. Leute, ist das für euch eine Konversation? Also war ich jetzt höfisch oder war er jetzt... Wieso lügst du? Deine Höflichkeit bringt nichts. Du bist ein Heuchler. Wieso lügst du? Beleidigungen sind keine Argumente. Was sind die Quelle? Was sind die Quelle des Islams? Sag. Was sind die Quellen? Okay, du musst dich ja runterleiten. Sorry, ich habe... Was ist das für euch, die Quellen? Was ist das für euch, die Quellen? Ich kann dich nicht annehmen. Du hast mir geschrieben, ich muss dich runterschicken. Du hast eine Einschränkung bekommen. Ich verstehe das nicht, Leute. Weil die wussten, dass ich Wahrheit habe, die kann anders nicht abhauen. Die musst du so machen. Das ist deren Taktik. Die fangen an zu beleidigen, damit keine Lust mehr hat. Oder damit der Stream gefährdet wird. Das ist deren Taktik. Was willst du machen? Ich bin nicht weggelaufen. Man hat eine Einschränkung. Wenn du dann nach den ganzen Beleidigungen glaubst, dass du keine Einschränkung bekommen hast. Und außerdem waren das Argumente, du hast nichts gezeigt hier, hier und versteckt, um dann angefangen zu spucken. Bruder, 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 schau. Ich hoffe, ich habe mich nicht erinnert. Bruder, schau, schau. Ich habe den Quelle gezeigt. Ich habe den Hadif gezeigt. Mit Quelle vor seiner Fresse. Fünf Minuten lang hat er nach Quelle gefragt. Die Quelle war vor seiner Fresse. Ich habe einen Hadif offen gehabt. Unten steht die Nummer. Ich habe eine Einschränkung wegen ihm bekommen. Die haben mir gesagt, ich soll ihn runter schicken. Dass ich dich auch runter geschickt, weil du eine Einschränkung bekommen hast, oder nicht? Und der ist sogar mein Freund. Ich kann ihn nicht hochholen. Ich werde später eine Einschränkung bekommen. Die haben mir gesagt, ich muss ihn runter schicken. Nach den Beleidigungen, Bruder, war man. Nach diesen Beleidigungen ist es normal, dass TikTok ihn einschränkt. Und wenn ich ihn hochhebe, geht es nicht. Okay, du sollst ihn live machen, ich gehe zu ihm. Aber er hat mich nur beleidigt. Er hat keine Argumente gegeben. Ich habe ihn groß gemacht, ich habe nichts gesagt. Aber ihr habt gehört. Er hat nur angespuckt und beleidigt auf übelste Art. Leute, verstehe ich nicht. Der macht das extra, um abzuhauen. Bruder, es gibt keinen Pakt zwischen Männern und Kindern. Es gibt keinen Pakt zwischen Männern und Clowns. Lass den Clown da unten seine Fingerregel lackieren. Carlo, Carlo, guck mal. Carlo, komm hoch, Carlo, bitte komm hoch. Carlo, komm hoch. Komm hoch, ich habe ihn in die Quellen genannt. Ich habe ihn in die Quellen genannt. Du hast gesehen, wie er sich benommen hat. Aktion oder eine Debatte? Nein. Entschuldigung. Das ist kein Niveau. Ich habe ihn in die Quellen genannt. Ich lüge. Ich werde... Ja, Carlo. Carlo. Gehörst du mich? Ja. Also, was denkst du? Ja, Bruder. Also, was denkst du? Also, wie gesagt, so macht das absolut keinen Sinn. Nein. Mehr als beleidigen hat er nichts gebracht. Ja. Wie gesagt, das hat absolut keinen Sinn, mit sowas zu diskutieren. Entweder man regelt es in einem Ping-Pong, der fragt, der andere antwortet und man zeigt die Quellen. Aber weißt du, warum die das machen? Warum er beleidigt? Ist das nicht offensichtlich, warum er beleidigt? Okay. Ist das nicht offensichtlich, warum er beleidigt? Er will, dass dein Account gesperrt wird. Richtig. Ganz kurz. Am besten, wenn Joker wirklich jetzt einen Laugh macht und du gehst drüber und erklärst das auf korrekt. Nein, nein, nein. Wir gehen nicht zu Joker oder bei Babu. Wir machen das auf einem normalen Profil. Der blendet dann die Show ein. Jeder kriegt seine zwei Minuten Zeit. Und gut ist. Warte, warum sage ich euch nicht, Chase, die Quellen? Warte, warte, warte. Ich konnte jetzt nicht einer von euch die Quelle sagen und der zeigt es auf Kamera. Warum nicht? Schick mir mal, Achi, schick mir mal die Quelle. Ich mache Screenshot raus. Aber ich muss nur rausgehen, wenn ich die jetzt schicken kann. Leute, die Quellen habe ich nur genannt. Ich kann nicht nochmal wärtig nennen. Ich habe ein Laptop hier. Ich habe ein Laptop bei mir. Okay, warte, ganz kurz. Ich weiß aber nicht, worum es geht. Was ist das genannt? Worum geht das? Warte kurz, warte, ganz kurz. Guck mal, alle Leute, wie viele Zuschauer. Ja, ich bin nur hochgekommen, ja. Weil ich gesehen habe, dass Joker hochkommen will. Nachdem er rausgekickt worden ist und ich habe ihm geschrieben, ich spann dich, ich kläre das für dich, ja. Ich kläre, dass du hochkommst. Ich komme hoch. Ich warte kurz. Er wollte seine Hadith vorlesen. Ich habe ihm gesagt, ey, hol ihn mal hoch. Ja, er möchte hochkommen. Bleib ihm Respekt. Respekt, Respekt, okay. Ja, nee. Wenn ich, dann bin ich rausgegangen. Dann hat mich der Bruder wieder eingeladen. Ich bin nochmal hochgekommen. Ja. Und zu sagen, guck mal, du hast Respekt verlangt. Wo ist dein Respekt geblieben? Weißt du? Das war nicht korrekt. Und ich habe ihn nicht runtergeschickt, wirklich. Der wurde wirklich eingestrengt. Ich schwöre es dir. Der macht das extra, weil er hat keine Antwort. Ich habe ihn um 2.30 Uhr gefragt, ob er Lust hat, mit Babo zu reden. 2.30 Uhr. Ich bin ja nicht Partei, ich weiß so. Ich will mich auch mit der Sache machen. Ja, aber ich habe ihn ja auch nicht runtergeschickt, damit die nicht sagen, okay, ich habe es extra gemacht. Aber er hat beleidigt, damit ich ihn runter schicke. Und er hat immer mehr beleidigt, damit mein Stream gefährdet wird. Aber, bro, das, was er gezeigt hat, wo ist das im Internet? Und dann schauen wir genau da, wo er schicke. Er hat extra was anderes gezeigt, damit er ihm zu ihm Lügner sagen kann, das ist doch Takir hoch 10, was er macht. Er zeigt einfach einen anderen Hadith. Und dann tut er so, als ob er leidigt wird. Ganz kurz, ganz kurz. Schech, kannst du den Laptop noch anschauen? Natürlich habe ich meinen Laptop immer paratet. Ja, warte kurz. Ich will das. Ich will das. 4, 9, 6? Ja. Welche Seite? Ich glaube, Ahmed hat das auch. Ich glaube, Ahmed auch 67. Guck mal, Ahmed, 7, 6, 6, 6, 5, 6. Guck mal, der eine sagt so, warum Hanzo, Joker hier. Ich habe geschworen, es wird keiner mehr schaffen, dass ich bleidige oder so. Ich werde auch niemanden beleidigen, auch egal was. Ich habe auch nicht beleidigt, ihr habt gehört. Nein, ich habe geschworen, ich bleidige nie wieder. Okay, ich gucke mal, Ahmed, zeig mir, ob das ist. Bleibt alle bitte im Respekt. Slave Girl, okay, 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 Lisa, also gib dem Hadid. Welche Seite, zeig dem die Seite bitte, bitte, zeig dem die Seite. Okay, ich habe gelogen. Okay, Leute, ihr seht hier, ich habe gelogen. Okay, sehr gut. Aber ich kenne den, worum geht es, ich habe noch nicht gelesen. Über die Sklaven, das ist es, das ist es, über die Sklaven. Guck mal, Slave Girl, his male slave or his servant. Lisa, Lisa, das ist der Hadid, Lisa. Warte kurz, man kann es ja auch auf Deutsch nennen, warte kurz, oder warte. Und ich nehme die auch gleich andere Hadid auch dann. Danke, dass du es machst, sehr gut. Freunde, notiert euch auch die Hadid, damit ihr sie fertig seid. Aber da steht nichts, Bruder. Oder? Achso, oja, oja, oja. Diese Überlieferung wurde von Dabud durch eine andere Überlieferungskette und mit dem gleichen Ergebnis überliefert. Diese Version fügt hinzu, wenn einer von euch eine Sklavin mit seinen Sklaven oder seinem Diener verheiratet, soll er ihr Geschlechtsteil unterhalb ihres Nabels und oberhalb ihrer Knie nicht ansehen. Ist das genau, was ich gesagt habe, Bruder, oder nicht? Also, das steht da. Das ist die Aura von der Frau, von der Sklavin, nur von ihrer Gürtel bis ihren Knie ist. Du darfst nur gar nicht gucken. Oben ist egal. Verstehst du? Bei HP, du kannst jetzt bei HP machen. Schreib noch mal, bei HP 33. Wisst ihr, was eine Aura ist? War man? Ja, ja, ich weiß, was Aura ist. Ja, und eine Aura ist. Wenn du auf Arabisch guckst, zeig auf Arabisch. Carlo kann lesen. Zeig dir Arabisch, das steht auch auf Arabisch. Bist du, Bruder, dich? Hier. Gibt es auch eine Beihauk hier. Das auch genau, wie vorhin ein anderer Hadeet. Jetzt haben wir das gesehen. Ja? ihr wisst warum er hat sie hat geschrieben weil der hat was nicht erwartet findet dass es gibt versteht ja und als erst dann fand er hat er keine andere lösung ich würde gerne diesen die seite finden die er gezeigt ich mach mal auf stumm bitte bei dir weil sonst ist zu laut ich weiß nicht wie sie den buch finden die reihe der kreis ich hatte die idee aus der leben nun der ist ein von den ganz großen ich glaube du musst da nur den hadith geben ungefähr ich bin nur hochgekommen um zu sagen pass auf weil der kommt die schicken den nur als so idiot der nur lärm macht und damit andere streams gesperrt werden ich wollte dich eigentlich nur warnen weil das bei mir auch gemacht ich habe ich habe in fünf minuten eine hadith gezeigt er hat immer noch nach quelle gefragt und ganze zeit rum beleidigt er macht das nur damit ein stream gesperrt wird die schicken nach vorne so der nur der nur lärm macht und so weiss ich schlafen auch gute noch ich bin sehr gut ich bin sehr gut ich bin sehr gut 104. Ich bin auf der Seite Dora al-Sunni, ja, ich kenne Dora al-Sunni, das ist eine Saudi-Arabische Seite. Warum haben die mir das gelöscht? Weil solche Leute nicht hoch, die machen das extra. Ja, Bruder, der wollte, dass sie mir den Live schreiben. Ja, ich habe es in den Chat geschrieben, die haben es mir gelöscht irgendwie. Wahnsinn. Ja, ich wollte das andere, ah, nein, ich wollte das andere, warte, 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 ich habe es gefunden. Hier, Bruder, Fati, wo war das nochmal? Schreib Bei Haki, bei Haki, ich schreibe hier bei Haki. Sonnen Al-Bai-Haki Al-Bai-Haki, ich hoffe, du findest 33, 47. Ah, Sonnen Al-Bai-Haki, okay. Ja, hier, siehst du, 33, 47. Das ist der, das ist der, der Hadid, der verrückt macht. Der hat den Hadid bestimmt gefunden, deswegen ist er ausgerastet. Wie, 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 warte mal, ja. Ich habe den Chat geschrieben. Ja, ich weiß, Noel Baba, der hatte mehr Power, weil er beleidigt hat, ihr lebt doch Beleidigung und spucken und so. Ich bin so nicht so Typ, ich bin Typ mit Quellen. Ich beleidige nicht, ich gebe Argumenten, weil für mich sind Beleidigung keine Argumente. Du weißt aber, du weißt, sobald man anfängt zu schreien und zu beleidigen, weißt du, wer verloren hat. Ja, ja, der wollte abhauen, ja, natürlich. Hast du, Bruder? Gegnerabend. Ja, 33, 47. Ja, zeig mal. Ich sehe nicht, Bruder, ein bisschen mehr. Weiter, das ist der Anfang, weiter, weiter. 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 Nee, das ist jetzt nicht, Bruder, glaube ich nicht. Nein, 33, 47, sicher? Also, warte, da steht, Dings. Al-Kubra, bei Haqq. Ich habe, bei Haqq. Mach, Sunan Al-Kubra wegschlässt, lass nur bei Haqq. Und dann mach 33, 47. Seite 2, Nummer 227, aber das kannst du ganz einfach finden, bei Haqq, 33, 47. Warte mal, Sunan. Ich schreibe einfach, bei Haqq, 33, 47, ohne Sunan, ohne das. Weil das Sunan muss nur auf die Seite schreiben und die Nummer. Schreibe einfach, bei Haqq, 33, 47. Ich habe hier auf Dora, Dora Sunia. Schade, ich kann es nicht hier teilen. Soll ich dir schnell schicken, Carlo? Schick mir, Bruder. Denk ich mache. Ich gehe kurz raus und bis dann wird ich mich nicht sehen. Aber ich bin... Ich gehe kurz raus und bis dann. Ich gehe kurz raus und bis dann. Wo bist du? Wo ist Carlo jetzt? Warte, einer hat den Link geschrieben. Ja, ich habe ihm den Link geschickt, Carlo. Ich habe den Link Carlo geschickt. Okay. Hängt mein Stream weiter? Warte. War Mann, hast du Teleguard, war Mann? Telegram, ja. Nie Teleguard, Teleguard. Ach so, nee. Carlo, du bist... Wir hören dich nicht, ne? Du bist raus, du musst wieder rein. Ich bin da... Ich habe... Ich habe das gemacht. Hast du bekommen? Also ich habe die jetzt... Carlo, hast du bekommen? Ja, genau. Hier. Seht ihr, das ist Durer Sunniya. Also die Sklavenen von Omar haben uns bedient mit offenen Haaren und ihre Brüste haben gewackelt und so geschlagen. Nackt. Ich versuche mal, das ganz kurz übersetzen zu lassen und dann mache ich das nochmal. Okay. Okay. Ich hatte noch einen anderen Hadith vorhin. Ja, als ich rausgegangen bin, war der Stream-Dings. Okay. Ich tue. Ich kann... Wammann, kannst du vom Text... Kannst du kopieren, wenn ich im Chat schreibe, kannst du das kopieren oder nicht im Chat? Ja, ja, schick, schick. Auf Arabisch. Okay, schick. Okay, ich schreibe hier im Text auf Arabisch, dann mach es bitte. Du kannst einfach auf Google eingeben und dann wirst du den Hadith finden. Weil auf Arabisch ist alles da. Da wirst du... Mir, ich habe es geschrieben. Warum löschen sie mir das? Warum löschen sie? Wammann, kannst du Arabisch schreiben oder nicht? Nee, lade, bro. Okay, geh auf eine Seite. Geh auf jamli.com. J-A-M-L-I.com. Ja. Ja, siehst du, hier, Carlo hat gezeigt. Wer hat bei mir eingestellt, dass bei mir keiner Arabisch schreiben kann? Stimmt das? Hat irgendeiner von euch... Okay, schreib da. Okay. Ich schreibe auf mit unserer. Ich schreibe hier, was ich da schreiben soll. Ich schreibe hier, und das wird automatisch dann auf Arabisch und dann kannst du es kopieren. Okay. Okay. Jetzt ist es, ich schreibe hier. Siehst du, schreib es einfach genauso, wie sie es geschrieben haben, dann wirst du sehen, dass es auf Arabisch wird. Kopieren diese... Ich mache das, ich kann das, warte. Das ist das, was du mir gezeigt hast, ja? Ja, ja, Bruder Carlo. Seht ihr bei Carlo? Die hinten uns umzugt, ja, und tölt ihre Haare. Das ist nicht richtig übersetzt, aber okay. Ja, und ihre Brüste schlugen, ja? Nein, das, was ich geschrieben habe, war, man, du hättest so schreiben sollen auf der Seite, und die Seite übersetzt die Automatisch auf Arabisch, dann musst du nur kopieren. Verstehst du? Ja, aber du, ich kann nicht auf TikTok den Text kopieren, ich muss Bild machen. Nein, ja, die Seite, die ich dir gesagt habe, wenn du L-A schreibst, die schreiben die automatisch leer auf Arabisch, verstehst du? Warte, warte, warte. Und dann musst du nur kopieren, von der Seite Yamli. Siehst du, das wird Arabisch. Ja, natürlich, halbe Stunde verquellen, weil es gibt es nicht auf Deutsch, die verstecken das natürlich. Wir müssen es auf Arabisch finden. Und wenn ich ihnen sage, ihr Wal-Ghalil kann es nicht so auf der Decke, kein Arabisch, sie kann es nicht schreiben. Hast du, Bruder? So? Ja, äh, Tete-Schebe, kannst du einen geben, vielleicht findest du, schreib, es ist nicht ganz richtig, aber okay. Und dann gibst du bei Google und du wirst wahrscheinlich bestimmt den Hadith sehen. Oh, Bruder. Dora, siehst du, das erste. Oder? Zeig. Warte. Ja, ja, richtig, Bruder. Dankeschön. Umar hat einen Sklaven gesehen mit einem Jilbab. Nein, ihr wisst schon, hat gesagt, bist du befreit? Sie sagte, la. Sie sagte, schmeiß es weg. Die Hijab ist nur für freie Frauen. Weiter. Ja. Also, sie hat sich so, die war, die hat sich zurückgehalten. Weiter. Und der ist zu ihr aufgestanden und hat sie geschlagen. Weiter. Bis sie es weggeschmissen hat. Und zurück. Oder weiter, wenn es noch da geht. Hier dann zurück. Damit ich weiterlese. Weiter, 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 weiter. Ganz am Anfang. Ja, der hat sie geschlagen, bis sie es weggeschmissen hat. Geh unten, du wirst bestimmt einen anderen Hadith finden, im Gleichen. Weiter runter. Du konntest scrollen. Okay. Da ist die Erklärung. Hier ist die Erklärung für diesen Hadith, warum er das gemacht hat. Für die Leute, die das wollen. Zeig die Seite, Bruder, damit die wissen, wo das steht. Bist du nicht, dass das in einer Ungläubigen Seite? Dora.net. Dora.net. Siehst du, Hadith, Scharf, schreibt einfach da die Nummer, schreibt genauso die Seite, oder ihr werdet es finden. Dora.net ist eine saudi-arabische Seite, sunnitische Seite. Danke, Bruder. Also, Leute. Okay, er hat sie geschlagen, Tamam. Ja, damit sie den Hijab weg macht. Kann ich das nicht auf Deutsch übersetzen? Versuch. Weil das ist ja, weil ich habe ihnen ja, das ist ja das, was ich behauptet habe, seiner Meinung nach. Der kam hier, um mir zu beweisen, dass nein, auch Sklavinnen sich zu bedecken haben in dem Islam. Das ist auf Deutsch, das ist auf Deutsch, ist auf Deutsch. Warte. Ja, hast du? Okay. Lies vor, Bruder. Omar sah eine Sklavin in einem Gewand und sagte, wurde sie befreit? Sie sagte, nein. Sagte er, steck es dir auf den Kopf. Aber der Jibab gehört den freien Frauen. Sie zögerte, also ging er mit der Dura zu ihr und schlug ihr auf den Kopf, bis sie ihn fallen ließ. Bruder, ich verstehe kein Wort. Ja, der hat sie geschlagen, damit sie den Hijab wegschmeißt. Der hat sie geschlagen und gesagt, warum trägst du den Hijab? Du bist nicht frei, du bist ein Sklavin. Sklavinnen dürfen sich nicht bedecken im Islam, verstehst du? Ja, ja, jetzt warte, Omar sah eine Sklavin in einem Gewand und sagte, woher es gefällt. Baba, ich bitte dich, das sind alle sachlich. Er war Al-Ghalil. Er war Al-Ghalil. Ist nicht so richtig. Äh, Jilbab Al-Mar'af und Al-Albani. Warte, 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 die Erklärung, das ist wichtig. Okay. Umar ibn Qatab, möge Gott mit ihm zufrieden sein, war während seines Kalifats für seine Stärke, bla bla bla. Jetzt, in diesem Hadith sagt Anas bin Malik, möge Gott mit ihm zufrieden sein. Jetzt, wichtig. Umar sah eine Sklavin, was bedeutet, Umar ibn Al-Qatab sah eine Sklavin in einem Gewand. Also er hat eine Sklavin gesehen in einem Gewand. Was bedeutet, auf ihrem Kopf war ein Kleidungsstück, mit dem sie verschleiert und maskiert wurde. Und dieser Schleier war freien Frauen vorbehalten. Also verboten. Das ist, was ich gesagt habe. Aufgrund dessen, was sie ausgesetzt waren, sah er einige der unmoralischen Menschen der Stadt, als sie hinausgingen, um ihre Notdurft zu erleben. Und so zeichnete Gott der Allmächtige sie damit auf ihren Schleier. Und er sagte, bist du gefreit worden? Fragte er sie, ist sie aus der Sklaverei befreit worden? Sie sagte nein. Er sagte, setzen Sie es auf Ihren Kopf. Nehmen Sie es vom Kopf. Der Jihad? Okay, verstehe ich schon. Der sagte, mach es weg, der Hijab gehört nur freie Frauen. Und dann hat sie sich zurückgehalten und dann hat sie geschlagen, bis sie es weggeworfen hat. Die Übersetzung, ich weiß nicht, ist das von denen die Übersetzung oder Google? Das ist von Google. Deswegen ist es natürlich ganz, ganz perfekt. Aber wenn man den Hadith sucht und den Scharfe sucht, findet man das, was ich gesagt habe. Ich glaube, Joker hat vorher diese Seite aufgeschlagen. Vielleicht, wie war noch die Nummer von Diyawad? 496. Abit Arud, warte, 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 warte. Abit Arud, warte, warte, warte. Das war doch 496. Abit Arud, warte. Na, aber es war ein anderer Hadith, oder? Ich glaube, das ist noch interessant. Warte, ich sage dir, welche war das von den anderen? Ich habe das alles gelernt. Ich habe das alles im Kopf. Und deswegen, wenn ich es versuche, finde ich nur auf Arabisch leider folge. Und die meisten Hadithen gibt es nicht. Warte, die haben wir von vorhin. Wie war das? Ich muss gucken, Bruder, ich weiß nicht mehr. Warte, ich gucke jetzt gerade. Sekunde, Bruder. Komm jetzt. Sie wissen, Freunde, mein anderes Handy ist kaputt. Ich muss zur Reparation schicken. Ich benutze jetzt gerade nur so ein anderes Handy. Das ist nicht ganz gut. Okay, jetzt. Warte, Bruder. Okay. Welche war das? Nee, das hast du gerade gesagt, oder? Warte. Warte, ich habe... Das mit den... 4, 9... Das war 4, 9, 6, glaube ich. Warte. Ja, ja. 4, 9, 6. Ja, guck mal, wenn du es findest. Ich weiß nicht. Ich habe schon. Und jetzt muss es hier 4, 9, 6, 4, 9, 6. Ja. Ja. Erwa Al-Ghalil oder Sahih Abidawood? 4, 9, 6. Das Problem aber hatte ich auch mal in so einem PDF-Buch. Da habe ich auch unter der Nummer was anderes gelesen. Das ist mir wirklich auch... Ja, das ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das die Seite 496 oder Nummer 496. Guck mal, erst mal Nummer 496. 496 steht... Okay, zeige mir auf Arabisch, damit ich schnell lesen kann. Ja, das ist das richtig. Warum hat er gedacht, das ist das nicht? Das ist doch das. Ja, ja. Les auf Deutsch, Bruder, wenn du das hast auf Deutsch. Das ist das. Ja, ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Das steht... Und warum sagt ihr, dass es nicht stimmt? Aber warte kurz. Unter dieser Nummer... Also, ob man eigentlich nicht das ist. Ich sehe es. Unter dieser Nummer findet man... Es gibt eine Seite 496. Du hattest es gerade gezeigt. Was war das, was du mir gerade gezeigt hast? Das war die Nummer. Ja, und das war... Ich habe den Hadith auf Arabisch gelesen. Das ist der Hadith, den ich gemeint habe. Verstehst du? Du brauchst nicht weiterzusuchen. Zeig es uns auf die Übersetzung. Also, das ist das, was er erfunden hat, oder nicht? Ja, ja. Genau. Also, das ist richtig. Ich verstehe es nicht. Warum sagt er, dass es stimmt nicht? Das war die Übersetzung. Kannst du sagen, in der Sprache? Ja, das ist das. Okay, ja. Das ist das. Okay. Ja, hier. Okay. Lise, I was reported from, from, from. Okay. Okay. And if one of you married of his female servant, also to his slave, also to his slave, also to his slave, also to his slave or servant, then let him not look at the portion of the body, which is between, oder, nee, below, ja, the Nabel, also unter den Bauchnabel, und vor, über die Knie, ne, also die sollen nicht zwischen, äh, ihre, Zwischengurtel, wie ich sage, und die Knie, also nur da darfst du nicht gucken, oben kannst du deine Sklavin gucken, und alles, sie muss nicht bedecken, sie muss nur dort bedecken, das ist auch nochmal einen Beweis für den Hadith, also habe ich gelogen, also der hat's gefunden, oder? Das war, das glaube ich schon. Ja, 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 der hat's gefunden, und dann hat er gefangen, zu spucken und so. Gell, Leute? Ja. Also, Leute, da habe ich nicht gelogen, wo ist diese Baba? Vor allem, was das Traurige ist, Bruder, er hat genau dieses Buch geschrieben, gezeigt. Und er hat's gefunden, und das ist, das war ein bisschen, warte, hier. Das war genau das, was er gezeigt hat, er hat sich mal gelesen, aber hauptsache beleidigt. Nein, der hat's gelesen, Bruder, und er war schockiert, deswegen wollte er nicht zeigen, ich sage, ihn zeigen, der hat's nicht immer versteckt, der hat's doch nicht, der hat den Hadith nicht gezeigt, ihn zu lesen, oder? Der hat's nicht, der hat die ganze Zeit gespuckt, weil der hat's gefunden, der dachte, der findet das nicht, oder der dachte, ich behaupte Sachen. Aber okay, und dann hat er angefangen, zu beleidigen, damit ich ihn wegschicke, weil der konnte nichts mehr beweisen, ich habe ihm beweisen, dass ich gedacht habe. Leute, habt ihr gesehen jetzt? Ja, ich will gar nicht reden, der wollte, ja, der wollte, dass der Live gesperrt wird, der wollte einfach, dass wir uns sperren. Also, okay, also hast du gesehen jetzt, Carlo? Ja, Bruder, ich weiß, was du meinst. Okay, also hatte ich recht, oder hatte er recht? Du hattest natürlich recht. Aber ich habe ja nicht beleidigt, gar nicht, weil ich wusste, dass ich im Recht bin, und er hat beleidigt, weil er wusste, dass er nicht im Recht bin. Nein, Bruder, er hat gelesen, so wie du sagst, er hat gelesen, und gedacht, oh scheiße, er hat recht, egal, ich gehe hoch und beleidigen einfach. Nein, er hat erst gelesen, als er hier oben war, und er wollte nicht zeigen, ich sagte ihm, lass uns lesen, lass den Hadith lesen, der wollte nicht. Leute, es ist peinlich, Leute, die ihn kennen, sagt ihm, dass wir das gezeigt haben, der soll sich schämen. Weil man sieht das gleich, diesen Hadith, sofort. Ja, ja. Also, Leute, bitte hört auf. Nur die Nummer eingeben, besuche, und es kommt. Ja, Bruder, sag ich doch, sag ich doch. Ja, ich leute ihn nicht mehr hoch, dass er mich beleidigt, wenn er das findet, wozu soll das dienen, wenn er mich beleidigt? Wenn er das findet, beleidigt er mich. Also, die gibt es nicht zu, die sagt nicht, okay, ja, ich habe es gefunden, du hattest recht. Peilig. Peinlich einfach. Leute, also, ich, ja, nimm an, heuchle, Joker, ich kann dich nicht mehr auch nehmen, du wirst gesperrt, der hat gerade gesagt, Waman, erzähl ihm nochmal, Waman, Waman, bitte zeig's nochmal, zeig's nochmal, bitte, Waman, 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 bitte, zeig's nochmal, Waman, Waman, bitte, zeig's nochmal, aber ich hole ihn nicht hoch, weil der ist gesperrt. Zeig's, zeig ihm bitte. Das, was ich gesagt habe, nur die Nummer hast du geschrieben, oder, Waman? Ja, ja. Zeig. Peinlich, Joker, hast dich einfach, hast dich einfach blamiert. Hier, alle Leute haben gesehen, dass ich Wahrheit sage. Hier, den Hadith, welchen um 4 oder 96, ja? Lese, 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 Joker, lese, du hast gefunden, dass ich die Wahrheit sage. Lese. Was steht da? Sahih. Ne? Was steht da, vor dem, äh, 4, 4, 4, äh, 4, äh, 4, äh, Satz, vor Ende? Sahih. Mach mich groß, boh. Und der hat sich blamiert, einfach gesagt, nein, gib's nicht, wuh, und der Versteckte wollte es nicht zeigen, nein, wuh, hier gibt's nicht, der gleiche Buch, den du hattest, Joker. Du hast dich blamiert, voll blamiert, wir haben jetzt alle Hadith gezeigt. Hier, siehst du, Sahih, seht ihr, Leute? Abidahud, auch, Abidahud, ja. Also, dich blamiert, Joker, du hast dich blamiert, alle Leute lachen dich hier. Ja, ja, eine heißen, ja, Kamel, Kamelien. Leute, das ist genau der Buch, den du gezeigt hast, Joker, hier. Hier, du musst nur die Nummer tippen und dann hast du den Hadith Sahih. Der braucht jetzt einen Burka. Dann beleidigen sie, ich hab jetzt gelernt, wie die machen, ne, wenn sie sehen, dass diese Sache wahr ist, dass es Sache ist, fangen sie an zu beleidigen, damit du einfach nicht mehr mit denen redest, damit die davon abhauen können. Leute, ich hab euch gesagt, ich hab alle Hadith im Kopf, provoziert mich nicht. Provoziert mich nicht, ich hab alles im Kopf. Komm doch, wenn du ein Mann bist. Wo soll ich kommen, Joker? Wir haben dir den Hadith genannt, du hast ihn gefunden, hast geleugnet, wolltest nicht lesen. Nein, wo steht, wo steht, wolltest gleich zeigen, er hat mich beleidigt. Warum beleidigst du mich? Hier sind Beleidigung ein Argument. Hier, der zeigt von dem gleichen Buch, den du hattest. Der hat es gerade gezeigt. Was willst du noch sagen? Blamiert dich nicht so weiter. Und wir haben auch den anderen Hadith gezeigt. Ja, hier, Leute, das ist das, was ich gezeigt habe. Nur die Nummer, Leute, alle, nur die Nummer. 496, an alle Leute hier. 496 Hadith. Sahih. Da, Auratel Emma. Mhm. Seht ihr? Der soll nicht zwischen die Gurtel, unter die Gurtellinie und oben von Knie sehen. Also, oben, die soll nackt sein. Und die andere Hadith haben wir auch vorhin gezeigt. Ich weiß nicht, ob du es nochmal zeigen kannst. Aber okay, ist ja egal, macht ja keinen Sinn. Danke, Freunde. Aber das ist blöd, hier zu zeigen, was dieses Gruß der sagt. Alles gut, du kannst es ausmachen. Alles gut, ich mache jetzt. Und langsam auch Feierabend. Aber das andere haben wir gezeigt. Aber du hast ja die Quellen jetzt alle, ja? Hast du alles? Ach, ich hab's mir geschickt. Ich guck's mir später nochmal an auf Telegram. Ja, ich hatte die nur den... Ja, ich hab dir den von Dora Sonia geschickt. Genau. Joker. Joker. Joker, mein Lieber. Guck mal, wenn du ein Wahrhaftiger bist, mach einen Termin aus. Such dir ein Thema aus mit Babu. Ja. Kommt in meinem Stream. Ich geb euch jeden von euch drei Minuten Zeit, meterweise. Und auf... Ich verstehe, was will er uns jetzt noch beweisen? Ich hab dir doch gerade die Hadith gegeben. Kannst du ihn hochholen? Hol ihn hoch. Nein, Bruder, ich hab keinen Bock mehr auf Schreien und Beleidigungen und solche Sachen. Weiß ich nicht, nein. Sorry. Er hat seinen Schuss bekommen. Er soll im Chat schreiben, dass er verspricht, mich zu beleidigen. Das hat mir sowas nicht gefallen. Guck mal, ey, was hab ich davon? Der soll doch zur Hölle. Was hab ich davon? Ich hab ihm gesagt, alle Hadiths hab ich gezeigt, die haben die auch jetzt alle gezeigt. Warum soll ich jetzt noch weiter mit ihm? Worüber soll ich noch mit ihm reden? Worüber? Ey, es ist sechs Uhr morgens. Ich weiß nicht. Ich weiß, was will er mir jetzt noch zeigen? Wir haben keine Angst, du hast deine Chance, du hast beleidigt, obwohl du den Hadith vor deinem Gesicht hattest, du hast geleugnet und belogen und beleidigt. Warum hast du den Hadith da nicht gelesen, wo ich gesagt hab, ja, zeig, ja, lese. Der will jetzt nur wieder beleidigen, damit wir gesperrt werden. Leute, ich lass mir das nicht mehr gefallen, sorry. Das ist nicht das erste Mal. Auch diese andere Reihe an. Der kommt hier hoch und wiederholt die Wörter, die problematisch sind. Der wiederholt sie und wiederholt sie und wiederholt sie. Und dann merke ich, okay, der macht das jetzt extra. Ich wurde gestern gesperrt, genau für sowas. Mach ich nicht. Nein. Okay, ich kann nichts machen, Joker, wenn er so sagt, nein. Aber Bruder, du hast gehört, Leute, hätte er euch so beleidigt und angespuckt und eure Eltern und eure ganzen Dings beleidigt. Hättet ihr weiter mit ihm gemacht? Ich verstehe nicht, was verleidt ihr von mir? Nein, nein, Achir, wenn du nicht müsstest, lass ihn dir. Alles gut. Ich bin kein Hund, ich bin kein Chara. Wir haben es ja gezeigt und gewiesen. Er hat mich beleidigt, er hat alle Beleidigung gesagt, die man sagen kann. Warum? Ich habe ihn beleidigt. Nein, warum hat er beleidigt? Warum überhaupt? Weil er hat gesehen, das ist die Wahrheit. Und ich habe euch jetzt alle Hadithe gezeigt, ihr habt sie selbst aufgemacht, nicht ich, nicht meine Seite. Und diese Buch hast du ja selbst aufgemacht, nicht ich. Und das ist der gleiche Buch. Und auch die andere Hadithe, nicht nur das jetzt. Aber gut. Reicht. Der soll sich westlich über. Ja, Freunde, danke. Und auch auf sunnah.com ist es auch. Ja. Zeig mir auf Arabisch, dann weiß ich direkt schneller. Ich bin schneller auf Arabisch überweist. Ja, das ist der gleiche, genau. Und der andere Hadithe auch, die zwei anderen. Ja. Wahnsinn. Wenn ich hier, schau mal, wenn ich hier auf Suche. Ich sehe die Musik. Das ist der Grund. Er hat es nicht leicht zu verstehen. Das ist der Grund, dass der Grund? Ja, Bruder. Direkt, ja. Charakter. Ich spreche bitte. Ich spreche nicht in der Sprache ja. Neue Zohjer, die Zohir von der Kriege. Neue Zohjärn, weil wir Dinge von 18 Jahren sprechen lassen. Und wenn ihr daet ihr einen Angetanet habt, und ihr ein Angetanet habt. Und ihrstringt habt ihr. Dann macht ihr nicht mehr ein Angetanet aus dem Angetanet. Und das Rücken ist auf dem Angetanet. Daud sagt Gott, und kaik. Und das Wort haben. Ja, Bruder. Ja, ja, ja. Trau ich mich nicht, Joker? Wie trau ich mich nicht? Du warst doch da. Ist das für dich eine Unterhaltung, das, was du gemacht hast? Ey, das war doch übel. Mann, ich weiß nicht, ob das für dich, ich weiß nicht, sind das für dich wirklich manieren, das, was du gemacht hast? Und danach habe ich alles gezeigt. Warum soll ich dir jetzt nochmal holen? Was willst du noch? Willst du hochkommen und ihn wieder beleidigen? Lesen zusammen, da lüge ich nicht. Wer hat doch gerade gelesen, das ist doch der Buch, den du gezeigt hast. Ich habe ja nicht gelogen. Ich kenne die Hadith auswendig und dann habe ich gesucht, wo die sind und habe dir gesagt, ich halte die ja schon im Kopf, Mann. Nein, nein, sorry, du hast schon, ich habe dir mehrmals gesagt, hör auf, jetzt hör auf zu beleidigen, hör auf, hör auf, hör auf, nein, sorry. Ich werde hier nicht, natürlich kenne ich die alle die Hadith, was denkst du? Ich beleidige nicht. Was war das vorhin? Ich labere, ja, du hast selbst, such dir auch die andere Hadith, wo er sie geschlagen hat, damit sie, ja, wo ist der Hadith, wo er sie schlägt, damit sie den Kopf, den Hijab weg macht. Omar, wo er sie geschlagen hat, du hast doch gerade gelesen vorhin, Bruder. Ich habe, ich habe hier Warte. Ja, wo er sie geschlagen hat vorhin, und gesagt, mach den weg, du bist doch nicht frei, wolltest du befreit. Nein, der Hijab ist nur für freie Frauen. Zeig, ich glaube, der war nicht da, der hat sich gesehen. Ich glaube, Waman hat das auch, Bruder, Carlo, Waman hat das auch. Oder, Waman? Waman, entstumm dich. Hast du es? Ja, ja, ich habe bei mir, hier. Okay, zeig ihm, welche Seite, zeig ihm hier, dora.net, das ist die Saudi-Arabische Seite, schreib jetzt einfach Hadith, schau mal, 91 847, ja, zeig ihm jetzt, den Hadith. Lass ihn weiter wählen, unten. Zeig ihm den Hadith. Omar sah ein Sklaven in eine Gewand und sagte, du bist doch befreit. Sie sagte, nein, sagte er, steckt es dir auf den Kopf. Sieh, die Besetzung ist falsch, also mach es weg, steht da wirklich. Aber der Jilbab gehört den freien Frauen. Ja, nur für freie Frauen ist der Jilbab. Zurück, geh weiter. Gibt da noch was runter, oder nicht? Wenn du, es gibt immer, wenn du ein Hadith findest, sie zögerte, ja, also ging er mit der Dora, so hat sie sich dann geschlagen, zu ihr und schlug sie auf den Kopf, ja. Ja, ja, kenne ich auch. Bis sie ihn fallen ließ, also bis sie sich entblößte. Ja, Leute, das sind zwei Hadith. Was war ich, habe ich noch eine dritte Folge genannt, gell? Ja, dass sie ihn bedient haben, nix, ohne Klamotten und so, dass sie auch mal ohne Klamotten machen. Ja, aber steht alles da. Joker, schau, kopier dir diese... Ja, mach einen Screenshot, Joker, und dann kannst du wieder... Joker, mach einen Screenshot. Mach dir einen Screenshot, Joker. Hier, Hadith, Dora, Sunniya, das ist eine saudi-arabische, sunnitische Seite. Also... Blamage voll. Das ist schon sehr gut. Wohmann, was bist du? Christ, Muslim? Naja, ich bin nicht religiös, gar nicht. Agnostiker? Atheist, oder? Ja, Agnostiker kann man sagen, so. Wie ist, geil, schön. Was warst du vorher? Ja, ich war jetzt nicht so ein strenggläubiger Muslim, aber Moslem halt, ne. Ich bin halt das... Ich bin Kurde aus dem Irak. Kurde aus dem Irak? Genau. Ahlen was Ahlen. Hör auf, Joker, du hast dich voll blamiert heute. Geh lieber schlafen, lass dich voll blamiert. Geh lieber schlafen, lass dich voll blamiert. Geh lieber schlafen, ne. Du hast den Hadith vor deiner Augen wohl zweite Lügen. Geh bitte schlafen. Hör auf. Du hast gerade noch mal den Hadith, dass sie geschlagen wurde, damit sie sich nicht bedeckt. Und er sagt ihr, denn Gilles Baby ist nur für freie Frauen. Was willst du noch? Geh dich verstecken, Mann. Geh. Du hast dich voll blamiert, Mann. Du hast dich voll blamiert. Also es geht noch. Und dann mich beleidigen, als Lügner, als das und spucken und so. Du hattest genug Zeit, um deine Beweise zu geben. Ja oder nein, Freunde? Ja. Er hat mehr als genug. Ich habe gar nicht gesagt, ich habe gewartet, habe gesagt, ja lese, lese bitte. Du wolltest nicht lesen, du wolltest beleidigen. Also ich wusste nicht, was du weißt. Ob ich die Bücher kenne oder nicht, ist irrelevant. Hauptsache ich kenne alle Hadith. Irrelevant, ob ich die irgendwelche Bücher nennen soll. Irrelevant. Das macht das, was ich hier gerade erzählt habe, nicht falsch. Also hör auf mit eurem logischen Feldschluss. Ich danke euch, Freunde. Alles gut. Wir können uns, ich glaube, langsam unterhalten, damit ich wieder runterkomme. Ich habe die ganze Nacht geschrien. Warte ganz kurz. Joker sagt, wo steht das, dass die Frau das nicht am Kopf haben darf? Ja. Warte, da steht hier. Es steht auch noch, guck mal, Bruder. Joker, wenn du die Seite hier kopierst, kannst du unten den Tafsir lesen. Da steht auch den Tafsir unten, dann wirst du verstehen. Schau, 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 schau. Hier steht, dieser Schleier war freien Frauen vorbehalten. Ja. Ja, Sklavien dürfen sich nicht bedecken. Hey, das ist bekannt, guck mal, ihr habt doch das Video gesehen von den Sklavien an den Kaaba, oder nicht? Von 1964. 1964. Jeder, der schreibt auf YouTube, Slave Market, Arabia, wird sehen, wie die Muslime an der Kaaba-Frau verkauft haben. Nackt. Sorry. Suche, Bruder. Geh auf YouTube, tippt, Slave Market, Arabia, 1964 Leute. Das ist gerade 60 Jahre her. Und ihr werdet sehen, dass da Frauen nackt stehen, in einem Markt zu verkaufen. Ah, es gibt einen anderen Hadith. Warte, 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 warte. Sehr gut. Ich habe mich jetzt gerade erinnert, über die Märkte, wie der Sohn von Omar al-Khattab mit den Sklaven umging. Wie er sie angefasst hat und mit ihrer Brüste gespielt hat und so weiter. In den Markt. Warte, warte. Warte, der hat mich jetzt gerade wieder daran erinnert. Wärst du nur weggegangen, Herr Joker wäre lieber für sich. Wärst du nur weggegangen, wäre tausendmal besser. Du hast nicht nur, wie nur einen Bienenstock hast du gerade gestört. Weißt du, wenn du die Bienen störst, das ist genau das, was er gerade gemacht hat. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Hadith ibn Omar. Omar in Arada, in Nischte, in Nischte, in Nischte, in Nischte, in Nischte. Und du hast das in Nischte, in Nischte, in Nischte, in Nischte, in Nischte, in Nischte. wie soll ich das schreiben auf arabisch nein weißt du was du schreiben kannst ja ich zeige mir wie das steht damit ich dir sage welche du wählen solltest okay ich sehe noch das freunde ist sie noch da wieder das er war ja das erste habe ich klick drauf nein du musst du unten mit der schreibst noch mal und dann musst du ja jeden welcher der hat jetzt wirklich probleme gesucht ja genau und weiter schreibt a l nie weg ernein nicht zusammengeschrieben wurde lehrtaste ja a l gh ja genau die erste erste war ja okay und dann kopierst du das okay gehst du auf google einfügen dann sage ich die nummer die tut er gleich auf google ja und dann schreibst du vor vorne die nummer bei google schreibst du die nummer 17 92 das ist die nummer 17 man kann ein video auf youtube finden slave market arabia ich schreibe es euch auf dem text da wird ihr die frau sehen in mecca in 1964 wie die verkauft wurden markiert ja warte 17 bruder 17 92 und die wird sehen die sklaverei die medislar verboten wurde ich sage ich rede jetzt mit dem chat hier freunde ich habe sie gerade im chat geschrieben einfach das schreiben auf youtube ihr werdet sehen wie die frauen nackt stehen neben dem kamer er ist schnell raus er ist schnell raus hast du bruder dora so nie wieder auf dora gehen wenn du dort findest hast du auf dora ja korte ok zeig mir auf arabisch damit ich gucke ob das ist die frauen übersetzt ja die ist abgehauen weil der wusste jetzt werde ich langsam langsam alle hadith rausholen ihr wisst doch wie ich bin auf dora ist nicht so wie ich bin ich mich hin genau das sag ich hin neust sag es auch hier auf doraus hier hast du okay ich zeige es auf Arabisch damit ich sehe hast du Bruder? warte ich suche mal na was ist das für ein Scheiß hier also ich sage wenn du es auf Google gibst der zeigt dir dann in diesen Ergebnissen auch Dora und dann musst du nur auf die Ergebnisse klicken und dann hast du direkt die ah warte ich glaube ich habe es hier zeig ja ich glaube das ist es in Amara ich sehe nicht richtig Bruder ja das ist der Hadith ja genau das ist der Hadith sag ich siehst du das ist richtig hier Freunde sieht ihr Dora zu mir wo ist der Joker der wird auch noch zeigen wo ist er jetzt wirst du es übersetzen oder steht er auf Englisch nein wenn du drauf klickst kannst du es ja übersetzen lassen ok lese Bruder jetzt lese lese du warte mal lese das besser du ich mach mal ein Auge in der Hand zwischen ihre Brüste gemeint war die Sklavin und ihren Hintern über der Kleidung legte und und so ihr Bein frei legte mhm Dramis hört man mich jawohl man hört dich die Erklärung ist ich habe gesehen wie Ibn Umar einen Toten in sein Grab legte das ist glaube ich was anderes ein anderer Hadith es gibt einen anderen Hadith warte 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 Leute da reicht der lassen sie für morgen einen anderen Hadith wo er sagt er hat Leute gesehen wie eine Sklavin kaufen und so anfassen und die haben sich geschämt vor ihm und der kam und sagte das ist doch nur eine Ware kommt und fass sie an der hat gut gemacht dass er abgehauen ist das war besser das hätte sich nur weiter blamiert ja heftig diese Hadithe die gibt es gar nicht auf Deutsch ja natürlich nicht Bruder sag ich doch deswegen habe ich ich habe alles im Kopf also würde ich jetzt mit einem Araber der Arabisch kennt der Ahnung hat von Islam ich würde nur den Hadith nennen ich bräuchte es nicht zu suchen in die Quelle verstehst du ich würde warum machst du keinen YouTube Kanal wo du das erklärst und zeigst ich bin ich bin auf YouTube viele Leute haben Videos von mir auf Arabisch und auch auf Deutsch ja aber du weißt nicht aber so richtige so eben wo du sagst beweist dass das und jenes ist und dann zeigst du die Quellen alles so richtig übersichtlich kann ich machen vielleicht mache ich das nicht das war öfter siehst du habe ich gelogen weil ich sage dir ehrlich wir hören hier in Europa in Deutschland in Österreich immer nur dieselben Hadithe die kennen das alles nicht aber das was du gerade zeigst das lese ich zum ersten Mal noch das sind Gold Quellen Bruder das sind wirklich Gold Quellen das sind ja wieder mal was Neues die besten Quellen der wusste nicht der wusste nicht mal der sagt mir welche Büsche der kennt gar nicht ich werde mal eine faire Debatte zwischen dir und Liebe zum Hadith ja auf meinem neutralen Kanal also wie gesagt kann sowas nochmal ich habe ihn wirklich nur runtergeklickt weil er wirklich Einschränkungen bekommen hat und er hätte meinen Stream gefährdet ich musste ihn runtergeklicken ich habe ich kann nicht voll und ganz verstehen und sowas einfach nicht mehr nochmal machen ja dass jemand hier hochkommt auf dein Stream der nicht so respektvoll ist dann lieber auf einem anderen Bruder hätte ich so viel Zeit bekommen wenn ich beleidigt hätte bei denen niemals warum du gehst du dir vielleicht wie du bearbeiten aus kennst du dich aus mit Video bearbeiten nicht so ganz aber ich kenne mich da gut aus wenn du willst du kannst mir privat schreiben du schickst mir diese ganzen Hadithe und so und ich kann daraus paar coole Videos machen können wir machen ja können wir machen ich werde eine Gruppe machen auf Telegard ich habe auch Carlo auf Telegard Putin und ich werde da eine Gruppe machen und wir können auch da schreiben schreib mir gerne auch privat auf Insta ah Insta zeige ich auf TikTok ich folge dir ich schreibe dir hier ja ja schreibe ich dir super super Lade dir Telegard runter dann machen wir mal Ding eine Gruppe alles klar wie heißt das Telegard Telegard ja Tele und dann einfach G-U-A-R-D-E ok kenne ich nicht muss ich mal neu machen ja lade einfach runter ich folge dir auch genau mit oder Ahmed ja wenn bei erster Beleidigung raus aber ich wollte nicht weißt du warum ich wusste das ist das was er will versteht ihr ich wusste seine Taktik die beleidigen damit es aufhört weil sonst würde er sich nur weiter bleiben aber ich wollte nicht ich war ruhig aber guck mal deine Beleidigung bleibe nicht an mich kleben das interessiert mich nicht lese jetzt einfach aber ihr habt gesehen der wollte nur beleidigen und spucken und ich meine wozu soll das führen ich habe ich habe wirklich mit ihm ich war geduldig ich habe noch mal Gudi geholt damit er mit ihm zur Vernunft bringt ihr habt gesehen der Gudi ist wieder hochgekommen der hat mit ihm gesprochen der wollte trotzdem nicht aufhören bis er dann gesperrt wurde ich weiß nicht was erwartet warum denken sie dass wir mit denen so umgehen müssen wer glaubt wer ist dass er so mit Leuten redet sorry ich war ich war geduldet damit die nicht sagen ich habe Angst ich habe extra geduldet damit die nicht sagen ich habe Angst von ihm weil ich wusste ich bin ihm recht und ich habe die Quellen ja ich war einmal bei ihm im live einmal das ist aber schon ein paar Monate her und das war ganz ruhig wir haben uns unterhalten ganz normal ohne beleidigen er hat auch gesagt wenn du willst kannst du immer wieder kommen und ich habe ihm auch meinen Standpunkt gesagt er hat mich nicht beleidigt deshalb wundert es mich warum er auf einmal so ausrastet ja ja das ist ja Bescheid würde wir machen das extra damit du nicht weitermachst damit du weggehst damit du weggehst ich verstehe sicher sicher weil sie haben die müssen ja lügen können ja mit lügen durchkommen das ist halt mit Wahrheit können die werden verkehrt und das ist ja auch keine Überraschung ich kenne das genau wie bei Hamdi ihr habt das gesehen das Video was ich gepostet habe bei der Kindesheirat ich habe gesehen wie er mit mir umgegangen ist er wollte nicht lesen das was ich ihm sage er wollte mir einen Hadid nehmen wo sieht man das bei mir auf meinen Akkord ich habe ein kleinen Video gepostet weil mich beleidigt und ich habe drauf geschrieben ich habe dann drauf auf dem Video die Tatsache einfach das antwortet ich lasse eben ich habe mit ihm auch geredet und er hat gesagt diese Fick-Sachen diese Gesetz diese Fick heißt das ja er sagt das soll nicht dein Thema sein das hat dich nicht zu interessieren interessiert dich nicht ich habe gesagt sicher interessiert mich das und er will nicht darüber reden weißt du und dann später hat er mich auch beleidigt und gedroht das Ding ist aber er wohnt auch in Österreich so wie ich und ich habe gesagt Hamdi wenn du mir drohst wenn du so stark bist Österreich ist klar treffen wir uns komm doch warte ihr sagt Noel war 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 dominanter ich habe euch gesagt die Muslime haben nicht die 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 Stärke von Logik sondern die Logik der Stärker die denken nämlich mit Logik normalerweise musste die Logik stärker sein und nicht die Logik die werden es wahrscheinlich gar nicht verstehen was ich sage mit dem rede ich über der war dominanter Mann die Logik die Stärke von Logik muss zählen und nicht die Logik von Stärke Leute wacht auf das Essen muss schmecken nicht nur aussehen nicht nur gut aussehen der war dominanter der hat geschrien und gespuckt das sind das die Argumente der hat nur gezeigt dass er eine wilde Typ der nicht erzogen wurde seine Eltern haben deren Arbeit nicht gemacht das ist das einzige was er habt ihr das mitbekommen mit Isambayan und Leeroy ne was mit einer Frau Isambayan kennst du ja mit der Ex-Muslima genau genau und er hat gesagt er wurde dort unfair behandelt und man hat dies und jenes geschnitten und dann hat er sogar und dann hat Isambayan auf Allah geschworen er hat gesagt ich schwöre genau da wo dieser wo Leeroy diesen Schnitt gemacht hat bei dieser Szene habe ich dies und jenes gesagt und dann hat Leeroy dieses Rohmaterial veröffentlicht und er hat das gar nicht gesagt der hat ihn richtig auseinandergenommen und dann sagt Leeroy und du lügst und schwörst sogar dabei auf Allah und du lügst und hier ist das Rohmaterial das sieht man auf Leeroy seinem YouTube-Kanal krass muss ich mir später die Stadt von Irak kommt zu Bode ich ja Mosul na ok sehr schön naja ist aber heftig dieses Video schaut sich das an naja muss man angucken ich wäre mal gespannt das ist ein allgemeines Statement weil mehrere Leute die bei ihm waren haben gesagt sie haben sich sie haben sich zu Unrecht behandelt gefühlt und er hat halt so ein Statement über diese ganzen Leute gemacht und Isam Bayan fällt halt auch darunter so in der Gegenmitte sieht man das mit ihm ok krass auch nicht beim Gebet nicht bedecken für die muslimer Sklavin die müssen auch so beten die müssen auch ihre Brüste nicht bedecken beim Beten oder ihren Kopf die müssen genau so beten nur vom Gürtel bis Knie auch beim Gebet vor Allah kennst du Babu kennst du Abu Ishaq Al-Huene Babu ja Bruder was kenn ich kennst du kennst du den Scheich Abu Ishaq Al-Huene ja 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 das ist ein guter Freund von Pia Vogel und der sagt auch er sagt auch wir brauchen einen Sklavenmarkt wo man Frauen und Kinder verkaufen kann der Grund warum es uns schlecht geht ist das aber weil wir kein Dschihad mehr machen kein Sklaven mehr haben zu verkaufen und so ja 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 genau 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 ja kenne ich ja natürlich er hat er danken ganz klar er hat er das schämen sich nicht aber in Ägypten wurde er verboten habe ich gelesen seine ganzen Bücher und so er hat ja auch eine große Kritik von Menschen gehört ey man braucht und keine Kriege was erzählst du da er sagte nein ich lebe nicht also das ist der Fert er sagte ja würden wir sechs sieben Sklaven mitnehmen von jetzt und wenn du in Geldnot hast willst du verkaufen für 300 oder für 400 dirhams oder dinars und willst du diese Notlage halt da mit Geld überbrücken und ja ja ich kenne den den Fertur ja ja und ich habe nur gelesen dass seine ganzen Bücher verboten wurden in der Al-Azhar-Universität nicht weil in der Al-Azhar wird ja auch nichts anderes gelernt also die lernen genau das alles das mit Sklaven natürlich die sagen das sogar aber jetzt unter dieser die haben ja die Muslimbrüder weggeräumt ich glaube jetzt nicht mehr also er hat trotzdem noch macht das Volk das Volk ist schon Gehirn haben die schon die Gehirnwächer verpasst bei aller Ägypten das ist schon Ägypten ist auch ein Land für sich aber die haben da auch sehr sehr gute Menschen die Aufklärung Arbeit machen und so ja sicher es gibt einen Abdu-Mahir für mich der Beste was heißt Beste aber für mich der was mich wirklich auch dazu gebracht hat vom Islam weg zu gehen ist Ahmed Abdel Samad er ist gut ja stabil sein Vater ist doch Imam glaube ich bei Al-Azhar oder so er ist leider gestorben schon von seinem Vater ja der ist Ägypten der ist auch stark der ist sehr sehr stark ein ehrlicher Mensch er ist Politikwissenschaftler also der weiß woher unsere Versagen kommen das ist durch den Islam er weiß schon was er sagt aber wie gesagt Abdel Meher das ist Mustachar der hat in der Armee gedient ich weiß nicht wie viel Behinderung der war in dem Krieg gegen Israel unseren Ägypter und der kritisiert Bukhari und der holt die Hadith und sagt das kann doch nicht sein die lügen über unseren Propheten das ist doch das schadet den Islam so die haben ihn zu 5 Jahren verurteilt in Ägypten gerade vor vorhin nicht mal ein Jahr nicht mal ein Jahr der hat gesagt dass wir sollten nicht ein paar Hadith von Bukhari den Muslimen nicht nehmen weil die schädlich für Islam sind die haben ihn wirklich 5 Jahre verurteilt obwohl er ein alter Mann der ist glaube 80 jähriger Mann aber das war unter der Muslimbruderherrschaft oder? nein gerade ein Jahr Bruder sage ich dir gerade nein gerade ok krass ja die haben ihn verurteilt für 5 Jahren und der hat den Präsident gebetet und die gesagt ich rede doch nur aus Liebe zu meinem Islam ich möchte nicht dass diese Hadith uns schaden das ist doch peinlich die haben gesagt nein du darfst nicht in den Hadith widersprechen die haben ihn verurteilt 5 Jahre direkt verurteilt er hat Behinderung von dem Krieg er hat 2 Kriege gedient gegen Israel ich dachte immer jetzt mit der neuen Regierung dort ist jetzt besser aber anscheinend nicht nein der hat Angst weil wenn Azhar spricht werden sich die Leute gegen Sisi die Leute alle die lieben den Islam die unterdrücken den Christen und so der kann da nichts nehmen der würde sich doch selbst schaden der Präsident Wahnsinn hab ich falsch gedacht nur weil die immer sagen nein wir nehmen kein Hadith nur weil die hier sind können sie sowas sagen also wenn sie eine Islamische die werden verhaftet wenn die sagen wir nehmen kein Hadith das ist eine Lüge oder der Bukhari wer ist der Bukhari das können nicht unsere Länder nicht sagen die werden verhaftet direkt krass das sagt keiner du darfst es nicht leugnen dort bist du Kefir und wie viele Hadithe die haben und die sie nicht kennen die nur auf Arabisch sind unzählige na heftig diese scheiße ganze Tricks kommt jetzt auch nach Europa du haust von Irak von sowas ab und dann kommst du hier hin und das passiert genau das gleiche noch schlimmer ja heute war in TikTok so ein Syrer du hast gleich gemerkt dieser syrische Akzent und du hast gemerkt er ist nicht lange hier der redet so wie einer vom IS so weißt du und ich denke mal du Bastard was machst du überhaupt hier das ist ja das ich sage ob es die Aleviten sind ob es die Jesiden sind ob es die Christen sind hauen von dort ab kommen hier hin suchen Sicherheit und haben inzwischen Angst auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann nicht nur das das ist auch schon vorgekommen dass einige die also vor denen die Leute weggeflohen sind hier wieder gesehen haben in Flüchtlingshermen da gibt es einige Fälle ja klar ja und da hat man merke gesagt kommt alle wir schaffen es alle arbeiten kommt alle arbeiten na Leute warum glaubt ihr dass sie also ich glaube man sagt wirklich dass sie die Fangen an zu beleidigen davon ja weg zu rennen oder ich sehe keine andere Erklärung dafür ich verstehe das nicht ja Ebenen Nidjes Ebenen Mashruma Kalb und ich weiß nicht warum gehört das zur Argumentation oder wozu soll das dienen außer dem Stream zu gefährden und die Diskussion zu entgehen ich verstehe nicht wenn er jemanden beleidigt das nicht weitermacht mit ihm wenn er im Recht ist dann bleibt auch ruhig und hat keine Angst das zu zeigen aber er hat nicht gezeigt der wollte gar nicht zeigen der hat auch nicht gesagt so schnell hat er sein Handy bewegt dass man gar nicht lesen konnte genau und wenn jemand im Recht ist der ist sicher der ist selbstbewusst und zeigt hier so wie wir die ganze Zeit ja genau ich habe mir jetzt noch mal einen Kaffee gemacht Leute das was Putin mir heute angetan hat ich werde ihn anzeigen Putin ich werde ihn anzeigen was du mir heute gemacht hast was haben die haben mich verrückt gemacht bevor diese kam ich war schon mit den Nerven fertig ich wollte schon schlafen gehen das was die Moses heute mit mir gemacht haben ich werde nie wieder live gehen Freitag und Samstag werde ich nie wieder live gehen sag ich Leute wenn die Leute besoffen sind werde ich nicht mehr live gehen dann müssen ich reden lassen ich schreie und ich will mit den Moslemen reden die schreien alle reden auf einmal und ich war schon fertig und ich schreie Leute ich war schon fertig mit den Nerven dann kam die andere Moslemen diese sie hat mich auch aus der Fassung gebracht ich musste schreien sie sagt nein der ist aus Marokko und die kennt die Geschichte nicht und Israel und die Palästina unterstützen dann bin ich wieder danke monotheist ich war wirklich fertig mit den Nerven und dann kommt so ein Joker und der fand ich war schon müde deswegen hatte ich kein Kraft mehr zu schreien und so Bro kennst du kennst du den der ist auch Ägypter den kennst du sicher warte ich zeige ihn und Mosakaria auch Ex-Muslim nein ich kenne Scherif Geber kennst du Scherif Geber ne ne aber er war früh Glocken gehabt lange Haare und er war im ägyptischen Fernsehen und hat gestritten mit einem Schech und Moderator wie heißt er ich weiß ich glaube irgendwie irgendwas mit Mohammed das kenne ich nicht kommt mir aber bekannt vor sein Gesicht sehr bekannt ein Video von ihm ist viral gegangen wo er gesagt hat er glaubt an die Big Bang Theorie und dieser Imam oder Schech und der Moderator hat gesagt du bist psychisch krank such dir Hilfe es gibt auch einen anderen Islam der drauf verlebt aber die haben ihn auch fertig gemacht die gesteckt und da Jakobus hast was verpasst Habibi Jakobus hast eine Debatte verpasst Jakobus hoi 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 ich bin ja seit 4 Uhr unterwegs habe ich gerade nur vier stunden geschlafen ja aber ich habe ein bisschen mit dem was war das thema also wie die okay ich habe ein hadith dann hat er gesucht und der fand den hadith dann wollte er nicht mehr zeigen gesagt hier wo steht das hier und dann fängt er zu beleidigen bestimmt zwei drei minuten dann habe ich so gut geholt weil die haben mit respekt von unseren ich habe nicht beleidigen hat gut die gesagt ja auf der freude redet mit dir ganz höflich warum schreist und weil er die hat gespuckt und beleidigt bis der gesperrt und er hat nichts gelesen ja das ist ja der typ ist so der hat wirklich von seiner eigenen schriften kakaplan und dann sagt er wo und dann wenn du beispielsweise jetzt christian sagt er sofort dann springt auf bübel guck mal was hier sagt und so und dann zeigt keine hand ist nur null das hat er versucht freunde die gesehen am anfang sagte und dein gott und deine jesus schweiz bin ich und da hat sie gemacht dass er schockiert war nach mich groß und du dich trafst mach mich groß wenn du ein mann bist dann habe ich ihm groß gemacht und ich habe ihn den hadith nummer genannt den buch hatte der buch ausgehört aber als der die hadith fangen wollte ich nicht mehr zeigen wir wollten noch beleidigen ja ja das ist ein vogel kennen wir schon bist du ein mann der denkt ich habe das noch nie mit männern gesprochen deswegen ich bitte die richter du mit kleine kinder ist die getter dieses wort nicht auf zu beleidigen was soll das sind keine argumente der kommt aus einem ghetto umgebung und er ist ja gewohnt an sowas bruder deswegen war den schiff auch dabei und der doktor schärfen kann ja kenne ich mit haraka doch 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 ich ja ja der war da habe ich habe ihn dann runter geschickt ich war nur wieder nur noch zu zweit oben wir haben den bruder gebetet dass er dich hoch lassen dass du mit ihm reden bist warum machst du das jetzt weitergemacht haben dass sie aber lese bitte zeigen den hadith leser der wollte nicht in der hand gemacht schnell so so nein das steht nicht nein da steht nicht ich sage mir bitte lass uns lesen zeigt und als sie dann war man die gleiche nummer hat die nummer geschrieben hat kam direkt das ist das was ich gedacht hab ja ja das kennen wir schon von ihnen der sehr arm im kopf der junge der sehr sehr amt nimmt doch gar keine ernst wenn er keine ahnung hat das sollte einfach die klappe halten warum die emi das das ist einfach menschen die leben alleine die wollen aufmerksam keiner interessiert sich für den guck mal in deren leid noch was ich jetzt sich 50 mehr nicht verstehst höchstens wenn die zu dritt sind zu viel sind er und dieser haben liebe zu tritt weiß sie haben gar keine ahnung die verstecken sehr viel also die wollen da nicht viel zeigen weil die haben angst wir haben gerade ein freund kaputt gemacht wir haben gerade ein hadith gezeigt hat nur beleidigt und gespuckt bisher gesperrt wurde ich habe kein kraftlitz 6 uhr morgens ich habe keine kraft mehr die kraft ich hatte hat mir hat mir heute putti weg genommen oh jakobus akberjan barilouis guten morgen ja ich bin gestern war war um ein uhr ins bett gegangen noch ich war noch kurz live mit barboden so ein uhr und heute siegur musste ich schon da antasten da so gerade über drei stunden gibt es einiges und ich habe noch acht mal stunden vor mir acht mal stunden vor mir noch arbeit oder ich weiß nicht wie ich das sie kriege ich glaube ich verstecke mich ihnen hinter der kurie hole mein teppich raus so koppler es war gesicht erst mal betet er schlafen da kannst du mal sehen wie süchtig nach sowas wird leider heftig oder wenn ich schreien nehme ich weiß was willst du jetzt noch diskutieren diese ortzeit ich habe wirklich kein kraft mehr leute ich habe schon die leute die mit mir den ersten abend sind wissen was ich heute erlebt habe mit meinen admins leben zur hölle gemacht ich habe mich das schulden ich schulde 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 ihr mit dem ich bei der du hast doch der ding smoothie oder so wird und dann hast du gesehen was ich erlebt habe heute mit der mit ich habe gerade gesehen ihr habt frauen mit kopftüchern und halb nackt gezeigt waren das eure geschwister und eure mütter die schlampen kleiner hurensohn ich fick deine mutter und eine tue das war das war das ist das habe ich auch gesagt ja ist ja ich habe mich jetzt im links und im visier ja sie wollen nicht diskutieren die wollen ja das ist das land die zu hause war zu hause sind nicht so weil ich ich liebe mit dem ich weiß wie die sind zu hause reden nicht so mit ihre kinder mit ihrer frauen schöne da würde ich da würde im hammer sofort die zähne drauf gegangen und alle und so gewöhnen alle sich auch gar noch so oder die hatten so was mich dabei waren behaart gesichthaare nicht entfernt ich will mir gar nicht vorstellen wie die frauen waren damals ich glaube eine wunderschöne gute nacht wir haben jetzt gesehen die erziehung von nemesis wie ihm seine mutter und seine vater und so erzogen haben das ist sehr gut der macht bringt seine älter ein schönes bilden jetzt können wir haben hier ein bisschen ahnung muss mal runter meine lieben wir haben später ist guter wie geht es euch wie egal wir haben gerade noch uns tot gelacht dieses nemesis geh weg geh weg das ist so ihr gefecht nemesis das ist doch mal hier weiter beleidigen lassen oder was es wird schon nehmen es ist will klar sie schickt anfragen die will wo das gefällt nur unsere stream wurde nein wurde gestern geprägt genau für sowas und er war schon vorher 100 gespuckt und beleidigt der wollte mir das beweisen der hatte gespuckt und bleiblich bis er gesperrt wurde nehmen es ist komm ich will kommen morgen also heute abend den mainstream da kannst du beleidigen damit ich hier runter schmeiße hoch runter schmeiße ich bin mit pingpong hat doch gerade die gehörte die sterbe hat doch gerade bereits auf übelste art wie er entzogen wurde wir wissen jetzt von dass er vielleicht ein puss entzogen wurde ich weiß nicht vielleicht sehen ein puss geworfen wir waren aber ich habe gehört der war der war hier was hat er wieder gemacht hat er wieder beine hoch gemacht und gesagt gibt mir diesmal war ein bisschen artiger ein bisschen beleidigt aber sonst war okay ich habe ihn gelassen gelassen antworte jetzt gibt jetzt eine antwort jetzt eine beleidigung interessiert mich nicht gibt mir beweise gibt hier quellen die argumente die wollte nicht weil er fand genau das was ich genannt habe ich habe gar keinen bock mehr auf diese tik tok um ehrlich zu sein ja zum wahnsinn weil sie die drin durch verstehen die nicht drin durch die die drehen durch für eine ideologie die sie nicht mal kennen die verteidigen mit ihre hände und zähne und füßen und wissen nicht mal was da drin steht bis sie dann irgendwie damit konfrontiert werden kommt hier nicht hoch wenn ihr eure Quelle nicht kennt das ist einfach nur feinlich blamiert euch nur recherchiert erst mal und dann kommt hier hoch nein ich lass keinen mädchen beleidigt dass ich nicht mehr weil ich möchte keinen stress leute ich habe keine kraft gemacht wenn du gesperrt bist nimmst du einfach mein account und wirst da ich habe leute die mir folgen die netze sind weißt du freundlich die wollen lernen die wollen wissen was wegen ja jetzt einfach jeder steht auf und wir gehen erst schlafen jeder steht auf und wir gehen erst schlafen wer meister alle die anderen die wo jetzt reinkommen die sind wir aufgewacht der wir haben es mir auch jetzt gestern gemacht ja als ich schlafen wollte was schiffen 70 schon gekleidet ich gehe jetzt schlafen ist der fall ich bin auch peinlich aber auch da war ich einfach sie wissen da am ende ich war gestern früh noch mal kurz da wo und dann seid ihr ich wollte dann weg gehen dann hast du dort ist ja dann feierabend machen leute wie ich heute gibt schrien ab heute ich habe wirklich das ganze haus ist aufgewacht zum glück habe ich mit den nachbarn und ich glaube dass die nachbarn sind die haben bestimmt hörgeräte die schatten sie aus nachts deswegen hören sie mich nicht ich habe geschrien mit dem marok geredet und der war sowas von nichts verstanden wir zeigen die halte wir zeigen sie und damit ich nehme alles was mein anladen ist klarei kinder alles nämlich alles was mein aller sagt ist okay für mich hat er wie jeden hat mich er sagt euch müssen wir sind gefährlich dann sind keine nette menschen dafür die die mir sagen nein muss die wir sind doch gar nicht alle so schlimm die sind doch nicht die sind nicht radikal sie sind offen wie die hier leben ja aber die texte nicht kennen und ihr sieht wenn wir sie mit detect mit deren quellen konfrontieren sagen sie ja okay das machen wir wenn andere sagt machen wir und das ist gefährlich dass das nicht verstanden haben warum sind leute nach es gegangen das waren doch auch hier nicht alle radikal sie haben auch nicht hier alle radikal gelebt das war sogar bei deutschen leute rapper weil die andere musiker die nicht mit religiös zu tun haben aber als die gelesen haben und fanden das ist die wahrheit haben die alle ihre koffer gepackten sind dann dort hingegangen ja genau leute ich glaube ich gehe jetzt auch nicht mal ein paar stunden hinlegen beziehungsweise ich werde hier nicht schlafen ich werde bestimmt jetzt noch ein bisschen was lesen ich muss die sunnah lesen ich habe den heute die frau gebracht der der hatte nie also diese hat er nie erwartet sein leben das so etwas gibt und sie war wirklich schockiert das nicht erwartet weil wir hatten die das klavier sich nicht bedecken dürfen und so und da bin dann alle hatte raus geholt wer ist dieser noel wer ist das bruder das ist nur ein ja aber der hat er hat noch einen anderen account wir wissen wir machen doch so fake accounts das nenne ich immer burkas damit man sie nicht erkennt und kommen hier so versteckt wie mit einer burka damit wir eine frau damit so nicht erkennt genauso die machen sich abfragen kommen rein wo verschleiert dann können sie nicht erkennt und fühlen sich dann frei zu schreiben ohne dass man weitergesehen genau genau ist auch cowboy genau dieser cowboy das ist der richtig mache ich danke ja das ist der der halt hat einen account der heißt cowboy die machen die machen die machen das ist nur so einen ein tastatur jihad ist ein guten vers für dich oder gute muss gutes zum lesen panischer aber ich traue mich das nicht adam zu sagen das 23 23 bis 37 da sind wir den staunbaum von jesus und was damit das ist sehr gut nachzulesen was abraham war nein nein in der bibel steht was anders ließ mal in der bibel in der bibel steht denkst du mein vater darum herum her laufende aramäa ja ja ich weiß schon aber in lukas lukas 3 23 37 ich habe jetzt keine lust ehrlich bibel holen lesen und ich habe nicht jetzt später wenn du schlafen gehst ich schick mir das auf links auf whatsapp damit ich nicht vergesse lukas ich schick mir das auf whatsapp oder und dann ist das später noch heute ist bisschen wiebel lesen die schule schulmack du poni wieso an mani morgen musst du mal stream kommen heute abend gerne schlafen heute abend kommt vielleicht ein imam wir haben jemanden geschickt wir haben jemanden geschickt der soll zu seinem imam gehen und er hat gesagt heute abend der wird mit seinem imam sein da habe ich gesagt okay kommst du mit einem imam direkt live und dann soll er diese sachen erklären wir wollen ihn fragen ich habe gesagt zu bau ich mache heute ein stream und dann schreibe ich hin ich suche ich würde jetzt auch nicht sachen behaupten wenn ich keine quälen habe also ich bin doch nicht bescheuert und sage das gab ihnen zum beispiel nackt beten müssen und sich nicht zu bedecken haben wenn das nicht stimmt ich würde ja keine quelle dafür finden das wäre wirklich ein selbstmord warum soll ich sowas machen jetzt besitzt kann ich ja weißt du warum bist du untergegangen ich warte ein bisschen dann gehe ich bekerei hole ich mir ich bin ich bin einfach rausgeflogen bleibst du jetzt noch wach barbo bitte bleibst du jetzt noch wach ja noch 7 uhr ungefähr dann gehe ich wo ich mir was vom becker und kommen zu hause besser ist und dann geschlafen ich glaube ich gehe jetzt schlafen leute da bin wenn diese wenn diese imam kommt dann kannst du gerne dazukommen wann wann ist das leben auch er ist eine suchanzeige machen gesucht wird imam mit wissen keine ahnung irgendwann hat nachmittag abend der typ der wird mir schreiben also ich habe ihn ja komme ich habe wir haben ihn mehrere gegeben wir haben ihn ich habe ihn gegeben und so dass er ein fahrt habe ich schon gesagt gefragt der imam was machen was macht und was macht allah mit der beute dann schritte der fall 65 66 dann haben wir noch gegeben und wir haben ihn noch gegeben wo sind die sperma beim mann und wir haben ihn noch gegeben wie kann es sein dass ein sammeln aber der wird sich da ein bisschen der könnte die stadt treten also da ist ein bisschen da ist ein bisschen raum für interpretation aber es gibt anderen fans der sagt wo man ja die werte die wir alle geklaut kommt mit so dass er von der beute beklaut hat ja das sind die sachen und wie kann der samen erst zum knochen werden ja hat alle ihm auch noch gegeben wir gucken mal wenn sein imam kommt dann der soll uns ein bisschen so erklären und dann behauen noch mehr raus weißt du wir haben doch genug diese sachen und dann brauchen die auf seinen kopf und wenn du ja da bist auch einfach aus was du hast was du ja witzig wird kannst du dann minuten jeden zwei drei minuten geben und einfach timer machen damit normalerweise normalerweise wenn ein imam kommt weil sie der redet normal ruhig weil der gibt ja auch ein bild ab ich lasse uns keine leute hoch großartig nur ein zwei leute fertig und dann haben wir auch zu kommen oder ist aber wenn sie mir hoch zu kommen oder es hat mir wird so wer hoch wird kann gerne hochkommen eine frage stellen und dann wieder platz machen ich will halt nur kein geschrei da drin haben was macht einfach dieses show ich will dass diese imam ich will dass diese imam dann dort steht und sagt ja es hat so stimmt stimmt 100 prozent was mich mal so der wo der wo auch gesteht wir lassen den einfach kein ausweg ja wir haben leute die arabisch reden wir haben leute die arabisch lesen wir haben leute die verstehen ja und er kann dann nicht mehr weg rennen und wenn der wenn der flüchtet oder das beste was uns passieren kann guckt eure imame wir stellen ihnen die frage wir zeigen alles selbst die rennen weg halos der islam ist tot auf tiktok ein imam darf niemals weg rennen der der muss der muss mit uns dann debattieren sage ich mal so dass der dass der aus der sache rauskommt entweder er gibt zu ja oder er sagt ja ich mache taqiyah ganz einfach jedoch okay jungs ich wünsche euch dann einen guten morgen ja pass auf euch auf dass wir sind unsere muslimer freunde ach sich nicht mit der albanen geschichte aus albumin nein leite dich da habe ich wirklich nie nicht wirklich kaum also wie gesagt unsere ich habe mich mehr mit unserer geschichte beschäftigt das buch ist das buch mit der alten oma Die haben solche verrückte Bücher. Und die sind immer so erfinderisch in den Namen. Die machen immer so Namen, die sich gut anhörern. Verrückt. Es gibt ja auch ein Buch von Christian Prinz, der es nicht steht. Es gibt viele Bücher. Wir haben heute nur 30.000 Reis. Es ist einfach nur... Ich vergesse euch auch. Es macht mir Spaß, mit euch zu unterhalten. Es macht Spaß, aber es raubt einen die Zeit. Ja, und auch die Nerven. Warst du nicht da? Warst du nicht da? Nee, ich war leider nicht da. Ich habe bestimmt sechs Stunden nicht sprechen können. Habe geschrien, habe geschrien. Dann habe ich gesagt, ey, das macht keinen Sinn mehr. Ich lasse sie jetzt einfach. Dann habe ich mich einfach mit den Leuten im Chat unterhalten. Habe einfach im Chat geschrieben. Ja. Tankatu ist einfach gegangen. Sie hat nicht tschüss gegangen. Gar nicht die Arme, ey. Ja, Mann. Ja, das... Sie kam auch kaum zum Wort. Wir alle. Wir alle brauchen neue, neue Regeln. Ich meine, okay, ich bin immer... Aber man kann nicht so wirklich immer demokratisch sein. Es funktioniert nicht. Und es funktioniert wirklich nicht. Ich versuche halt, ja, aber manche respektieren es, manche nicht. Manche beleidigen, manche Dings. Und wenn man beleidigt, dann weißt du, wird mein Stream gefährdet. Und das ist nicht okay. Weil ich möchte niemanden beleidigen. Ich werde auch manchmal laut und so, ne. Aber ich meine, ich beleidige nicht die Leute. Einfach so. Ich sage die Sachen. Ich kann verstehen, dass manchmal es schwierig wird, mit Muslimen zu sprechen. Aber man muss ja irgendwie damit klarkommen. Es ist schwierig, Bruder. Ich sage ja, es ist schwierig. Aber wie gesagt, wenn man sich wie Männer verhalten will... Hey, Lucrezia, danke. Danke, Lucrezia. Hey, Bruder, das ist immer so eine Sache. Und dann mache ich den Timer. Und dann sagen die, nein, mach das doch weg. Wir sind alle hier erwachsen. Wir sind alle da. Okay, ihr seid alle erwachsen. Mal gucken. Aber wenn ich die Timer wegmache, schreien sie alle auf einmal. Und die Leute unten hören nicht mehr. Und dann gehen einfach, verstehst du? Oder schreien sie alle, wenn ein Muslim da ist. Und der Muslim hat keinen Bock. Und geht einfach weg, weißt du? Und dann bleibe ich da allein. Und mache einfach so einen Monolog. Und rede und rede und rede und rede. Ich kann ja auch nicht ewig reden, ne. Oder redet ihr. Wenn da kein Muslim ist, dann sollt ihr reden. Und ich halte die Klappe. Ja, nee, natürlich nicht. Das ist ja immer noch dein Stream. Aber wie gesagt, wenn du möchtest, wenn du merkst, es kommt keiner hoch, da kannst du ja auch ein bisschen selber reden. Einfach mal ein bisschen Hadith auch machen oder den Koran zitieren und dann einfach lesen. Ich mache das mit dem Koran hier. Ich werde den Koran lesen. Nein, das mache ich ja natürlich auch. Ich bin gewöhnt, sowas. Wie gesagt, auf den anderen Streamen, auf arabischen Streamen auch, ne. Ich rede und philosophiere und dann gehe ich von einem Thema zu einem anderen Thema. Und in dem Islam fehlen ja keine Themen, ne. Da hast du genug Sachen zu besprechen, ja. Und dann rede ich und so. Aber wenn ein Muslim kommt, ne, und alle schreien und dann kommst du zur Beleidigung, der bleibt nicht mal eine Minute da. Und dann ist er weg. Und wir können ja auch das ausnutzen, mit dem Reden und unterhalten, ne. Aber ich kann verstehen, dass manche Leute direkt, ja, halt ungeduldig werden oder sich angegriffen fühlen. Und ich lasse mich da mit Beleidigung nicht mehr. Ich fand zum Beispiel diesen Aziz heute sehr, sehr Respekt, also ja nicht respektvoll, oder er hat das Ding mit Respekt angegangen, auch wenn er vielleicht, ähm, nicht so viel Ahnung hatte, aber er hat sich das angehört, hat gemacht, er hat nicht beleidigt. Das war schön, sowas ist, sowas, wie gesagt, liebt gerne, aber nicht jemand, der reinkommt und, äh, beleidigt. Ne, ja, natürlich, Bruder, ja, natürlich ist es wichtig, hat man auch. Ja, weil wir wollen, mit wem wollen wir dann diskutieren, wenn wir nicht mit den Leuten, die anders denken und diskutieren. Ich kann nicht mit euch debattieren. Wir sind ja auf einer der Wellenlängen, wir sind beide für die gleichen Prinzipien oder für die gleiche Moral. Wir müssen ja mit den Leuten, die nicht mit uns einverstanden sind, diskutieren und debattieren. Und wenn wir denen keine Chance geben, dann gibt es auch keine Chance, deren Art und Weise zu denken, zu ändern. Wir müssen ja irgendwie an die rankommen, ja. Und vor allem, du bist ja, du bist ja stark, äh, äh, im Arabischen. Und ich habe alle Hadithen im Kopf, verstehst du, ich erinnere mich direkt, wenn ich überrede und dann direkt fällt mir was an, dann suche ich. Und ich kenne viel mehr Hadithen wie die anderen. Das heißt, ich habe ja auch mehr Argumente. Manchmal komme ich gar nicht dazu, die Argumente zu geben, die vielleicht auch die Richtung von dieser Unterhaltung ja auch ein bisschen beeinflussen werden. Und dann manche Sachen müssen mehr erklärt werden. Und ein paar Freunde kennen zwar die Hadithen oder das, aber die wissen den Kontext nicht. Die wissen nicht, wie ist das passiert, warum ist das passiert, verstehst du? Also, das ist aber auch wichtig, damit der Mensch auch ein gesamtes Bild hat. Genau, und das ist das, was ich sage. Die kennen einfach nur Sahel Bukhari, Sahel Muslim, Sinan Ibn Majah. Ja, und kennen aber die Geschichte dahinter nicht. Ja, ja, da fehlt noch einiges bei denen. Ja. Und dann der Muslim auch. Der hat dann auch, der muss ja auch dann die ganze Geschichte, weil wenn du ihm nur eine Sache sagst, ne, und der geht dann zu seinem Imam und der erzählt dir irgendeine Geschichte, ne, die nicht stimmt, zum Beispiel, dann hat der auch, dann nimmt er das einfach an und okay, dann hast du nichts erreicht. Aber wenn ich ihm die ganze Geschichte gebe, genau wie es passiert, was hat der gesagt und so, und der mit diesen ganzen Informationen geht, dann hat auch der Imam Schwierigkeiten irgendwie zu manipulieren. Richtig, weil du hast, du kannst es, du kannst es dann erläutern. Scharach, da kannst du ihm geben, weißt du, was ich meine? Ja, Scharach, das ist bei Mosul. Das ist ja Blurud. Zum Beispiel, wir haben, glaube ich, über Aisha gesprochen und die ganze Geschichte von Elif, wo sie beschuldigt wurde mit Zafon und so, die ganze Geschichte, die ist viel größer. Das ist wichtig, dass der Vers erst nach einem Monat kam und nicht direkt, weißt du, nach der Ereignisse passiert ist, dass Abu Bakr sie steinigen wollte. Der kam rein bei Mohammed zu Hause, hat sie beleidigt, wurde sie schlagen, Mohammed hat sie im Schutz genommen, weil auch Abu Bakr war ja überzeugt, dass sie fremdgegangen ist. Die Geschichte zum Beispiel kennen viele nicht, dass Abu Bakr sie auch bestrafen wollte und sie zu Mohammed gegangen und rein hat sich angeschrien und Mohammed hat sie in Schutz genommen. und dass der Vers erst einen Monat danach aufgewertet wurde und das, was heißt das einen Monat? Warum sollte er einen Monat warten? Jibril musste direkt wissen, ob da was passiert ist oder nicht. Ja. Jibril ist ja auch der Ereignisse. Der weiß alles, was passiert, der ist überall, die ganze Zeit, aber nee, da musste Mohammed einen Monat warten. Warum? Er musste gucken, ob sie schwanger ist oder nicht. Ob sie dann ihre Menstruation bekommen wird nach einem Monat oder nicht. Und erst dann hat er sie irgendwie freigesprochen in dem Koran. Und das fand ich auch merkwürdig. Ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es manchmal lustig, wenn da manche Muslime reinkommen, die nicht so viel Ahnung haben oder gar den Koran noch nicht gelesen haben, aber versuchen es zu verteidigen. Ja. Ja, bescheuert, Mann. Wir wissen nicht mal, was die da verteidigen. Wir haben keine Ahnung von Geschichten. Wir wissen nicht, dass jeder Vers für irgendeinen Grund offenbart wurde. Und das ist auch ein Problem, weil eigentlich Allah sollte eine Nachricht haben oder eine Botschaft, die schon vorbereitet ist, die er uns mitteilen wird. Und nicht einfach so, wie die Leute gelebt haben, dass er da einfach sich reingemischt hat. Was hat das mit uns? Dann hat das nichts von Göttliches. Das kann nicht von einem Gott kommen, wenn da, da muss was passieren, damit Allah spricht. Und das ist aber trotzdem ein Koran und ich spreche Allah. Nein. Das ist das nicht. Weil Allah sagt, ich habe alles geschrieben, schon vor tausenden von Jahren, bevor ihr überhaupt... Das ist ein freier Willen, laut dem Islam. Mhm. Ja. Und dann zum Beispiel, ja, Mohammed wollte das und dann kam dieser Vers. Der hat das gemacht und dann kam dieser Vers. Okay. Wusste Allah nicht, dass das passiert ist. Warum hat er das nicht vorhin gesagt? Hey Leute, bevor ihr das macht hier, es ist so und so und so. Wir haben dann direkt dem ganzen Buch gegeben. Nein. In zwei, drei Tagen, dann hätten wir Ruhe. Und in 23 Jahren hat er das alles geschrieben. Langsam, langsam, aber das waren Ereignisse über 23 Jahre, wo er den Koran auch verbatet hat. Das finde ich auch nicht normal. Und er hat es trotzdem nicht zu Ende gebracht. Am Sterben wollte er trotzdem noch was schreiben. Er wollte was schreiben, aber er kam nicht dazu. Den, diese Hadith. Ja, wen hat er, Eben Talib, war das ja Eben Talib, wo er einen begeben hat. Amar. Amar, ja genau, Amar war das. Er hat einen Stift zu Wort. Er hat er halluciniert. Diese Hadith kannten die Freunde nicht. Ich habe denen gegeben. Und die wussten nicht, dass Mohammed schreiben kann. Wussten die Freunde hier nicht. Ich habe denen dann gegeben, den Hadith. Diese ganzen versteckten Hadith kennen die meisten nicht. Weil auch die Muslime diesen Hadith nicht gerne nennen oder nicht gerne zeigen. Das kennen nur die Leute wirklich, die da ganz, ganz, ganz tief eingetraut sind. Das war ja an seinem letzten Tag, ne? An seinem... Ja, an dem, es war Donnerstag. Ja. An dem Tag, wo er sagte, warum, er hat die Medizin gegeben, der ist aufgestanden, fand, dass Eishan Medizin in den Mund geschmiert hat. Und deshalb, die Eishan, alle schmieren in den Mund, auf der Brille, ein bisschen war gerade reingekommen. Ja, der ist gerade reingekommen, also der wusste nicht, was sie da vorbereiten. Und ja, der wusste, dass sie ihn vergiftet haben. Und dann sagen die, nee, der ist durch den Gift gestorben, den er vor vier Jahren gegessen hätte. Also, ich bitte dich. Ja, warum ist der nicht direkt gestorben? Ja, der hat seine Nachricht nicht zu Ende gebracht. Ja, aber auch hier sagt er, Eishan, ich will was schreiben. Und die haben nicht schreiben gelassen. Also, der ist doch gestorben, ohne seine Botschaft. Komplett zu geben, mit uns zu teilen. Ja, also, das macht auch keinen Sinn, weil die sagen, nein, Allah wollte ihn nicht direkt sterben lassen in Haibar, weil er hatte noch in diesen vier Jahren den Koran zu schreiben. Und die sind das hier, okay, und was ist mit den letzten Buchen, die er schreiben wollte? Warum hat ihm nicht Allah noch ein Jahr gegeben, zum Beispiel, oder einen Tag wenigstens, damit er das schreibt? Genau, damit wir ganz genau wissen, was er schreiben wollte an diesem Tag. Ich glaube, der wollte dann sagen, ey Leute, ich habe nur Spaß mit euch gemacht. Ich habe euch verarscht, das war ein Prank. Ja, ich habe das wirklich. Und ich glaube, der wollte sagen, dass Ali ihn folgen sollte. Der war ja dann ja sein geliebter Schwiegersohn. Der hat ihn, es gibt auch Hadithe, wo er ihn vorhin gesagt hat, der soll mit den Leuten beten und so. Da haben die Schiiten wirklich auch in vielen Sachen recht. Man sollte auch immer die beiden Hadithe lesen, von den Schiiten und von den Sunniten. Weil manche Geschichten findest du bei den Schiiten, wo die Sunniten verstecken. Das mit der Erbe, das stimmt auch, aber das gibt auch bei den Sunniten die Erbe von Fatim Zahra, weil die ist dann nach dem Tod von ihrem Vater, die ist dann zu Abu Bakr gegangen. Und Mohammed hatte ich versprochen, ein Land in Khaybar mit Palmen und so eine, nicht ein Grundstück, wie soll ich das nennen? Eine Farm quasi. Und dann hat Abu Bakr gesagt, nein, die USA ist verboten. Deswegen ist auch USA bei den Maliki verboten. Man kann kein Testament schreiben. Bei uns ist es verboten, auch in Marokko. Wir dürfen kein Testamente schreiben. Auch wenn du es machst, wird das nicht anerkannt nach deinem Tod. Und dann hat sie gesagt, ich möchte meine Erbe. Dann sagt er, nein, ich habe Mohammed gehört. Er hat gesagt, dass Propheten nicht geerbt werden. Und sie hat ihm gesagt, nein, du lügst. Es steht in dem Koran, dass Daud Salomon geerbt hat. Sie hat ihn wirklich fertig gemacht. Sie hatte auch gute, sie hatte gute Argumente. Da hat sie trotzdem nicht anerkannt, dass sie die Tochter vom Prophet. Und dann hat sie an einem Freitag, ist sie auf den Dingsminaret gegangen und hat eine Predige gegeben, wo sie Abu Bakr nicht beleidigt hat, also halt beschimpft hat und hat gesagt, ich bete an meinen Vater und so, dass du den Himmel nie siehst, also nie in den Paradies kommst. Und sie hat mich wirklich übelst, quasi beschimpft. Das, was mit der Arme passiert ist, naja, okay, obwohl ihr Vater ein Krimineller war, er war halt traurig. Sie ist ja auch sechs Monate danach gestorben. Sie hat gar nicht lange überlebt. Ja. Mils, wer ist diese Mils? Kennt jemand diese Mils? Wir wollen keine Beleidigung hören. Wer ist Mils? Keine Ahnung, der hat gerade Anfrage geschickt. Kennt ihn Sie in der Möse? Worman, Worman TV hat Einladung geschickt. Das ist er ja wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt ein anderer falsch. Bro, 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 hör zu, wichtig, wichtig. Doch, das ist seine Stimme. Babu, hör zu. Ich hab das aufgenommen, vorhin, mit Joker. Ich hab vergessen, aber ich hab das aufgenommen. Und ich hab dir das jetzt auch angeschaut. Er hatte diesen Hadith vor sich. Ich hab's auf Video, Bruder. Der war geschockt, oder? Ich hab's auf Video. Wie kann ich dir das schicken? Ich will dir das schicken. Auf Telegard, Bruder, auf Telegard. Boah, wie, Bruder, Telegard? Das ist ganz einfache App. Du musst da keine Nummer geben. Du bekommst einen Code und das ist anonym. Und wie kann ich dich, und dann schick ich dir bei Privat nachher? Ja, dann schreibst du mir, ich geb dir meinen Code, oder du gibst mir deinen Code, den du da bekommst, und ich edite dich bei mir, und dann kannst du mit mir schreiben, wie WhatsApp ungefähr. Okay, Bro, ich schick dir das Video, da sieht man das gerne auch. Ja, lade Telegard, Bruder, schreib mir Privat hier, lade Telegard und schickst mir mit mir. Ich post das. Geil, geil, geil. Super, Bro. Danke, Bro, danke. Danke. Ja, ich hab euch gesagt, der hat sich in der Handel wollte trotzdem nicht zeigen. Für mich sicher. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Mädels. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr müsst keine Angst haben, ich bin kein Hater oder sonst irgendwas. Niemanden beleidigen oder sonst irgendwas. Wir wurden heute genug beleidigt, ich meine, ich wurde genug beleidigt, gespuckt. Zum Glück kommt die Spucke nicht durch TikTok. Nein, nein, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es einfach nur nette Gespräche, netter Austausch. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist schön, das ist auch was sie wollen. Du hast eine Frage an Carlo, meinst du? Ja, genau. Was hat dich denn umtrieben? Ich habe gelesen, dass du Ex-Moslem bist. Was hat dich umtrieben, den Islam zu verlassen? Weißt du mich? An den Host. Also ich weiß nicht. Der Host ist ja, ich bin geborener Christ. Lorika war auch Christ. Ach so. Ne, ich bin Ex-Moslem, ja. Viele Sachen, viele, viele Sachen, wie gesagt, wir reden oft über jede einzelne Sache manchmal. Aber es gibt auch zum Beispiel, wie ich immer sage, Kindermissbrauch, Sklaverei, den Dschihad, den Krieg, Menschenrechte, Frauenrechte. Und ja, halt viele Themen, die für mich nicht akzeptabel waren. Die ganzen Fehler in dem Koran, die ganzen Fehler, die Gott macht. Zum Beispiel die Fehler mit dem Erbe in dem Koran ist falsch. Die Erbe ist falsch. Ein Gott musste wissen, wie man irgendwas teilt und das ist bei ihm falsch. Also Sachen, die einfach ein Gott wissen müsste und Fehler, die ein Gott nicht machen sollte und Sachen, die ein Gott nicht erlauben sollte. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass Allah die Adoption verbietet, dass er Schweinfleisch verbietet, dass er Alkohol verbietet, dass er Glücksspiele verbietet. Aber dann Kinder eher zum Beispiel erlaubt oder Sklaverei erlaubt oder ja, halt Menschenhandel erlaubt oder Frauenschlagen erlaubt, Unterdruck von Frauen. Solche Sachen, die keinen Sinn ergeben, wenn man denkt, okay, was wäre jetzt Priorität? Sklaven verbieten oder Schweinfleisch? Ich hätte da direkt Schweinfleisch. Ich hätte direkt gesagt, okay, lass uns Schweinfleisch, brauchst du nicht so verbieten, aber verbiete bitte die Sklaverei. Er hat es nicht nur nicht verboten oder nicht nur erlaubt, sondern er hat es legalisiert. Er gab es einen Stempel von Allah, das erlaubt ist, wie es zu sein hat, wie man mit Sklaven umgeht. In diesem Fall, wie man mit Sklavinnen umgeht, wie das gemacht wird, welche Sklavinnen verkaufen darfst, wie du sie verkaufen darfst und solche Sachen, die einfach unvorstellbar sind. Mein Gott sollte wissen, dass das nicht okay ist. Das kann ich nachvollziehen, dass es wahrscheinlich viele Faktoren sind, die dieses Umdenken bei dir ausgelöst haben. Warst du aber auch jemand, der praktiziert hat? Ja, ich war ein Mosk. Ich bin auch in Marokko geboren. Bist du aus dem Ursprung aus Nordafrika? Auch dort geboren, aufgewachsen, studiert und alles. Und dort auch die Religion verlassen. In Marokko schon? Ja. Wie ist denn dein Werdegang danach weitergelaufen? Danach musste ich erst mal niemandem davon sagen. Ramadan musste ich mich verstecken, wenn ich essen wollte und trinken wollte. Weil ich jeden gezwungen, Ramadan zu machen in islamischen Ländern. Ich musste ihm das nicht sagen. Ich musste aufpassen. Weil ich hätte ja auch meinen Kopf verlieren können. Ist denn Marokko in den Sachen intolerant? Ich habe so eigentlich aus Nordafrika, finde ich, also ich kann es jetzt nicht so wirklich einschätzen, aber ich finde, dass Marokko so das stabilste, mit eines der stabilsten Länder in Afrika. Ja, tatsächlich. Aber wir haben ja da auch, aber die Gesetze nicht. Die Gesetze, wir haben islamische Gesetze. Was die Erbe angeht, zum Beispiel haben wir eine islamische Erbe. Auch das mit der Erbe, weil, guck mal. Marokko fehlt, glaube ich, nicht als islamisches Land, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist islamisch geprägt, aber nicht islamisches Land. Aber ich meine, wenn wir, da bin ich anders, weil, guck mal, wir haben islamische Rechte zum Heiraten, islamische Rechte zum Scheidung. Jeder ist gezwungen, Ramadan zu machen, ausnahmslos. Was noch? Erbe haben wir auch, islamische Gesetze. Geburts- und Kinderfamilien, Sachen haben wir auch islamische Gesetze. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Marokko keine Scharia hat. Ja, aber die nie Gesetze sind islamische. Ja, natürlich nicht. Aber zum Beispiel andere Gesetze heiraten, wie gesagt, Scheidung, Erbe, die Kinder. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Letztes Jahr hatte ein Typ eine unehrliche Beziehung zu einer Frau, die war verheiratet und die hat mit einer Frau das gehabt, die hat eine Tochter bekommen. Die hat ihn verklagt, die haben den Attest gemacht, der den Attest sagt, dass das seine Tochter ist. Die Frau hat ihn verklagt, das Gericht hat das nicht anerkannt, weil der Islam sagt, das ist nicht seine Tochter. Zum Beispiel. Wow. Ja. Noch ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel als Marokkaner, du hast eine Ehrfrau und du kommst hier in Europa, aber zehn Jahre hast du deine Frau nicht gesehen, nicht angefasst und du gehst zurück und sie ist schwanger. Du sagst, wer ist das? Das ist dein Sohn. Das Gesetz sagt, dass es dein Sohn ist, weil der Islam das sagt. Das ist in Deutschland aber auch. Wenn du in Deutschland, wenn wir beide jetzt, wir beide sind jetzt Mann und Frau und ich bin die Frau, ich bin dir aber in der Ehe fremd gegangen, dann wird dieses Kind erstmal dem Ehemann zugeschrieben. Wusstest du das? Aber mit DNA-Test? Das kommt danach, aber als erstes zählt das... Ja, aber die erkennen bei uns keinen DNA-Test. Das spielt ja keine Rolle, die Gesetze sind aber in dem Fall gleich. Da finde ich, kannst du das Marokko oder halt diesem islamischen Land, wenn du es als islamisches Land betitelst, erhalten. Also auch wenn du deine Frau zehn Jahre nicht gesehen hast. Bitte? Auch wenn du deine Frau zehn Jahre nicht gesehen hast. Ist hier in Deutschland auch. Das spielt ja nicht. Das ist ein islamisches Gesetz. Bei uns ist das auch durch Islam. Das ist, weil Mohammed vier Jahre nach dem Tod von seinem Vater geboren wurde. Deswegen haben wir es. Also bei uns dauert die Schwangerschaft bis 20 Jahre in dem Islam. Wie meinst du das? Das verstehe ich jetzt nicht. Die Schwangerschaftsdauer in dem Islam kann bis 20 Jahre dauern. Das ist der islamische Gesetz. Und das ist in Marokko genau so. Auch wenn du DNA-Tests machst und sagst, das ist nicht mein Sohn. Zum Beispiel du kennst den Vater und du sagst, das ist dein Sohn und die machen ihn DNA-Tests. Das kann ich dir zu 100 Prozent sagen. Wenn jemand, ein verheiratetes Paar, wenn die Ehefrau entgeht, das Kind wird erstmal, das ist in einer ehrlichen Gemeinschaft gezeugt worden. Das später dem Erzeuger wahrscheinlich zugesprochen wird. Klar. Aber in erster Linie, nein. Da muss der Mann klagen. Das kannst du nachlesen. Bei uns nicht. Auch wenn du klagst, hast du keine Chance. Das ist dein Sohn. Wir haben ein Gesetz. Im Islam sagt, der Sohn gehört dem Ärmer. Auch wenn die Frau fremd geht, auch wenn es den Arzt gibt. Du bist gezwungen, das Kind als dein eigener Sohn großzuziehen und zu akzeptieren und ihm deinen Namen zu geben. Wie gesagt, der Vater vom Prophet ist drei Monate nach der Hochzeit gestorben und Mohamed wurde erst vier Jahre danach geboren. Oder fünf Jahre. Deswegen. Kann man das irgendwo nachlesen? Ja, der Vater von Mohamed und der Opa, ich kann jetzt nicht sagen, ich rede jetzt vom Gedächtnis. Aber das findest du, wenn du suchen willst. Kannst du finden. Ich kann gerne später gucken und dir dann... Super. Hava, wenn du... Folge mir, mach ich sehr gerne. Aber ich erzähle jetzt einfach die Gutschicht her, wenn du möchtest. Sehr gerne. Sehr gerne. Bist du Muslim, meins? Bitte? Bist du Muslim? Ich bin... Ja, wie soll ich das nennen, was ich bin? Ich bin jemand, der an nichts glaubt und doch an irgendwas glaubt. Ich glaube... Agnostiker. Ja, also ich lasse mich nicht gerne so in so eine Sparte reindrücken, aber ich glaube, das kommt dem am nähersten, sagen wir es mal so. Atheist nicht, weil Atheisten glauben nicht. Genau, genau. Das ist halt immer ganz schwierig. Ja, wie gesagt, der Vater und der Opa haben an dem gleichen Tag Geschwister geheiratet. Die Mutter von Mohammed und ihre Schwester. Der Vater von Mohammed ist weggereist. Drei Monate danach auf dem Rückweg ist er gestorben. Neun Monate nach der Hochzeit hat der Opa einen Sohn bekommen, Hamza. Und das ist der Onkel von Mohammed, so genannt. Und nach vier Jahren wurde Mohammed geboren. Dieser Onkel Hamza, die hatten die Hochzeit an dem gleichen Tag, ist vier Jahre älter wie Mohammed. Und der Vater ist ja, wie gesagt, drei Monate nach der Hochzeit gestorben. So. Deswegen kommt dieses Gesetz... Man kann auch dich dagegen verklagen bei uns, ne? Du kannst auch bei uns dich dagegen verklagen. Auch wenn du DNA-Tests machst und du bist dir hundert Prozent, dass das nicht dein Kind ist, bist du gezwungen für ihn zu sorgen, ihm deinen Namen zu geben und er wird auch dein Geld erben. Und das riesige Problem ist, was ist jetzt, was ist jetzt, wenn der Typ, mit dem deine Frau fremdgegangen ist, ne? Deine Frau ist da gegangen mit deinem Typ, die hat ein Kind bekommen, du bist gezwungen, dieses Kind deinen Namen zu geben und das deinem Kind anzuerkennen, ne? Nach 20 Jahren, dieses Kind ist 20 Jahre alt, der trifft seine biologische Schwester von dem anderen Mann und die wollen heiraten. Da spricht nichts dagegen. Die ist nicht seine Schwester, obwohl sie biologisch seine Schwester ist, aber sie darf sie heiraten. Ne? Oder wenn sie eine Tochter bekommt, dürfte sie ihren Vater heiraten. Der Vater, also der, der sie erzeugt hat, dürfte dieses Mädchen heiraten, weil sie nicht seinen Namen, die ist nicht seine Tochter, die wird ihn nicht erben. Verstehst du? Das geht so tief und es wird ekelhaft, wenn man immer mehr denkt in diese Gesetze. Das höre ich zum ersten Mal, also dieses Argument, das werde ich mal nachher nachlesen. Aber diesen Zusammenhang mit 20 Jahre Schwangerschaft habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, die sagen das so einfach, weil wenn die vier Jahre gesagt hätten, wäre es ein bisschen verdächtig. Die sagen von sechs, das kann dauern bis sechs und manche sagen bis 20 Jahre. Dass ein Frau schwanger sein kann bis 20 Jahre. Wir nennen das in Marokko ragged, das Schlafende, dass das Kind geschlafen ist im Bauch. So nennen die das bei uns. Und das kann man irgendwo nachlesen? Ja, das ist gesetzt. Guck mal, ich habe ein Video bei mir geteilt, auf meinem Account, von Shahrawi, das ist ein großer Gelehrter, der sagt, dass er erzählt, dass er sagt, dass alle Gelehrter das Gleiche sagen. Da fragt ihn der, 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 der Fernseher, der Typ, der ihn interviewt, fragt ihn, sagen wir mal jetzt, ich bin nach Saudi Arabien gegangen, ich war da vier Jahre und ich habe eine Frau nicht angefasst, nicht gesehen und ich komme zurück und sie ist schwanger. Und sie sagt mir, das ist dein Sohn. Soll ich ihr glauben? Sie sagt, ja, soll ich ihr glauben? Das sagen alle Gelehrte, alle Medaib. Und ja, die antwortet das direkt. Das sind eine der größten Gelehrten in der Islam, da kann Ihnen keiner widersprechen. Hör ich zum ersten Mal aber. Okay, nehme ich mal so hin. Ja, du kannst jetzt das Video gucken, das ist ein Video. Das ist ganz bekannt, das ist kein Geheimnis oder so. Wenn man ein bisschen weiß, kennt man das auch. Die meisten Muslime, die da recherchiert haben, studiert haben, kennen das. Also ich habe eine Frage an die ich möchte, die aber nicht zu nahe treten. Also nicht, dass du das persönlich nimmst. Darf ich fragen, stehst du auf Männer? Warum denn jetzt diese Frage? Ja, einfach nur so. Weil das wurde mir gerade eine Privatnachricht zugesandt, dass ich dir diese Frage noch stelle. Warum kommt diese Frage aus dem Nichts? Ja, ich weiß. Ich weiß, die Frage auch ein bisschen merkwürdig. Aber das würde mich auch interessieren. Nein. Nein? Nein. Sehr gut. An was glaubst du? Du hast ja jetzt den Islam verlassen. Ja. Was ist dein Glaube? Woran glaubst du? Obergnostika. Bist du auch? Ja, ich glaube an keinen Gott. Ich glaube nicht, dass es ein Gott ist. Sarah. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin nicht auf Männer. Und du? Stehst du auf Männer, Miles? Äh, gelegentlich. Okay. Nein. Also ich habe nichts gegen Leute, die... Also ich habe nichts gegen Leute. Bisexuell? Leute. Ja, genau. Okay. Und du? Nein, ich bin vollkommen hetero. Bei uns ist ja nicht okay. Aber vielleicht gestecht ich eh. Ja. Ja, ich habe das viel gehört bei Christen, dass sie darüber debattieren. Habe ich viel gehört. Aber ich sage mal, jedem das seine, ne? Ja, ich meine, Gott gibt die Sünde, aber nicht die Sünde. Ich hatte letztens hier einen Moslem, der sagte, ja, das ist doch krank. Ich weiß, ich glaube, du warst auch dabei, Carlo. Ich glaube, du hast ihn gefragt, warum stehst du jetzt nicht auf Männer? Das ist doch heute normal. Weil der Matthias damals, ist das normal, dass er auf Kinder stand und... Ich weiß nicht, ob du, oder was ist jemand anderen? Ah, aber meine Frage an dich. Du bist ja Ex-Moslem. Wie steht denn der Islam zur Homosexualität? Also man sollte sie von einem Hochhaus schmeißen. Aber, aber an sich ist ja eigentlich das homosexuelle Sein auch im Islam nicht verboten. Das ist ja auch nicht verboten, oder? Okay, wenn du da... Okay, das, 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 die Penetra ist, ist verboten. Genau. Aber alles, alles andere. Das stimmt. Das stimmt, ne? Also mit der Hand und, äh, Blow ist erlaubt. Also da, da gibt's kein Verbot im Islam. Das stimmt. Nur halt die Penetra ist erlaubt. Dieser ist Verbot im Islam. Das stimmt schon. Aber ja, die, die Strafe, wie ich gesagt habe. Nein, dann meinte er, das ist doch krank. Da sind kranke Menschen, zwei, zwei Männer oder zwei Frauen. Und ich habe ihm gesagt, ey Mann, ich finde es schlimmer, einen Mann mit einem kleinen Kind, als zwei erwachsene Männer oder Frauen, die das freiwillig miteinander machen und mit deren Zustimmung. Oder dass ein Mann seine Sklavin vergewaltigt, für mich ist das schlimmer, als wenn ich zwei Männer oder zwei Frauen miteinander. Ich muss ja das nicht gucken, ne? Das machen sie in ihrem Haus. Warum soll mich das stören? Was mich stört, ist diese kleine Mädchen oder diese Sklavin, die gegen ihre Willen misshandelt wird. Also ich habe da, das geht mich gar nicht an. Ich habe nichts gegen niemanden. Ich möchte auch keine Menschen hassen. Ich hasse niemanden. Und ja, jeder hat Recht zu leben, so wie er will, solange er keine andere Menschen schadet. Oder ja. Absolut. Das sehe ich auch so. Jeder Mensch ist frei. Hallo Mary, Sabahin Nur. Ja, die Leute stehen auf jetzt. Ja. Wer wird einfach Moslem, dann werden wir Freunde. Sagt, LGBT sollte man nicht im Kindergarten, was meinst du, LGBT sollte man nicht im Kindergarten fördern? Wie fern fördern? Ich habe keine Ahnung, wer das da irgendwie macht. Da habe ich keine Ahnung. Die wollen das halt normalisieren. Mhm. In den Schulen und in den Kitas und in den Kindergärten. Also das war mir wirklich erstmal vielen lieben Dank dafür, für diesen Vertrauensvorschuss, dass du mich einfach hochgeholt hast, ohne mich zu kennen. Dafür wollte ich dir einfach mal Danke sagen. Ja. Danke, dass ich meine Fragen stellen durfte. Und ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass ihr einen schönen Abend auch. Danke dir auch. Danke dir auch. Gottes Segen meins auf jeden Fall, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Lieben. Vielen Dank, ne? Ganz lieb. Florika war auf deiner Seite aber jetzt nicht, ne? Ganz lieb. Dankeschön. Schönen Tag, Männer. Danke. Danke, Bruder. Also das mit dem Kindergarten oder weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wer das machen will, wie das gemacht wird. Aber ich habe da, ich glaube, Kinder sollten wissen, dass sie ihr Recht auf ihre Körper haben, dass keiner sie anfassen soll, dass sie verstehen, was da ist. Damit, falls sie in diese Situationen geraten, auch sich schützen können oder auch weitererzählen, Und wissen, was das ist und auch deren Eltern erzählen. Zum Beispiel, ja, der Typ wollte das machen oder der hat mir das gesagt. Ich finde schon, dass Kinder ein bisschen wissen sollen. Aber wir sollten allgemein die Kinder nicht sexualisieren jetzt. Ob Homosexuell oder Lesben oder Jungs oder... Wir machen das auch immer mit den Kindern, ne? In beide Richtungen, ne? Wir sollten die Kinder nicht sexualisieren. Das sollten wir nicht. Hey, Waman. Ich habe dir meine ID geschickt. Ah, ja, super. Bei dieser Aufnahme, man hört meine Stimme nicht, wenn ich rede. Ist aber egal, ist egal. Man hört dich. Okay. Mit denen. Genau, ja, ja. Nur mich hört man nicht, aber ist nicht wichtig. Das passt. Okay. Okay, wenn ich schreitig bin, adde ich dich und dann... Ja, oder ich schicke dir morgen, weil ich bin schon müde. Ich gehe dann schlafen. Ja, ja. Ich schreibe dir, dann hast du mich. Ich werde dich adden, dann musst du es annehmen. Und dann haben wir uns beide da. Okay, super, Bro. Das passt dann. Gute Nacht. Danke. Gute Nacht, Bro. Danke. Gute Nacht, Bro. Ja. Ja, aber ich finde schon, dass das normalisiert werden soll, weil... nicht für kleine Kinder, für ein bisschen erwachsene Kinder, weil viele Kinder, die in dieser Situation sind, nicht verstehen, was da passiert. Trauen sich nicht darüber zu reden. Und vielleicht nehmen sie sich das Leben in der Pubertät oder so. Deswegen sollte auch das für diesen Kinder auch gemacht werden. Weil das sind ja auch unsere Kinder, die dann dadurch leiden. Und sie müssen erst mal an den Kindern denken und dann an uns und an unsere Glauben oder unsere Überzeugungen. Erstmal sollte man die Kinder die Freiheit geben und auch denen das Recht zu geben, zu leben, wie sie wollen. Ich rede jetzt nicht von wenigen Kindern. Ich meine jetzt alle 12, 13, 14, dass sie verstehen was. Außer weil viele können darüber nicht reden und nehmen sich halt das Leben. Das ist, finde ich, trauriger. Das ist jetzt meine Meinung. Sie werden doch auch geboren. Nein, Kindergarten nicht. Nein, Kindergarten nicht. Aber ich glaube, sie machen das bei jeder... Ja, Bruder? Jeder soll doch das machen, was sie für richtig hält. Ist ja nicht schlimm. Ja, aber das soll nur, was ich meine, damit diese Jungs auch oder diese Mädchen in der Schule auch nicht gemobbt werden oder sich unter Druck gesetzt werden von den anderen. Dass es wirklich auch die anderen verstehen, dass es normal ist, dass diese Person anders ist. Und damit auch diese Kinder dadurch nicht leiden. Das ist für mich wichtiger, dass keiner leidet. Ja. Gut, Mobbing ist auch so ein Thema, was leider sehr wenig angesprochen wird. Ja, natürlich. Auch nicht mehr so schön. Aber ja. Ich meine, da sollte man einfach jeder für sich lassen. Jeder soll machen, was er will, solange keine anderen schadet. Genau. Wie gesagt, jeder soll machen, was er für richtig hält. Wir sollten uns nicht reingucken in die Schlafzimmer von Leuten. Ich meine, was geht mich an, was die Leute in ihre Schlafzimmer machen? Sobald sie beide erwachsen sind, ist mir egal. Ich muss ja nicht zugucken. Ich muss ja nicht dabei sein. Warum soll mich das stören? Ja. Ich war mal in den Schulen. Ich war in Marokko. Ich bin zur Schule in Marokko gegangen. Nicht hier in Deutschland. Da weiß ich nicht. Ja. Tatsächlich habe ich auch meinen mittleren Reifen als Flüchtling auch geschafft. Ja. Was soll ich sagen? Wir waren auf der Schule auf jeden Fall. Ich habe auch vieles über Albanien gelernt, über die albanische Geschichte. Das ist gut. Ja, vielleicht kannst du dir nochmal davon erzählen, dass wir davon was lernen. Albanien ist echt eine schöne Geschichte. Ich feiere Albanien, muss ich auch ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber die Geschichte, wenn ich die Geschichte höre, sie haben so ein bisschen wie wir gelitten, die Albaner. Ja. Aber es gibt einige Menschen, die das auch noch lernen müssen. Ja, vielleicht kannst du uns vielleicht einen Abend machen, wo du das erzählst. So wie du gesagt hast, hast du den Assis, dass er über Marokko ein bisschen mehr erfahren sollte, über seine Herkunft? Ja. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, was ist Lory, kann ich beleidigen? Wir haben niemanden beleidigen. Ich habe echt jemanden beleidigt. Ich habe niemanden beleidigt. Niemand hier wird angelacht. Ich habe immer gesagt, bei mir ist Demokratie das Wichtigste. Wir lachen über niemanden. Ich rede doch für Rechte. Ich unterstütze jede Menschenrechte. Ich schreie hier für Kinder. Ich schreie für Sklaven. Ich schreie für jede. Und ich meine es auch ernst. Für jeden, was menschlich nicht gut ist. Sag ich mal so. Weißt du sowas, was den Menschen schadet? Wir sind gegen Menschen, die anderen Menschen schaden. Egal in welcher Hinsicht. Richtig. Richtig. Ja, ja. Ob es die Israelis sind, ob es die Palästinern sind, ob es keine Ahnung mehr ist. Dass ein unverlässliches Kind leidet, muss nicht sein. Weißt du? Das ist das Schlimmste. Ja, das ist das Schlimmste. Ja, das ist das Schlimmste. Ich habe ja schon gesagt, habe ich Krankenpfleger gemacht. Ausbildung. Und ich habe auch im Kinderabteilung gearbeitet. Und das war für mich das Schlimmste in meinem Leben. Diese zwei oder drei Wochen, die ich da im Abteil verbracht habe. Diese Leiden von diesen Kindern. Die verstehen nicht meistens. Und die können nicht mehr atmen. Und so wie die Leiden. Das hat mir das Herz einfach kaputt gemacht. Und das war ja auch in der Zeit, wo ich ja im Zweifel war in der Religion und so. Ja, warum macht das Allah? Was haben diese Kinder überhaupt gemacht? Die leiden monatelang. Manchmal ja auch Jahre. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr verunsichert damals. Hat mich wirklich mitgenommen. Übrigens konnte ich auch nicht helfen. Das ist das Schlimmste. Man kann nichts machen, um diesem Kinder zu helfen. Oder die Sachen, die wir da haben, genügen nicht. Es ist ja auch so. Zum Beispiel hier in Deutschland würde das Kind vielleicht nicht so leiden. Der hätte ja Medizin. Der hätte mehr Hilfe als in anderen Ländern, wo es nicht so ganz... Obwohl in Marokko ist ja nicht ganz schlimm. Aber es gibt ja noch Länder, wo es noch schlimmer, wo Medizin nicht ankommt. Wo zum Beispiel abgelaufene Medizin geliefert wird. Oder wo die gar keine Krankenhäuser haben. Ja. Ich war nie Muslim. Ja. Ich war nie Muslim. Ja, genau. Ich war nie Muslim. War ich nicht. Ich bin in Marokko geboren. In Marokko gibt es nur Muslime oder gibt es was anderes? Ein bisschen Juden. Ein bisschen Juden gibt es noch. Ja, noch 2000 heute. 2000. Ja. Ich war 300.000 in den 50ern. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, auf was du hinaus willst, warum es Kriege gibt. Da musst du ja den Menschen fragen, den Menschenverstand, warum er so eine Ideologie hat, um einen Krieg zu führen und andere Menschen umzubringen. Obst, nein, Krebs kommt nicht von der Psyche. Tiere haben auch Krebs, ich meine. Es gibt Tiere, die keine Krebs haben. Zum Beispiel Blauwahl bekommt nie Krebs. Die hat Gene dagegen, die ihn dagegen schützen. Die Forscher suchen auch gerade diese Gene, um zu versuchen, auch bei der Mensch eine Lösung zu finden. Es gibt Tiere, die keinen Krebs bekommen, die quasi so eine Immune dagegen sind. Das hat mit denen ja nichts zu tun. Nicht mit Psyche. Wie gesagt, es kommt vieles, vieles, vieles verwechseln, dass sie sagen, Kriege kommen von Gott, Krankheiten kommen von Gott, das kommt von Gott, das kommt von Gott. Aber wir vergessen, dass es auch eine schlechte Seite gibt. Der Teufel, das Böse, gibt es ja auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, der führt den Mensch in Versuchung, weißt du? Und den vernachlässigen viele, also viele vernachlässigen Gott. Und der Teufel freut sich darüber, wenn man sich von Gott abwendet. Und deswegen... Ja, das ist eine Sicht vom Glaube, die kann ich natürlich nicht... Ja, natürlich. Ich kann dazu nichts sagen. Spätestens wenn... Oder auch nicht, da ist keine Sicherheit. Keiner ist zurückgekommen, hat uns gesagt, ob da ein Allah gibt. Oder auch Al-Albani ist auch... Ich bin Ex-Christ, Alhamdulillah, Muslim und kein Götzending an mir. Allah-u-barak-fik. Sehr gut. Auf jeden Fall, falls du Albaner bist, dann tut es mir leid... Das ist wichtig. Also wenn du beleidigst, dann bist du bestimmt Muslim. Dann bist du ein guter Muslim. Ja, wie gesagt, wenn du Albaner bist, dann tut es mir leid, wie die Schwester Lorika. Ich habe dir ein bisschen Geschichte verpasst, was in Albanien abgegangen ist. Ich denke, du provozierst dich. Ich provoziere nicht. Ich sage nur wegen der Geschichte. Wenn man wirklich weiß, was damals passiert ist... Aber ja, ich mag die Shippies. Ich mag Albanien, wirklich. Ich mag wirklich Albanien. Du bist aber nicht Albaner, oder? Nein, nein. Ihr wollt aus Syrien mir meine Geschichte erzählen. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe da nicht viele Ahnungen. Aber ich kann mir vorstellen, wie es abliefert, dass der Islam kam. Ich glaube, dass es anders war als in meinem Land. Der Islam ging überall mit der gleichen Taktik. Du bist sogar Syrer. Du bist Syrer und Ex-Christ? Dann warst du Syrisch-Orthodox? Oder ein Aramäer? Vielleicht hat ihn IS überzeugt. Ja, bestimmt. Vielleicht ist er ein Fanatiker. Es gibt Leute, die auch so was stehen auf Blut und sind blutdurstig. Wie der Typ, den ich hier letztens hatte. Und ich habe auch dein Video geteilt. Liebe Obst, was Liebe und Frieden bringt, wenn du einfach mal die Bibel aufschlagen würdest, dann würdest du über 100 Verse über die Liebe finden. Allein schon im 1. Korinther 13, 13 steht drin, dass es nur noch Glaube, Liebe und Hoffnung gibt oder bleibt und die Liebe unter ihnen die größte ist. Werak, zwei Hauptmänner. Was heißt Werak? Willst du Blätter? Werak oder was? Was meinst du mit Werak? Ihr seid nur Kreuz. Ich bin nicht gläubig, Al-Albanin. Ich bin nur Kreuzretter. Gott sei Dank gab es die Kreuzretter. Sonst wären nicht nur Albanien islamisiert, sondern die anderen Länder wären dann auch zwangsislamisiert. Ja, aber der Islam mischt sich auch überall. Kein Wunder, dass man ihn auch kritisiert. Das ist arabisch. Oh, was hat er geschrieben? Und was steht in? Werak, ich weiß schon was, das heißt Werak. Werak, Papier. Ich habe keine Sorge. Papier oder Blatt? Die Kreuzretter hätte jetzt schon ganz Europa eingenommen, aber ich sage mal, ja, die Kreuzretter gab es aus vielen Gründen, um euch einfach zu stoppen und euren Glauben weiter auszubreiten und den Menschen aufzuzwingen. Du bist ja aber auch eine Antwort, die meisten Kreuz. Die Züge waren ja auch eine Antwort auf der Angriff von Salahddin Ayyubi, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ja, Salahddin. Ja. Wallah. Naja, wir reden über alte Bücher, die heute noch neu benutzt werden, um irgendwelche kriminelle Taten zu rechtfertigen oder zu erlauben. Deswegen, die Leute sind ja nicht entwickelt, deswegen müssen wir über deren alten Bücher sprechen, Entschuldigung. Dann liest ab sofort keine alten Bücher mehr über den zweiten oder ersten Weltkrieg, liebe Upps, weil das sind ja auch alte Bücher. Ja. Deine Logik möchte ich auch gerade gerne verstehen. Eure Väter waren schon krank. Ja, es geht nicht alle, aber kommt drauf an. Warum sagt er jetzt sowas, verstehe ich nicht. Warum fühlt er sich jetzt angegriffen? Verstehe ich nicht. Oder ist er eine Frau? Ich verstehe es nicht. Wir haben nicht beleidigt. Wir haben gar nichts gemacht. Ja, wir leben hier wie jetzt. 2015 hast du gesagt, was IS gemacht hat, vor acht, sieben Jahren. Wir leben zwar hier, aber es gibt immer Leute, die noch diese Sachen heute machen wollen. Kinderheirat gibt es immer noch in islamischer Ränder. Sklaverei gibt es immer noch in islamischer Ränder. Ich meine, okay, alles ist alt, aber alles wird noch heute praktiziert. In Mauritania gibt es Sklaverei heute noch. Es wurde erst 2007 verbruttet. Du bist weg, Bruder Carlo. Jesus liebt dich. Hallo? Ja, jetzt, ja. Okay. Wo sind denn mein Chat? Wo sind die Leute, die mit uns die Nacht waren? Seid ihr jetzt weg? Wo ist Sarah hin? Wo ist Marmush? Ja, wo ist Sarah? Marmush ist auch da. Marush. Ja, Marush ist auch immer da. Ich kenne alle, die, die hier bei mir immer sind, kenne ich natürlich. Weil ich schreie, ich rede, aber meistens dann nur noch mit denen, wenn es ruhig werden wird. Die Muslime keine Kraft mehr haben. 2023. Ja, ja. Wir können hier auch darüber sprechen. Es sterben jeden Tag acht Mädchen in den Jemen, nur davon. Na, durch Kinderheirat. Natürlich müsst ihr hier noch. Leider müssen wir hier noch darüber reden. Ey, Edik. Der ist noch da. Was ist Edik? Hast du Feierabend? Oder hattest du heute frei? Oder wieso bist du noch wach? Lorika ist auch wach. Sie will was über Albanien lernen. Ihr muss sich noch ihre Geschichte beibringen. Ja, das ist krank. Obst, natürlich ist es krank, dass alte Männer kleine Kinder wollen. Das ist schon krank, ja. Reicht. Das ist Lorika. Lorika. Ja, die Lorika. Lorika. Sieht sie jetzt den Islam oder ich weiß nicht, weil ich habe nichts verstanden, worum geht's hier. Provoziert. Ja. Irgendeine Ahnung. Er ist zurück, Leute. Er hat mich letztens geädert. Ja, der hat mich geädert. Zwei Profis von Widerloch. Ich glaube, das ist er. Er ist zurück wieder. Heute habe ich zwei Stunden sehr wach. Bin ich provokant, Babu? Bitte? Bin ich provokant? Finde ich nicht. Nein, schweiß ich. Finde ich nicht richtig. Und hier ist es auch noch der Jahr. Und wie heißt diese Blatt hier, diese Blumen oder was? Leila, glaube ich, ne? Jesus ist das Licht der Welt. Sie ist auch jeden Tag mit uns. Ich weiß nicht, ob das Mädchen ist. Ja, die Schwester ist auch dabei. Viele. Ist auch immer der Wunsch. Shippee. Tschüssi. Was kann ich noch auf Albanisch? Semmer, Daschurie. Meine Handy wird gleich. Ausgehen, Leute. Ich glaube, ich mache langsam Feierabend. Ne? Gott sei euch. Boah, Maschine. Hallo, Israel. Ich wollte Israel besuchen, aber ich warte nicht so, ich werde gerne. Ich will da ein bisschen gucken, diese marokkanische Atmosphäre dort, diese marokkanische Kultur, marokkanische Restaurants und so. Ich habe gehört, das ist sehr schön dort. Wo? In Israel, will ich auf jeden Fall. Da will ich auch hingehen, auf jeden Fall. Tel Aviv. Muss man besuchen. Aber du musst auch nach Albanien gehen. Vertrau mir, Albanien ist Favorit 2022 oder 2023 gewesen für Urlaubs. Mein Kollege war dort. Er kann Spaß. Aber erst mal Israel und dann Albanien. Israel muss jetzt noch ein bisschen warten. Ja, ja. Ja, aber die brauchen wir auch Unterstützung. Die Tourismus wird denen auch helfen. Wir müssen sie auch unterstützen. Ja, natürlich. Ich gehe nach Thailand, ja. Wie Spaß. Ja, und dann nach Marokko. Marokko ist auch schön. Marrakesch habe ich gehört. So gut sehen. Aber im Winter, sonst ist es zu warm. Im Sommer ist es so nicht. Sommer ist so 50 Grad in Marrakesch. Ja, oder in Dubai. Ein Kollege von mir war dort. Und in Mai, der hat gesagt, in Mai, hatten die schon über 45 Grad. Ja, ja, das ist nicht mehr normal und feucht. Vor allem ist es feucht dort bei den Nukata auch. Bahrain, Eglas. Du schwitzt, du musst fünf, sechs Mal am Tag duschen. Wie in Brasilien oder in Südamerika. Oder Lurica muss einmal nach Brasilien vor der Jesus-Statue gehen und ein Foto machen und sich dort bekehren. Ja, sehr schön, diese Stadt. Sehr, sehr schön. Finde ich sehr schön. Rio de Janeiro, Brasil. Ganz viele schöne Städte, auf jeden Fall. Nur halt für Kriminalität, leider. Ja gut, das hast du oft in Südamerika. Ja, aber sehr halt. Du kannst ja nicht mit deinem Handy laufen in deine Hand. Die Leute werden die Ketten aus dem Hals geklaut. Der Boden ist als bescheuert. Ich habe Videos gesehen, wie die laufen, wie die jenen. 20, 30 Kinder, die eine Person umzingeln, einfach so. Da kannst du wirklich raus. Du gehst wirklich in ein Wohnluxusauto, holt dich vom Flughafen, gepanzerte Auto bis zum Hotel und du gehst nicht allein. Ja, aber das sind ja halt die touristischen Orte, die auch gefährlich sind. Das ist ja das Problem. Aber verständlich auch. Die Menschen haben ja Zweifel. Da sind meistens auch Jugendliche, die das machen. Egal, was sie gesagt haben. Wir sind alle Sünder. Du sagst das. Wir sind alle Sünder. Wir haben die alle Sünder in uns. Nein, ich bin nicht Sünder. Ich mache keine Sünden, gar nicht. Ich sehe keine Sünden. Ich habe kein schlechtes Gewissen wegen Sünden, weil ich mache wirklich nichts. Ich tue keinem was, gar nichts. Ja, natürlich. Kein Lebewesen, wie gesagt. Nichts. Ich liebe alle Menschen. Ich liebe alle Lebewesen, alle Tiere, die mit uns auf dieser Erde leben. Ich respektiere alle Menschen, alle Tiere. Ja. Ich verstehe nicht, was dieser Upp schreibt. Ihr geht nirgendwo hin vor lauter Angst und Ausreden. Wieso? Allohim. Ich will nicht schwören, aber ich war dieses Jahr schon in sechs verschiedenen Ländern. Vor was soll man Angst haben? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Wie war das oder bin ich? Nein. Heiß mal Upps. Upps, ich glaube, ein Mann, ich frage keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich war auch in vielen Ländern. Ich war fasziniert. Überall. Aber halt Orte, die gefährlich sind. Orte, wo es Krieg gibt oder wo es zu gefährlich ist. Wo du dir deinen Urlaub halt einfach... Wo es gefährlich ist, stell dir vor, du gehst, wie gesagt, du bist in Amerika und die beklauen dich, nehmen die deine Papiere, dann hast du Stress. Die nehmen dir deine ganze Tasche oder so, dann musst du deine Reisepass mal machen zum Konsolat, dann hast du gar keinen Urlaub, dann hast du nur Stress. Man muss auch nicht bescheuert sein. Also, ein bisschen realistisch, muss man so sein. Ihr seid TikTok. Das heißt, ich bin doch nicht mal seit einem Monat hier auf TikTok, Leute. So lange bin ich gar nicht auf TikTok. Ja, okay. Das schreibt man ohne CK, ne? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, okay. In dem Fall, ich habe was, ich war ja Alkohol. Eine? Ich meinst du, Carlo? Na, hier. Hey, ups. Achso, okay, ja, ich trinke nicht. Ich trinke nicht, ich nehme keine Substanzen, nur Zigaretten will ich auch aufhören. Ich bin komplett clean, Gott sei Dank. Ich trinke so selten, nur wenn es wirklich irgendwas gibt, ne? Eine Feier oder eine Party, dann Geburtstag oder so. Ich habe nie Alkohol zu Hause. Ja, ich bin auch froh. Ich bin komplett clean, weder rauchen, nicht Alkohol. Komplett clean. Ich bin auf Halal-Basis unterwegs, Jani. Ja. Ich überlege mir gerade, soll ich noch zum Bäcker oder soll ich nicht lieber schlafen? Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin gerade um die Ecke, jetzt nicht so weit, aber wirklich Bock rauszugehen habe ich nicht. So, ha, 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 ha. Lurica, komm hoch. Man kann sie nicht einladen, wenn du sie hochholst, sag Achi, ich bringe Albanien bei. Ja, ne, ich kann sie nicht, wenn sie mich schickt, kann ich nicht. Ich mache gleich Feierabend, Leute. Ich werde gleich schlafen gehen. Die machen das extra. Meine gesunde Menschen verstanden mich zu keiner Religion gefühlt heute. Ich habe auch diese spirituelle Seite nicht mehr. Ich habe keine spirituelle Seite oder keine Verlangen nach einem Glaube oder nach irgendwas. Ich habe mich daran gewöhnt, einfach so. Ne, habe mir meine eigene Moral, meine eigene Prinzipien, meinen eigenen Charakter gebaut. Mit was Gute und was nicht Gute ist, indem ich gedacht habe und auch analysiert habe. Alles geht, schlafen. Wo bist du, Carlo? Was ist los? Warum hast du jetzt geflogen? Es ist Carlo. Nemesis ist immer noch da, ich glaube, die soll. Lucrezia, ich will auch niemanden hassen. Ja, meine Religion muss ich auf den Gläubigen oder als Sünder oder dass sie in einem Irren, allerdings in ihrem Weg sind und das möchte ich nicht. Ich möchte auf den Leuten nicht vorurteilen, oder? Willst du ein bisschen mit Nemesis reden? Nein, 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 ich bin doch nicht bescheuert. Mit dem kann man gar nicht reden. Ich habe nur gesehen, dass sie noch da ist. Obwohl wir ganz schön mit dem Plan reden, weiß ich nicht. Was will man um 7.12 Uhr noch klären? Doch, der ist wirklich da, Nemesis. Respekt. Doch, der ist wirklich da. Ich habe eine vernünftige Frage. Ja, schreibt sie einen Text. Schreibe im Chat deine Frage, ich antworte. Schreibe mal deine Frage und dann beantworte ich sie dir oben. Ja, was willst du wissen, warum Mohamed vier Jahre nach dem Tod dein Vater geboren wurde, oder was willst du wissen? Ja, ja, schreibe, wirklich, ich antworte dir auch, was ist das Problem? Nein, wir lachen alle doof. Ja, dann geh doch raus, wenn es dir nicht gefällt. Geh doch raus. Guck dir irgendwas anderes. Ich meine, wir haben dich ja nicht eingeladen. Hast du dich gebeten, hier zu kommen? Ich verstehe, Leute. Die Leute, die mich mögen und mir gerne zuhören, sind immer willkommen. Aber wenn es dir nicht gefällt, musst du auch nicht bleiben. Ihr nicht diskretiert könnt, ganz normal darüber, wieso diese Religion euch nicht passt. Das mache ich doch die ganze Zeit, das ist jetzt unfair von dir. Ich kritisiere nicht ohne Grund, niemals. Lorica, ich bin ganz beruhigt, ich bin nicht, weißt du, Carlo, ich bin nicht, ich habe doch nur gelacht. Ich habe aber was für Lorica. Aber du bist wieder weg, Mann. Wenn du rausgehst, hör mir dich nicht. Ich habe 50 Fragen bezüglich des Rissentum. Nemesis, da kann ich dir nicht helfen, Bruder. Ich bin nicht Christ, wie gesagt, ich bin Agnostiker. Ja. Und dann hier wieder, ne? Ja. Ist das ein Phönix? Ja, das ist der albanische Adler. Hat der wirklich zwei? Okay. Ja, Bruder, das ist der albanische Adler. Was, das ist ein Missgeburt? Hä? Nein, nein, das ist, ähm, das hat ein... Ja, das ist eine wahrscheinliche Dings, ne? Mythologie. Das ist damals, ähm... Ja, oder ein T, der wirklich mit zwei Kommen... Ich will nicht sagen, weil ich warte, bis Loric hier hochkommt, damit ich hier ein bisschen albanische erkläre. Das hat ja eine Bedeutung, dieser Adler. Ja. Nein, Nemesis, so wie es beleidigen, das ist doch unfair, Bruder. Ich hab dir gar nicht getan, warum kommst du hier hoch und fängst an zu beleidigen, Mann? Das ist wirklich nicht okay, nein, Mann. Außerdem, ich will jetzt schlafen gehen. Du kannst gerne heute Abend... Also, nur ganz kurz eine Frage stellen, in den Chats. Und dann... Ja, 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 ja. Und dann, nein, wenn er wirklich wissen will, warum ich den Islam verlassen habe, und die... Die Sache kann ich gerne mit dir ganz höflich unterhalten. Hab ich auch gestern, die Leute, die gestern da waren, die haben gesehen. Wir hatten viele Muslime, wir haben wirklich höflich gesprochen, wurden nicht gestört. Du kannst gerne heute Abend ab, wie geht er, gesagt, spätestens ab 19 Uhr bin ich live. Und dann können wir uns gerne unterhalten mit Respekt, wenn du möchtest. Ja, aber du hattest deine Chance heute, nämlich es ist vielleicht, beruhigst du dich bis heute Abend. Und dann können wir dann reden über alles, was mich da nicht passt. Und du kannst auch dann fragen und dann sagen, das, was dich vom Islam überzeugt hat. Und dann einfach unterhalten, nicht debatten, nicht Krieg. Ich mag diese Wortdebatte sowieso nicht. Ich habe lieber Unterhaltung oder Diskussion. Weil Debatte hört sich an, als müsste einer von euch gewinnen. Aber ich werbe für keine Religion, ich will nicht gewinnen, ich habe nichts davon. Ich will einfach nur unterhalten. Es ist immer besser, damit man auch nicht denkt, okay, ich muss ihn jetzt besiegen und ich muss gewinnen. Nein, und nicht er. Und verlieren und gewinnen. Es gibt kein verlieren und gewinnen. Es ist nur eine Unterhaltung. Man muss auch immer fähig sein, auf seine Art und Weise zu denken, zu verändern, wenn es nicht okay ist. Wir müssen nicht immer nur so auf eine Weise denken. Sonst hätten wir uns nicht weiterentwickelt. Nimm mal die Sakramente, lieber User 1019. Nimm mal die Sakramente, ohne zu googeln, ohne nichts. Du bist ja Ex-Christ. Nimm mal bitte die Sakramente der Kirche. Ja, Nimesis, kann ich dir gerne heute Abend erzählen. Ich sage dir alles, die ganzen Probleme, die ich da gesehen habe, alles kann ich dir gerne heute Abend erzählen. Gerne. Ich sage dir, wo ich die Probleme gesehen habe, was für mich da nicht passt. Und dann, aber du musst aber auch ehrlich sein. Danke, Lucrezia, für die Rosen. Danke. Danke. Ja. Über Christentum könntest du dann Carlo fragen heute Abend, wenn er auch dabei ist. Wie gesagt, ich werbe für keine Religion und ich habe wirklich da auch keine Ahnung. Ich war gearbeitet bei ihm. Egal, was ist. Egal, ich war gearbeitet. Egal, was ist E-K? Ich glaube, sie meint Ikea. So. Und was soll das? Keine Ahnung. Ikea? Kennst du nicht? Ja, aber was meint sie damit? Wozu? Warum? Das ist meine, ich habe nicht verstanden. Trinität? Oh, kein Problem. Trinität ist einfach. Ich habe keine einzige intellektuelle Argumente. Sachen, die mir nicht passen in den Islam. Beleidigende, wenn sie sich kennen. Hör auf. Das ist ja wirklich das Kinder-Dings. Bitte, Bruder. Lass uns doch heute den Abend. Und willst du wirklich noch schreien jetzt um sieben Uhr morgens und beleidigen? Mann, hast du noch Kraft? Ich habe gar keine Kraft mehr, Leute. Wo ist meine KGB-Agent? Und Putin ist weg. Und er macht immer so aus Ordnung. Ja, heute hat er aber Katastrophe gemacht. Er war wirklich. Ja, aber wenn dir nicht passt, heißt es nicht falsch. Leider nicht, Bruder. Du kannst gerne null Abonnenten. Das ist bestimmt ein Fake-Account. Das sage ich gar nicht. Du kannst folgen heute Abend kommen und wir reden über die Sachen. Und dann wirst du auch sehen, dass die falsch sind. Auch im Koran, auch in vielen Sachen. Die Erbe im Koran ist ein Beispiel davon. Das ist eine Katastrophe. Die Erbe, also, der sagt, das kann ich heute mehr erklären, weil das ist. Nein. Lorike, du hast ihn vorher nicht gehört. Er hat einfach beleidigt auf übelste Art. Das F-Wort gemacht. F euch. Juhu, Söhne und so weiter und so fort. Das war wirklich, da hat er auf übelste Art beleidigt. Der will nur, dass der Stream gesperrt wird. Der will keine Fragen stellen. Der will nur den Stream gefährden. Das war's. Das ist nicht der Erste. Das machen die die ganze Nacht. Allah erlaubt Homosexualität. Ich weiß nicht, woher er das erlaubt. Eigentlich nicht. Nee, das ist strafbar. Da haben wir auch vorhin, doch vorhin einige gefragt. Ich habe gesagt, das ist strafbar. Wir haben eine tote Strafe. Nemesis gerne heute Abend bekommst du die Chance. Wenn du dich wirklich vernünftig benimmst, dann könntest du auch gerne öfter kommen und immer deine Fragen stellen. Ich bin immer freundlich zu Leuten. Ich suche keinen Streit. Ich will auch nicht schreien oder angeben. Ich will mich gar nicht unterhalten. Ich finde es nicht korrekt, dass wir hier so machen. Der hat uns beleidigt vorhin. Auf übelst Art, ich finde es nicht korrekt. Also, nimm es jetzt so. Hast du einen Psychogen? Aber eins muss man sagen, wie gesagt, wenn er hochkommen will. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich meine allgemein. Wenn er heute Abend oder so eine Frage hat und wir sie ihm erklären, anhand der Bibel oder eine Weise zeigen, dann soll er nicht rumphilosophieren oder keine Ahnung was, sondern einfach die Meinung akzeptieren. Ich dachte, wir sind erwachsen. Bimbo Erbe, gib mal Beispiel. Ein Beispiel, wenn eine Frau stirbt und sie hat zwei Töchter und einen Ehrmann. Allah sagt, zwei Drittel bekommen die Töchter und die Hälfte bekommt den Ehrmann. Also, 50% für den Ehrmann, für ihre Ehrmann und 60% für die Töchter. Also, kannst du gerne teilen. Gib mir deine Antwort heute Abend, wenn das kein Fehler ist. Also, das ist quasi wie eine Pizza schneiden. Ein Gott sollte wissen, wie man eine Pizza schneidet. Jetzt mal mit den Augen schützt jetzt. Leute, ich mache jetzt Feierabend, ja. Ich muss langsam mein Handy aufladen und auch ein bisschen schlafen. Ihr könnt gerne folgen heute Abend. Machen wir weiter, wie jeden Abend. Wo liegt die Weisheit? Ja, warum? Ja, wo liegt die Weisheit? Ich weiß nicht, ja. 60% plus 50% passt nicht, Mann. Du kannst nicht eine Sache teilen. Und 60% und 60% passt nicht. Einfach, das gibt keinen Sinn. Ich habe auch mal durchgerechnet, eindeutig Fehler. Ja, Ahmed. Das ist keine eindeutige Fehler, ja. Das kannst du nicht. Zum Beispiel, ich lasse dir 10.000 Euro. Und ich sage dir, der Ehrmann bekommt 50% und die zwei Töchter bekommen 60%. Wie willst du es machen? Das sind 6.600 Euro. Und der Mann muss 5.000 Euro bekommen. Das passt nicht. Klarer Fehler im Koran, ja. Voll unkorrekt. Sind wir, der wollte vernünftig fragen. Mann, du hast eine Chance bekommen, dass du uns beleidigt. Ich habe dich gewarnt, bevor du gekommen bist. Ich habe dir gesagt, bitte beleidige nicht mehr. Bitte höflich. Du hast dich nicht mal gefragt. Du hast direkt nur beleidigt. Ich habe null von Feqh. Natürlich habe ich auch noch von Feqh. Warum haben sie sonst den Aul erfunden? Warum hat Omar den Aul erfunden? Wegen dieses Problem. Es gab kein Problem bei Abu Bakr. Ich glaube, das war Uthman sogar. Es gab kein Problem in der Zeit von Mohammed. Es gab kein Problem in der Zeit von Abu Bakr. Es gab kein Problem in der Zeit von Omar. Und ich glaube, erst bei Uthman ist es passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast Mutter und Schwestern beleidigt. Jetzt sagst du, du hast nur das Bild beleidigt. Und der hat gesagt, ey, F euch, Fe euch. Hallo, was soll das? Du hast alle Leute hier beleidigt, die oben waren. Danke, viele waren gerne, Lucrezia, gerne, gerne. Immer gerne, Freunde. Kennst du diesen Dr. John? Uniklinik? Nein. Ja, ja, ich habe ihn heute gesehen. Der war heute auch da. Die Frau im Islam die Hälfte niemals, wenn sie keine männlichen Nachkommen haben, geht sie auf die Straße, wenn sie keine Kinder hat. Und ihr Mann stirbt, kommen die Eltern und nehmen alles. Also erzähl mir nicht, ich weiß, ich habe in Marokko gelebt und ich weiß, wie Erbegesetze funktionieren. Gute Nacht, ich möchte. Okay, Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Haben die Muslime beleidigungen gelernt? Im Koran haben sie das gelernt, ne? Ja, wünsche euch auch auf jeden Fall Gottes Segen. Danke, wuchte Gottes Segen. Ach, wir schreiben einfach auf Telegat wieder. Ja. Wir machen eine Gruppe, Lorik machen wir da auch rein. Dann machen wir ein bisschen albanisch Unterricht. Ja, gerne. Sehr, sehr, sehr. Weißt du was, Rainer? Ja, klar. Perfekt. Herr Bimbo, ich rede nicht um welche Fehler. Ich sage, dass ein Allah einen eindeutigen Fehler im Koran geschrieben hat. Einen eindeutigen Fehler. Allah sollte Mathematik kennen. Sonst will er unsere Welt schaffen, wenn er nicht mal rechnen kann. Ich bitte dich, der kann nicht mal eine Pizza schneiden. Ich meine, du kannst einem kleinen Kind eine Pizza geben. Sag ihm, gib den hier so viel und gib den so viel. Der wird es richtig schneiden. Gute Nacht, Jerry, Bruder. Ja, gute Nacht, Bruder. Jerry, ja, der ist gesperrt bis 6. Dezember, der Arme. Echt? Ja. Ne, meiner kommt, Bruder. Das ist kein Problem. Biologische Fehler, ja, physikalische Fehler, genauso. Achmed Sika, alles falsch. Alles falsch. Aber das ist ja kein Problem, Achim. Lass doch den Koran keine Fehler haben. Das ist doch kein Problem. Das ist einfach ein geschriebenes Buch. Andere Bücher von Autoren haben auch keine Fehler. Aber ich meine, der hat sogar Schreibfehler da. Lässt er an ihnen wie Musaiter. Musaiter schreibt mal mit Zin, der schreibt einmal mit Zad, einmal mit Zin. Ja, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen den Walschhasch und den Dulkor. Aber das sind Schreibfehler. Oder L-Hayat, zum Beispiel einmal mit Zin, einmal mit offenen Zin. Ja, verrückt einfach. Schreibfehler, so viele Schreibfehler da drin. Vor allem das mit Musaiter. Lässt er alle hin wie Musaiter. Schreibt er mit Zad. Das schreibt man mit Zin, das ist ein klarer Fehler. Schreibfehler. Seid die Muslimin und der Christin. Jolie, ich bin Ex-Muslim. Agnostiker. Ja, der Bruder Carlo ist, nee, du bist Christ, gell? Ja. Ja. Ja, der ist dumm. Ja, ups. Das ist das Einzige, Wahre oder Vernünftige, was du heute gesagt hast. Okay, Freunde. Ich danke euch. Die Leute, die noch nicht folgen, folgt uns, damit ihr auch mehr Informationen bekommt. Es geht wahrscheinlich heute eine Debatte mit einem Moslem. Wenn ihr da, ja, hören wollt und sehen wollt, wer hat recht, ich oder die. Wer hat die Quellen, wer bügt, wer die weitererzählt. Gerne. Und das Video lädt zu hoch. Von denen, ja, von heute? Ja, das Video lädt zu hoch. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich werde jetzt dings... Ich muss lachen wegen der Schwester Lorika, sie ist witzig. Ja, bis du, der sagt sie, bevor sie schlafen geht, ja. Wir müssen nicht vergessen, die Ayet als Kirsite lernt, ja. Bevor du schlafen solltest. Haben wir uns die candles rien und eine Diritten könnt, 57 nicht. Ja, damit Allah criticized. Komm auch beten. Gerne, Juli. Ja, ihr müsst lernen, ja. Ja, ja, ich muss lernen, ja. Ja, für den Weihnachten und Stadium wird administrationsverfahren 沒 vanilla, was das Land war über die Erde ein, der kraft war, dest du ihn befallen peakant da, denn in den nahen.. Ja, in den ciertoenстиgern ist keinORDд la, was und er hat regulations served in derRAD- wel SNV fort. Und heute, was für die Kirsite und wir bekommen noch per Kと思istance. Für die, die sagen, ich war noch nicht Muslim. Das ist Ayat Al-Kursi, das ist die Suche, wo beweist, dass... Sagen, nicht reppen. Sagen, nicht reppen, sagt es mir. Ja. Ja, so habe ich dir langsam geglaubt. Hast du mir jetzt geglaubt, dass ich Muslim war? Also Leute... Amen. Okay. Ja, wie noch ein Jude, die seine Gebete sprechen will. Okay. Okay, Freunde, danke euch. Gute Nacht, ja. Bis dann. Ich kann das sehen, auf jeden Fall, Bruder. Und die Hände, auf jeden Fall, ja. Ja, gut, ja, bis später. Bis später. Ich lese einfach und keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, 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 ich lese. Ich bin Araber, Mann, ich komme aus Marokko. Warum soll ich das nicht verstehen? Allahu la ilaha illaha, Gott, kein Gott außer ihm. Das ist doch der Ayat Al-Kursi, ist doch dieser Surah, wo es beweist, dass Allah allmächtig ist und er über das Universum herrscht. Der hat einen Stuhl. Ja. Dein Stuhl ist so groß, vom Himmel bis zur Erde, also größer als der Himmel und der Erde. Der hat was in dem Himmel und was auf der Erde ist. Und er kann sie auch beschützen. Danke, Ahmed Sika, danke, du bist auch ein treuer Freund. Edik, gute Nacht, Brudi. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Bruder und an Lorika, ganz viel Spaß auf der Arbeit. Du hast ja ganz viel Zeit. Du kannst ein bisschen Geschichte lesen oder die Dokumentation über Albanien. Nein, nein, ich weiß, ich liebe alle Albaner. Ja. Okay, Freunde, ich gehe jetzt, ich hole mir noch was vom Weg, wenn ich schlafe. Mein Handy, ich habe nur noch 13 Prozent, ey. Ich muss jetzt hoch. Freunde, ich danke euch, ja. Schlaft gut, ganz viel Liebe. Bis dann. Bis dann.